Wer bist du denn? Ist das etwa deiner? Hast du dir jetzt einen Hund angeschafft, Decker? Ich hab keine Ahnung, wem der gehört. Der sieht sympathisch aus. Achso, stimmt. Allein deshalb hätte er gar nicht dein Hund sein können. Tom, wir sind nicht hier, um über Hunde zu reden. Nein, ich dachte genau deswegen wären wir hier. Du suchst doch einen Hund. Einen, der aufs Wort gehorcht, immer brav Pfötchen gibt und nichts hinterfragt. Um den es dann auch nicht schade ist, wenn er drauf geht. Ist ja nur ein Hund. Warum machst du es dir so schwer, Cleary? Ich hab die beste Zeit meines Lebens. Komm zu uns zurück. Gib mir einen guten Grund. Und sag jetzt nicht, dein Land braucht dich, Tom. Sonst kotze ich dir auf deinen Hosenanzug, ehrlich. Ich brauch dich, Tom. Das ist nicht dein Ernst. Nach allem, was passiert ist... Du musstest eine Entscheidung treffen. Du hast eine Entscheidung getroffen. Der Untersuchungsausschuss hat dein Vorgehen geprüft. Niemand macht dir einen Vorwurf. Ich verdammt nochmal mache mir einen Vorwurf. Du warst nicht dabei. Du weißt ja nicht, wie das war. Du tust gerade so, als hätte ich mir das Falsche von der Speisekarte ausgesucht. Weißt du eigentlich, wie viele Menschen damals gestorben sind? Ich habe die Berichte gelesen. Ah, die Berichte. Aber du hast keine Ahnung, wie es in mir aussieht. 20. Es waren 20 Menschen. Keine Agenten, keine Soldaten. 20 unschuldige Zivilisten. Du hast Informationen ermittelt, deren Wahrheitsgehalt niemand angezweifelt hat. Hör doch auf, so zu reden. Informationen ermittelt. Ich habe drei Tage mit diesem Mann in einem Raum verbracht und ihm Dinge angetan, die... Ich habe damals alle Überzeugungen verraten, die ich bis dahin hatte. Ich habe das alles getan, um seinen Willen zu brechen. Und dabei war er mir die ganze Zeit lang überlegen. Sich quälen lassen. All das war Teil seines Plans. Und ich habe es keine Sekunde gemerkt. Er hat mich überzeugt. Ich habe ihm geglaubt, dass die verdammten Typen, die wir vier Jahre lang gesucht haben, in dem Haus sind. Ich habe der Drohne den Schießbefehl erteilt. Könntest du damit klarkommen? Sicher. Glaub mir, ich bin fertig mit der CIA. Ich könnte dir jetzt sagen, Afghanistan war ein Ausnahmefall, aber das hätte wohl keinen Zweck. Richtig. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, wenn ich darf. Ja, bitte. Wenn du dir so sicher bist, dass du nicht wieder einsteigen willst, warum bist du dann überhaupt hier? Mit mir, auf dieser Parkbank. Und hörst dir an, was ich zu sagen habe. Das würde ich gerne verstehen. Wenn eine Lady anruft und fragt, ob ich es nochmal mit ihr versuche, dann habe ich immer noch den Anstand, ihr den Korb persönlich zu geben. Das ist nichts fürs Telefon. Ach, komm schon. Du bist hier, weil du gar nicht Schluss machen willst. Die Agency ist dein Leben. Du kannst doch gar nicht ohne. Du hast dir eine Pause gegönnt, das sollten wir alle ab und an. Aber du bist schon längst wieder im Spiel. Das solltest du langsam akzeptieren. Das ist schon seltsam, weißt du. Seit ewigen Zeiten versuchen Frauen Männern klarzumachen, dass ein Nein ein Nein ist. Und jetzt sitze ich hier neben einer Frau, die es selber nicht begreift. Du willst mir wirklich erzählen, dass dir das genügt? Essen, schlafen, durch die Stadt laufen, sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. So sieht's aus. Und was unterscheidet dich dann von diesem Hund hier? Bismarck! Oh, Bismarck, da bist du ja. Oh, was machst du denn für Sachen? Ich hab dich überall gesucht, du Streuner, du kleiner Streuner. Entschuldigen Sie, Bismarck ist mir wieder mal abgehauen. Ich hoffe, er hat sie nicht gestört. Er war ganz brav, machen wir sich keine Sorgen. Hast du dich benommen? Hast du dich benommen? Also dann, einen schönen Tag noch. Komm, Bismarck, komm. Los, komm. Also, Cleary, wenn du jetzt gehen willst, geh nur. Ansonsten werde ich dir jetzt erzählen, worum's geht. The Cruise. Teil 5 Es waren 20 Menschen. Keine Agenten, keine Soldaten. 20 unschuldige Zivilisten. Was soll das sein, Katz? Muss ich einem CIA-Agenten wirklich erklären, was eine Abhöraktion ist? Du hast den Hund mit einem Mikrofon ausgestattet, um uns zu bespitzeln. Das hab ich kapiert. Dafür, dass es sein erstes Mal war, hat Bismarck seine Sache gut gemacht, oder? Nur wofür? Du hast ein Tonband mit geheimen CIA-Informationen über mich. Wenn du das als Druckmittel einsetzen willst, hättest du es nicht allen hier vorspielen sollen. Also was dann? Erklär's mir, Katz. Hast du denn nicht Agatha Christie's Roman und dann gab's keines mehr gelesen? Das ist das viertliebste meiner fünf Lieblingsbücher. Das musst du lesen, Tom. Nicht so viel Fernsehen. Ehrlich, jeder Mensch sollte mindestens fünf Bücher gelesen haben. Wie viele sind's bei dir? Okay, ich hab' dieser öffentlichen Befragung, wie du's nennst, zugestimmt, weil du gesagt hast, du würdest allen erklären, was hier vor sich geht. Also keine scheiß Buchtipps mehr. Wir wollen antworten. Gut, 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 gut. Dann machen wir's ein bisschen weniger subtil. Also, ich sitze hier nicht auf der Anklagebank. Wir alle sitzen auf der Anklagebank. Klar soweit? Nein? Okay. Das wird euch jetzt vielleicht überraschen, aber keiner von euch ist zufällig hier. Ich hab' euch alle genau ausgesucht, so unterschiedlich ihr auch seid. Es gibt eins, was euch alle verbindet. Ihr habt es nämlich verdient, hier zu sein. Jeder Einzelne. Denn ihr alle habt Schuld auf euch geladen. Ah, nein, 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 nein. Versucht nicht, euch rauszureden. Ich kann die Schuld von jedem von euch beweisen. Und wie willst du das machen? Hast du jeden von uns mit einem Hund abgehört? Oh nein, Tom. Nicht mit einem Hund. Aber wisst ihr, ich halte es mit der Bibel. Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Ich biete euch eine Möglichkeit der Erlösung. Ihr könnt eure Schuld sühnen. Ihr müsst nur das Spiel spielen. Okay, es reicht. Du hattest deinen Auftritt. Von jetzt an werden wir uns unter vier Augen unterhalten. Jingle, bring ihn weg. Nicht in den Zoo, zu den anderen. Er kommt in die Arrestzelle. In Ordnung. Kommen Sie, Mr. Katz. Und machen Sie keine Dummheit. Nein, das überlasche ich den anderen. Hey, Rusty. Kannst du dich um die Diktaphone-Kassetten kümmern? Da stehen Namen drauf. Wäre eine große Hilfe, wenn du sie verteilst. Ja, klar, mache ich gerne. Gib her. Danke. Oh Mann, was für eine Farce. Jetzt bereust du es, oder, Tom? Linda, was soll ich bereuen? Dass du Katz nicht erschossen hast. Du hättest einfach abdrücken sollen. Ich hätte ihn sowieso nicht erschossen. Ich wollte euch nur dazu bringen, dass ihr das Empire verlasst. Dann hätte ich Katz weggebracht und eingesperrt. Selbst Justiz würde uns keinen Schritt weiter bringen. Und was ist mit den Menschen, die er auf dem Gewissen hat? Sie sind alle gestorben, weil er sein verrücktes Spiel spielen will. Er hat den Tod bedient, Tom. Darüber haben wir nicht zu entscheiden. Wenn wir ihn töten, sind wir keinen Deut besser als er. Aber ich verspreche dir eins, Linda. Ich werde ihn verhören und ich werde die Antworten bekommen, die wir brauchen. Dafür sollte dir jedes mit der Recht sein. Falls du damit sagen willst, dass ich ihn foltern soll, das kannst du vergessen. Tom? Nein, Linda. Folter bringt nie die Wahrheit ans Licht. Nur die eigenen Abgründe. Wer ist da? Ich bin's, Rusty. Keine Angst, ich bin's wirklich. Ich weiß, Rusty. Ich erkenne deine Stimme unter Tausenden. Hey. Was ist denn los mit dir? Hast du geweint? Rusty, ist gerade ein schlechter Moment. Vielleicht solltest du später wiederkommen. Nein, warte, ich wollte... Hier, nur den Tape bringen. Josh oder... Ja, Katz hat uns alle schön abgehört. Zu jedem von uns gibt's so eine Kassette. Cleary hat gesagt, dass alle ihre Aufnahme bekommen sollen und ich spiele jetzt den Postboten. Oh, okay. Leg's einfach irgendwo hin. Ist es wegen Seaman? Ich meine, dass du weinst? Ja, natürlich wegen Seaman. Ich... Ich hab ihn umgebracht. Ich hab einen Menschen umgebracht. Becky, oh Mann. Katz hat dich dazu gezwungen. Du weißt, dass es nur die halbe Wahrheit ist. Und wir haben abgemacht, dass wir das für uns behalten. Cleary, Linda, wir sind uns alle einig. Und du glaubst, das lässt mich vergessen, was ich getan hab? Ja, nein, aber hey, pass auf, ich... Ich hab auch jemanden auf dem Gewissen. So wie's aussieht, jeder von uns hier an Bord. Das ist was anderes. Scheiße, das... Das ist doch jetzt egal. Scheiß auf die Vergangenheit. Für mich zählt sowieso nur, was kommt. Wenn du mein Tape hörst, würde es dir nicht mehr egal sein. Weißt du was? Ich scheiß auf das, was auf dem Tape ist. Was hast du gemacht? Ich hab's rausgeschmissen. Ins Meer. Sollen sich die Fische doch den Scheiß anhören. Du bist bescheuert. Hör zu, Becky. Ich will das hier alles hinter mir lassen. Ich will einen kompletten Neuanfang. Endlich erwachsen sein und so. Ohne diese ganze Stuntman-Scheiße. Und auch ohne so oft Scheiße zu sagen? Oh Mann. Genau deshalb. Wie deshalb? Deshalb will ich, dass du dabei bist. Bei meinem Neuanfang. Weil du so bist, wie du bist. Eine blinde Mörderin? Die tollste blinde Mörderin, die mir je begegnet ist. Also wie sieht's aus? Bist du bei meinem neuen Leben mit an Bord? Oh nee. Das klingt zu sehr einer Schlussreise. Aber du weißt, was ich meine. Du musst jetzt irgendwas sagen. Rusty? Ja? Becky? Hast du Nick irgendwo gesehen? Was? Nick, er ist schon seit Stunden nicht mehr aufgetaucht. Nee, sorry. Ist mir nicht über den Weg gelaufen. Kannst du ihn suchen? Ich würde es ja auch selber machen, aber ich mache mir langsam Sorgen um ihn. Ja, ja. Na klar. Ich mache mich direkt auf den Weg. Danke. Kein Ding, aber hey. Wenn ich Nick gefunden habe, kriege ich dann eine Antwort auf meine Frage? Ja. Ah, Agent Cleary. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Ich würde dir gerne einen Drink anbieten, aber der Zimmerservice auf diesem Schiff hat in den letzten Tagen erheblich nachgelassen. Glaub mir, Werner, das Einzige, das ich von dir haben will, sind Antworten. Ja, 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 das weiß ich doch, Tom. Nur mit den Antworten ist das so eine Sache. Die kommen nicht einfach so aus dem Nichts. Man muss sie sich verdienen. Du vergisst einfach immer wieder, dass wir uns hier mitten in einem Spiel befinden. Es wäre wirklich besser für dich, wenn du kooperieren würdest. Ich bin hier nämlich der letzte Freund, den du noch hast. Es ist so lieb, dass du nach all dem, was zwischen uns vorgefallen ist, immer noch sagst, dass wir Freunde sind. Oh, komm her, lass dich drücken. Du hast keine Ahnung, wie ernst deine Lage ist. Da draußen gibt es eine Menge Leute, die dich lieber tot als lebendig sehen würden. Und ich bin mittlerweile der Einzige, der noch zwischen ihnen und dir steht. Der Chinese steht noch dazwischen. Der vor der Tür. Willst du es allen Ernstes darauf ankommen lassen? Du meinst also wirklich, der Mob da draußen kommt mit Fackeln und Mistgabeln hier rein und fordert meinen Kopf? Vielleicht wären sie etwas modernere Mittel, aber ja, das in etwa haben sie vor. Puh, tja. Also dann wäre mein größter Traum erfüllt. Ach, komm schon. Überleg doch mal, in meinem eigenen Spiel sterben. Was für ein Abgang. Ich meine, das ist doch gerade das Geile daran. Das ist kein Computerspiel. Man kann nicht abspeichern und wieder von vorne anfangen. Tot ist tot. Game over. Du bist wahnsinnig krass. Irre. Total übergeschnappt. Nein, 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 Tom. Die Welt ist übergeschnappt. Ich bin nur ziemlich gut darin, mich anzupassen. Und was meinen Tod angeht, das hat noch Zeit. Ich habe ja extra dich dafür ausgesucht, damit du mich beschützt als Bodyguard oder Lebensretter. Und das wirst du tun, ob ich dir jetzt deine Fragen beantworte oder nicht. Ich weiß, wer du bist, Tom. Ich habe dich monatelang studiert. Du wirst nicht zulassen, dass mir jemand auch nur ein Haar krümmt. Vielleicht hast du sogar recht. Vielleicht lasse ich nicht zu, dass dir hier an Bord etwas passiert. Aber denk mal an die Zeit danach. Ich kann dafür sorgen, dass die Princess of Wales Kurs auf die Vereinigten Staaten nimmt. Und wo wir dort genau an Land gehen, liegt ganz bei dir, Werner. Wenn du kooperierst, laufen wir einen Staat an, der die Todesstrafe abgeschafft hat. Aber wenn du dich weigerst, mit mir zusammenzuarbeiten, ist Texas unser Ziel. Oder Florida? Na gut. Na gut, Tom. Tun wir doch mal so. Als würde mich das auch nur im geringsten beeindrucken. Wie genau soll so eine Kooperation aussehen? Zuerst einmal, stopp den Scheiß, den du das Spiel nennst. Keine Toten mehr, keine Verletzten, keine Gefahrensituationen. Und wie bitte schön soll ich das anstellen? Vielleicht ist es mein Spiel. Ja, ich hab's erfunden. Aber nun bin ich auch nur noch ein Teil dieses Spiels. Genau wie du, wie Linda, wie wir alle hier. Ich bin nur ein ganz gewöhnlicher Typ. Ein ganz gewöhnlicher Typ, der mal eben 4000 Menschen über Nacht einfach so verschwinden lassen kann. Na ja, also, was das angeht, dass ihr da noch nicht drauf gekommen seid, finde ich immer noch erstaunlich. Die Menschen sind doch gar nicht verschwunden. Nicht? Und wo sind sie dann? Unsichtbar? Alle 4372 Menschen befinden sich nach wie vor an Bord der Princess of Wales. Nur wir nicht. Hey, du da! Du da, hallo! Der Herr im Orang-Utan-Käfig. Redet er mit mir? Ja, genau, Hubschrauberpilot. Ich rede mit dir. Ich heiße Lindbergh. Ist ein guter Name. Spricht nichts dagegen, ihn auch zu benutzen. Okay, Lindbergh. Ich suche einen Jungen. Und ich suche einen Ort, an dem ich pissen kann, ohne dass mir 10 andere dabei auf den Aal glotzen. Sieht so aus, als hätten wir beide kein Glück, was? Du hast ihn nicht gesehen? So groß ungefähr? Rote Haare? Nick heißt er? Nein. Aber hey, 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 bevor du wieder gehst. Ich hab da auch mal eine Frage. Warum zur Hölle bin ich hier eigentlich eingesperrt wie ein verdammter Lemur? Ich hab doch nur den scheiß Hubschrauber geflogen. Also erstens, Scheiße sagen und diesen ganzen Kram ist nicht besonders erwachsen. Was? Und zweitens, du hast auf den Knopf gedrückt und dann ist der Hubschrauber mit Bounty und dem Russen abgestürzt. Um den Russen ist es nicht schade. Der war ein Schwein. Also, ne? Kein guter Mensch. Aber Bounty, Bounty, den hab ich gemocht. Wir haben zusammen auf der Bühne gestanden. Das verbindet. Naja, jedenfalls, jedenfalls sitzt du deswegen im Käfig. Hey, es tut mir leid um deinen Freund. Echt jetzt? Aber ich hab nur auf den Knopf gedrückt, weil meine Auftraggeber gesagt haben, ich soll das tun, wenn irgendwas schiefläuft. Ich hatte ja keine Ahnung, was dann passiert. Ich schwör's, bei... Ja, kannst du ja was aussuchen. Bei allem. Also, wie sie jetzt ausmachen? Kannst du nicht irgendwas für mich tun? Okay, pass auf. Du hältst die Augen auf nach dem Jungen. Und wenn er hier vorbeikommt, sagst du ihm, er soll sofort zu Becky in die Kabine gehen, weil die sich scheiß... Weil die sich große Sorgen macht. Kannst du dir das merken? Nick, zu Becky. Okay? Gut. Dann leg ich bei Fletcher und Clearing ein gutes Wort für dich ein. Entdecken Sie die wilde Seite unserer Prinzessin. Machen Sie Bekanntschaft mit Krokodilen, Löwen und Geparden. Bewundern Sie Kraten, Haie und Stachelrochen in unserem gigantischen Meerwasser-Aquarium. Die Royal Arabian Cruises präsentiert Ihnen das einzige Kreuzfahrtschiff mit einem eigenen zoologischen Garten. Kommen Sie vorbei und staunen Sie über die exotische Tierwelt der Princess of Wales. Aha, alles klar. Wir sind also nicht mehr auf der Princess of Wales. Es erfordert weit weniger logistischen Aufwand, 40 Leute von Bord zu bringen als 4.000. Mal ehrlich, Cleary, wer hätte ich das denn schaffen sollen? Es gibt zwei Schiffe. Baugleich. Absolut identisch. Zwei Kreuzfahrtschiffe. Du bist reicher als ich dachte. Ich bin stolz der Besitzer von ungefähr 3.000 Dollar. Und ich spende für die Wohlfahrt. Und wie hast du es dann hingekriegt? Du glaubst gar nicht, was ein einfaches Bitte so alles bewirken kann. Okay, jemand hat dir Geld für zwei Schiffe gegeben. Sam. Sam. Mhm, unser Gegenspieler. Ich habe ihn schon mal erwähnt, du erinnerst dich? Er hat sich ins Spiel eingekauft. Nicht ablenken. Hör auf mit deinen Lügengeschichten. Also zwei Schiffe und du hast uns von einem aufs andere gebracht. Und all die Tiere? Zwei Schiffe, zwei Zoos mit Tieren. Aber die hier waren nie im Zoo, sondern gleich im Theater und der Löwe im Gang. Fertig. Schön. Gut gemacht. Du hast es geschafft, uns unbemerkt vom Schiff zu bringen. Aber spätestens am nächsten Morgen wird euch jemandem aufgefallen sein, dass wir weg sind. Vor allem, dass der Käpt'n weg ist. Und er ist Offizier. Wer sagt denn, dass wir unbemerkt von Bord gebracht worden sind? Ach, du nervst. Also gut, kurz zusammengefasst. Meine Leute haben uns betäubt und ein bisschen Schweineblut unter unsere Augen und Nasen gerieben. Der Schiffsarzt hat unseren Tod festgestellt und diagnostiziert, dass wir in einem unbekannten Virus gestorben sind. Kein guter Arzt. Ein gut bestochener Arzt. Er hat auch angeordnet, dass wir schnellstens verbrannt werden müssen, weil nur das die Ausbreitung der Seuche verhindern könnte. Wir wurden in Leichensäcke gesteckt und der Dock hat uns mit einem Beiboot von Bord gebracht, um uns auf einer unbewohnten Insel zu verbrennen, an der wir zufällig kurz vorher vorbeigefahren sind. Tja, aber statt uns wurden ein paar Leichen verbrannt, die ich günstig in Mexiko erstehen konnte. So, und wir wurden hierhin gebracht. Die echte Princess of Wales steht unter Quarantäne. Und niemand sucht nach uns. Ich enttäusch dich nur ungern, Thomas, aber so sieht's nun mal aus. Unsere Angehörigen trauern. Oder streiten sich um das Erbe, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Und der Nachrichtenbeitrag, der am Empfang läuft? Darin wird gesagt, dass die Princess of Wales in Nizza angekommen ist und nichts mit Quarantäne. Der Bericht ist ein Fake. Ein kleiner Versuch von Sam, unser Team zu verunsichern. Ja, genau. Sam ist ja jetzt für alles verantwortlich, natürlich. Hier sind Menschen gestorben, du Schwein. Und du allein hast sie auf dem Gewissen. Und du weißt gar nicht, wie gar nicht der die Fresse hauen würde. Ehrlich, ich hab keine Ahnung, wie man so werden kann wie du. Komm schon, na los, erklär's mir. Was willst du da wirklich wissen, Tom? Och, endlich interessiert sich mal jemand für meine Geschichte. Komm, setz dich hin. Hast du Taschentücher dabei? Ich war der kleine Junge, der schon immer schlauer war als die anderen. Oh, na klar. Jetzt muss wieder die Kindheit herhalten. Ich hab eine Klasse nach der anderen übersprungen. Ich war schlau. Klein und schwach. Drei Dinge, die größere Jungs nicht mögen. Und du kannst dir sicher sein, das haben sie mich auch spüren lassen. Ich hab keine Ahnung, wie oft ich verdroschen wurde. Och. Hat dein Vater nichts dagegen getan? Hat er sich die Jungs nicht vorgeknöpft? Ist er nicht zu ihren Eltern gegangen oder zu den Lehrern? Schön, dass du das fragst, Tom. Das klang nicht mal annähernd wie meine Stimme. Man könnte meinen, er hätte sowas getan, als guter Vater. Aber er hat nur gesagt, was dich nicht umbringt, macht dich hart. Tja. Und siehe da. Es hat mich hart gemacht. Und zwar sowas von hart. So. Jetzt weißt du, wie ich zu dem geworden bin, was ich bin. Durch Typen wie dich. Harte Kerle, die alles zerstören wollen, was sie nicht verstehen. Was für eine Ironie, oder? Nein, Katz. Du kannst die Verantwortung für deine Taten nicht auf andere abwälzen. Egal, was man dir angetan hat, du hast einen freien Willen. Der Mensch hat eine Wahl. Das ist es, was uns von den Tieren unterscheidet. Eine Wahl. Die Wahl ist eine Illusion für Dummköpfe. Von Menschen wie dir. Menschen wie ich haben eine Vision. Und die verfolgen mir Kostas, was es wolle. Und genau deshalb wirst du an mir scheitern, Tom. Und an diesem Spiel. Weil du denkst, du hättest die Wahl. Aber die hast du nicht. Du wirst spielen. Du bist vollkommen verrückt. Wir nähern uns Level 2. Dort wartet ein Geheimnis auf uns. Wir müssen es lüften. Denn das ist der Schlüssel, um das komplette Spiel zu gewinnen. Mehr kann ich dir nicht sagen, Tom. Wenn du antworten willst, sie stehen in meinem Buch. So. Du darfst jetzt gehen. Die Audienz ist beendet. Hey, wo bist du gerade? Hm? Was? Woran hast du gedacht? Werner Katz hat gesagt, dass wir alle Schuld auf uns geladen haben. Ach, Katz ist wahnsinnig. Er hat uns alle hier ausgesucht. Keiner ist unschuldig. Katja. Was hast du getan? Wir müssen das nicht. Nein, müssen wir nicht. Aber wenn du es mir nicht sagst, werde ich das Schlimmste glauben. Ich werde mir hundert Dinge ausmalen, die du jemandem angetan haben könntest. Und dann wirst du für mich zu einem Monster. Ich habe einen Menschen getötet. Warum? Es war ein Unfall. Ich war Chauffeur und Leibwächter eines hochrangigen Politikers in Moskau. Auf einer Dienstfahrt ist mir ein Mann vor den Wagen gelaufen. Er tauchte plötzlich auf wie aus dem Nichts. Aber dann konntest du doch nichts dafür. Der Mann war nicht tot. Ich wollte aussteigen und mich um ihn kümmern. Aber mein Chef hat es mir verboten. Was? Ihm waren seine Termine wichtiger als das Leben dieses Mannes. Also habe ich den Mann liegen gelassen, damit ich meinen Job nicht verliere. Naja, vielleicht hat er ja überlebt. Nein. Hat er nicht. Glaub mir, ich habe es herausgefunden. Also jetzt weißt du es. Dann bin ich an der Reihe. Du musst dich jetzt nicht verpflichtet fühlen. Ich war 14. Zu der Zeit warst du noch nicht bei Podjomkin. Und ich... Ich war verliebt in Jeff, meinen Privatlehrer. Ich wollte mit ihm durchbrennen. Wie das halt so ist in dem Alter. Also habe ich ihm meine Liebe gestanden. Und er war so verständnisvoll. Er hat mich ernst genommen und sich viel Zeit gelassen, um mir zu erklären, dass er nicht so fühlt. Dass er es auch gar nicht darf, weil ich minderjährig war und seine Schülerin. Aber ich war verletzt. Ich war enttäuscht und wütend. Ich bin zu Podjomkin gegangen und habe ihm gesagt, Jeff hätte mich angefasst. Einen Tag später war er verschwunden. Und du meinst, Podjomkin hatte... Du kennst ihn. Er hat Jeff töten lassen, obwohl er nichts getan hat. Nur weil ich wütend war. Du warst fast noch ein Kind. Podjomkin hätte erkennen müssen, dass du lügst. Ich kann mich da nicht rausreden. Genauso wenig wie ich. Es ist gut, dass es raus ist. Und ich bin froh, dass du ehrlich zu mir warst. Keine Geheimnisse mehr. Der Wahnsinn auf diesem Schiff war also doch noch zu was gut. Hey, ich werde auf dich aufpassen. Und um deine Zukunft musst du dir auch keine Sorgen machen. Mit dem Zahlencode kommen wir an die 10 Millionen. Podjomkin ist tot, er kann das Konto nicht mehr sperren lassen. Ja, aber weißt du, was mir viel wichtiger ist als das ganze Geld? Ich bin jetzt frei. Hey, ich kann endlich tun und lassen, was ich will. Und weißt du, womit ich anfange? Ich will mir mal in Ruhe das Schiff ansehen. Ich fände es besser, wenn du das nicht machst. Wir wissen nicht, ob das Schiff sicher ist und ich möchte nicht, dass dir was passiert. Was soll mir schon passieren? Katz ist in Haft und... Vielleicht hat er noch Handlanger an Bord. Oder Fallen aufgestellt oder was auch immer er sich in seinem irren Hirn sonst so ausgedacht hat. Wenn du glaubst, ich würde den Rest der Reise in dieser Suite hier verbringen, dann hast du dich getäuscht. Wer ist da? FBI ist in die Tür. Was willst du, Rusty? Hey, Olaf. Ich suche... Oh, hi, Katja. Hi. Ich suche Nick, den Kleinen. Ist nicht hier. Naja, vielleicht habt ihr ihn ja irgendwo... Nein, haben wir nicht. War's das? Also, wenn ihr ihn seht... Sagen wir Bescheid und jetzt verpiss dich. Oh Mann, ist ja schon gut, Sonnenschein. Du musst hier nicht gleich eine großen Mafia machen. Hasta luego. Rusty, warte. Ich komm mit. Ich helf dir beim Suchen. Cool. Katja, ich hab gerade versucht, die Tür... Ich lass mich hier nicht länger einsperren. Wenn du mich wie eine Gefangene behandelst, bist du kein bisschen besser als Podjomkin. Autsch, das hat gesessen. Katja, ich verspreche dir, ich sorge dafür, dass wir schnellstens ans Festland kommen. Und da können wir machen, was wir wollen. Oh Mann, du redest und redest. Wie wär's, wenn du es auch einfach mal machst, dann unterhalten wir uns weiter. Komm, Rusty, wir gehen. Olof, was wollen Sie denn hier? Entschuldigung, Linda, ich muss mit Ihnen reden. Ich schwimme gerade. Das sehen Sie doch. Hat das nicht Zeit, bis ich hier fertig bin? Das ist dringend. Es geht... Es geht um Frauen. Und Sie sind nun mal einer der wenigen hier an Bord. Warum fragen Sie nicht Katja? Ah, ich verstehe. Katja ist das Problem. Sie denkt, ich will sie in der Suite einsperren wie Podjomkin. Aber ich will sie nur beschützen. Haben Sie sie eingesperrt? Nein, natürlich nicht. Sie ist mit Rusty unterwegs, um den Jungen zu suchen. Nick ist wohl irgendwie abgehauen. Lassen Sie Katja Ihre Freiheit. Sie haben sich gegen Podjomkin gestellt und zu ihr gehalten, als es darf, ankam. Das wird sie nicht vergessen. Sie wird zu Ihnen zurückkommen. Das macht mir keine Sorgen. Aber dieses Schiff. Ich traue dem Frieden nicht. Man kann nicht wissen, was Katz noch alles vorbereitet hat. Oder wer plötzlich vor einem am Pool steht. Ich hätte Sie nicht gestört, wenn es mir nicht wirklich wichtig wäre. Und jetzt wollen Sie, dass ich als Frau mit Katja spreche und Sie überzeuge, zurück in die Suite zu gehen und da zu bleiben? Nein. Sie könnten mir aber einen anderen Gefallen tun. Ach, sieh an. Was haben wir denn da? Hey, Captain! Was wollt ihr? Oh, 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 oh. Die Stimmung an Bord war aber auch schon mal besser. Vielleicht gehen wir lieber wieder. Nein, wartet. Tut mir leid. Die letzten Tage waren einfach ein bisschen, sagen wir, nervenaufreibend. Ich wurde angeschossen und alles. Ihr wisst schon. Und ich wurde in die Haut eines toten Star-Entertainers eingenäht. Und ich habe in der besten Suite des Schiffs gewohnt. Oh. Bei einem irren russischen Milliardär, der mich wie seine Tochter aufgezogen hat, aber jeden Abend mit mir ficken wollte. Ganz abgesehen davon, dass er mein Gehirn als Schließfach für einen Code benutzt hat und mich dann ohne mit der Wimper zu zucken an irgendwelche Fremden verschenken wollte. Okay. Und wer von uns hat jetzt gewonnen? Das war für uns alle keine Erholungsreise. Also, warum seid ihr hier? Was kann ich für euch tun? Wir suchen den kleinen Nick Portman. Hier ist er nicht. Ja, das sehe ich. Aber vielleicht... Naja, ich meine, ich könnte doch nur Durchsage machen. Den kleinen ausrufen über die Bordlautsprecher. Bitte? Ach so, ja, klar. Und dann komm mal hier rüber. Da ist das Mikro. Siehst du? Einfach auf den kleinen grünen Knopf da drücken. All right. Und sag mal, sag mal, Captain, kannst du mal so lange dieses Piepsen abstellen? Ich kann mich so nicht konzentrieren. Mach einfach deine Durchsage, Rusty. Ich habe hier wirklich Besseres zu tun. Ey, sag mal, wo ist denn jetzt schon wieder das Problem, Alter? Und was ist das überhaupt für ein Piepsen? Muss dich wirklich nicht kümmern. Das kommt doch vom Radar, oder? Ey, nichts anfassen. Der leuchtende Punkt hier, der piepst so. Sie kennen mich ja nicht besonders gut aus mit dem Kram, aber der Punkt da, das sind nicht wir. Das ist irgendwas anderes. Ja, das ist irgendwas anderes. Ja, und was? Ich meine, ist das ein Schiff oder... oder ein Schiff? Ich habe keine Ahnung, Rusty. Aber wenn ich es rauskriege, bist du der Erste, der es erfährt. Hä? Sollen wir die nicht mal anfunken oder eine Leuchtrakete hochschießen, damit die uns sehen? Der Funk ist kaputt, Rusty. Schon vergessen? Und eine Leuchtrakete? Selbst wenn es hier welche gäbe, wären die doch am helllichten Tage nur bedingt hilfreich. Ja, aber Mann, irgendwas müssen wir doch machen. Was auch immer das da auf dem Radar ist, es bewegt sich nicht. Aber wir, wir steuern direkt darauf zu. Wenn das ein Schiff ist und Menschen drauf sind, werden die uns sowieso irgendwann sehen. Und wann wolltest du uns das sagen? Das sind doch geile News. Ich habe es selbst gerade erst entdeckt. Mann, warum bist du eigentlich so genervt? Seit wir Katze haben, läuft doch alles wieder total super für uns. Ich habe dir doch eben gesagt, es waren harte Tage. Nee, 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 nee. Da ist doch noch ein anderer Grund. Irgendwas verschweigst du uns doch. Leute? Jetzt pass mal auf, Detective Rusty. Wenn dir langweilig ist, dann lass dir doch noch mal von einem Skorpion in die Zunge stechen oder sonst was. Leute, Leute! Was denn? Kommt mal her, seht mal da runter. Im Pool. Was? Mein Gott. Was ist das? 5.730.617. 5.730.619. 5.730.631. 5.730.643. 5.730.667. Hallo? Wer ist da? Cheng Ye, ich bin es. Linda. Ach, Miss Ericsson. Ich habe ja ein bisschen was zu essen für dich. Ich dachte, du hast bestimmt Hunger. Das ist sehr freundlich, aber meine Leute bringen mir etwas. Ach, verstehe. Vielleicht, vielleicht möchte Josh etwas? Ich darf niemanden zu ihm lassen. Natürlich, klar. Du stehst ja nicht ohne Grund hier. Aber ich würde ihm wirklich nur das Essen... Miss Ericsson, es geht nicht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und trotzdem sind sie hierher gekommen? Warum? Um dich abzulenken. Hände hoch, Chinese. Es war nicht sehr nett, Miss Ericsson. Es tut mir leid. Nehmen Sie ihm die Waffe ab, Linda. Was habt ihr mit mir vor? Linda wird dich fesseln und mit diesem Handtuch knebeln. Keine Sorge, deine Leute haben es frisch gewaschen. Ach ja, und du wirst dich nicht wehren. Das ist der Kerl da drin nicht wehren. Oh, Mr. Katz ist mir vollkommen egal. Aber Clary und Fletcher wollen, dass ihm nichts passiert. Sie sollten sich also gut überlegen, was sie mit ihm einstellen. Lauze sagt, zeige mir einen Mann, der Gewalt hat, mit dem es ein gutes Ende genommen hat. Und ich will ihn zu meinem Lehrermann. Glaub mir, Chinese, ich weiß genau, was ich tue. Und jetzt Mund auf. Ich werde mich in dieser Zelle verbarrikadieren, bis ich mit Katz fertig bin. Wir beide werden uns verbarrikadieren, bis wir mit Katz fertig sind. Glauben Sie mir, Sie wollen nicht erleben, was da drin gleich passiert. Katz hat meinen Vater getötet. Es gibt kein Leid, was ich diesem Mann nicht wünsche. Sich etwas wünschen und das Sehen sind zwei verschiedene Dinge. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan, Olaf. Sie sind mir etwas schuldig. Also gehe ich damit rein. Unter einer Bedingung. Und die wäre? Egal, was ich in diesem Raum mit Katz auch mache. Sie werden nicht versuchen, mich daran zu hindern. Und Sie werden nicht rausrennen und jemanden rufen, der mich daran hindert. Sie können die Augen zumachen und die Ohren zuhalten, mehr nicht. Das hier ist die letzte Chance, Nein zu sagen. Wenn wir in der Zelle sind und die Tür zufällt, dann bleibt sie zu. Erleben Sie Orte der Stille auf der Princess of Wales. Auf der Suche nach Ruhe und spirituellen Begegnungen stehen Ihnen unsere Kapellen und Gebetsräume an Bord rund um die Uhr zur Verfügung. Besuchen Sie uns auch für Austausch und Gespräche im Saal der Religionen der Welt. Wir sind immer für Sie da. Wir machen es so. Du beantwortest mir meine Fragen und dann beantworte ich dir deine. Also nochmal. Wenn es sein muss. Ich heiße Jonathan Lindbergh und ich bin Spielsücht. Aha. Oh, tut mir leid. Alte Gewohnheit aus der Selbsthilfegruppe. Ich heiße Jonathan Lindbergh und fliege Hubschrauber. Wie wäre es, wenn du dich ein bisschen mehr anstrengst? Ist ja schon gut, schon gut. Also, es kam ein Typ zu mir, zum Flugplatz. Der hat gesagt, er kommt im Auftrag von einem anderen Typen. Und die wiederum hätten einen Auftrag für mich. Wann kam er zu dir? Wo war das genau? Und was war das für ein Typ? Vor fünf Tagen ungefähr. In Puerto Limon, Costa Rica. Irgendein Typ, so 1,80 vielleicht, braune Haare, Amerikaner. Das heißt, du bist in Puerto Limon losgeflogen? Nein, ich bin zu Fuß nach Brasilien gegangen und von da losgeflogen. Okay, pass auf. Ich kann dich auch zu den Idioten da drüben in den Käfig stecken und sehen, was passiert. Was für eine unhöfliche Idee. Aufgepasst, ich fahre fort. Ich bin dann von meinem Flugplatz losgeflogen, aber nicht mit meinem Hubschrauber. Wenn es meiner gewesen wäre, hätte nämlich keiner die Elektronik am Rotor manipuliert. Kommt das öfter vor, dass du mit fremden Hubschraubern fliegst? Kurz nachdenken. Moment. Tipp, tipp, tipp. Nein, war das erste Mal. Nicht misstrauisch geworden? Es gab 6.000 Gründe, die mich beruhigt haben. Ah, verstehe. Wie war der dir genau? Nelson auf Schiff bringen. Nelson einen Tag später wieder abholen. Nur Nelson? Nicht Potjomkin, Orlov oder irgendwen anders? Hab ich doch gerade gesagt. Nelson auf Schiff bringen. Nelson einen Tag später... Und die Auftraggeber? Das Einzige, was ich von denen gesehen habe, waren 6.000 Dollar und der Sender mit dem Knopf, auf den ich drücken sollte, wenn was anders läuft als geplant. Und nein, im kleingedruckten Stand nicht, dass der Hubschrauber abstürzt, wenn ich's mache. Wie lange seid ihr geflogen? Zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden? Da fängt das Gehirn an zu arbeiten, nicht wahr? Was meinst du damit? Na, überlegen wir doch mal. Wenn das Schiff zweieinhalb Flugstunden von Puerto Limon entfernt war, warum hat es dann immer noch nicht die Küste erreicht? Der Käpt'n hätte nur Kurs nach Westen setzen müssen. Vielleicht hat jemand die Instrumente manipuliert, so wie die Elektronik am Rotor vom Hubschrauber. Mhm, durchaus möglich. Instrumente kann man manipulieren, aber nicht die Sonne am Himmel. Die geht im Osten auf und im Westen unter. Und um das zu merken, braucht man kein Kapitänspatent. Wohin also fährt dieses Schiff? Lass mich frei und ich find's raus. Ja, alles klar. Hey, hey, warte. Ich kann sowas. Ich wär auch fast mal Geheimagent geworden. Fletcher und Cleary, wir brauchen dich hier oben am Meerwasserpool. Fletcher und Cleary, wir brauchen dich hier oben am Meerwasserpool. Horsch, was kommt von draußen rein? Holla hi, holla ho. Wird wohl ein Feindsliebchen sein. Holla hi, ho. Und Linda, was sagst du? Bist du noch mein Feindsliebchen? Du bist ein widerliches Schwein. Ich hoffe, du wirst langsam und qualvoll zugrunde gehen, Joshua Katz-Cohen. Wenn ich dann im Himmel bin, holla hi, holla ho. Ist mein Liebchen auch darin, holla hi, ho. Bist du jetzt fertig mit deinem Lied? Aber war ich mir so sicher, dass ihr gekommen seid, um mich zum Singen zu bringen. Denn es ist ein alter Brauch, holla hi, holla ho. Was ich lieb, das kriegt sich auch, holla hi, ho. Du wirst singen, wenn ich es dir sage. Ah, ich freue mich drauf. Aber ganz kurz noch, Mr. Orloff. Ich will noch ein paar Worte an die Frau richten, mit der ich schon so schöne Stunden verbracht habe. Linda, Liebes, du siehst zum Anbeißen aus. Ich freue mich so, dass du hier bist. Weißt du, was das Tolle an so einem Aufenthalt hier ist? Man bekommt immer wieder unerwarteten Besuch. Nehmen wir den guten Orloff. Er dürfte eigentlich gar nicht hier sein. Was soll das heißen? Du solltest deinem Herrchen treu in den Hubschrauber und in den Tod folgen. Und was ist stattdessen passiert? Liebe, du verkuckst dich in die kleine Katja und aus dem harten Hund wird ein Romantiker. Und das rettet dir das Leben. Wo wir darüber sprechen, sind Katja und du jetzt eigentlich offiziell zusammen? Und hast du ihr deine Schuld gebeichtet? Und damit meine ich die ganze Wahrheit. Sag, wo fällst du hin, Gregori? Wir sind hier mitten im Nichts. Die Hauptstraßen sind verstopft. Ich nehme eine Ausweichroute. Das ist die wichtigste Rede im Wahlkampf. Keine Sorge, wir werden... Scheiße! Scheiße, Scheiße! Der Mann ist mir direkt vor das Auto gelaufen! Steig aus und hilf ihm, verdammt! Hey, Gregori! Was machst du? Sag mal, bist du irre? Wir haben keine Zeit. Wir müssen zur wichtigsten Rede deines Wahlkampfs. Außerdem, was würden wohl die Wähler sagen, wenn sie erfahren, dass die Limousine des Kandidaten einen Mann angefahren hat? Denn du hast ihn angefahren. Als ob das für die Medien eine Rolle spielt. Die wollen nur jemanden kreuzigen und bestimmt nicht den Chauffeur. Wir fahren jetzt weiter und ich rufe Mikrahil an. Der wird den Mann von der Straße verschwinden lassen. Irgendwann wirst du es Katja sagen müssen. Ich liebe unerwartete Romanzen. Herrlich, oder? Das Spiel bekommt ein Eigenleben. Und dadurch wird es ja jetzt erst richtig interessant. Also, hier steht er nun vor mir. Der Grigori Orlov. Seines Zeichens verliebter Preisboxer und will, äh... Ja, was eigentlich? Was ich rede vermutlich? Dass du redest? Ja, das möchte ich. Aber ich bin ein höflicher Mensch. Höflicher Mensch. Ich lasse der Dame den Vortritt. Linda, soll Katz noch irgendetwas anderes tun, bevor er redet? Katz soll leiden. Für alles, was er mir und meinem Vater angetan hat. Wie könnte ich einer Lady diesen Wunsch ausschlagen? Weißt du, Herr Katz? In meiner Zeit bei Potjomkin hab ich die Augen offen gehalten. Man mag über ihn sagen, was man will, aber er war ein guter Lehrmeister. Er hat mir beigebracht, dass man einen Mann auf verschiedene Arten brechen kann. Man kann ihm das nehmen, was er über Jahre aufgebaut hat. Man kann ihm sein Geld nehmen, seine Macht. Man kann seinen Ruf ruinieren, indem man Lügen über ihn verbreitet. Oder indem man die Wahrheit über ihn verbreitet. Man kann seine Eltern töten, seine Frau, seine Kinder, alle, die er liebt, und ihn zurücklassen in seiner eigenen kleinen Erbärmlichkeit. Aber die aufrichtigste Art von allen ist immer noch ihm in die Augen zu sehen, während man ihm Schmerz zufügt. Komm! Setz dich wieder hinten! Pass mal nicht auf den Boden! So ist es gut. Wie sieht es aus? Gefällt dir dein Spiel noch immer? Findest du es noch amüsant? Was? Ich kann ihn nicht verstehen, warte. Sag's mir ins Ohr. Es bringt an mich zu langweilen. Du redest zu viel und du schlägst wie ein Mädchen. Ganz wie du willst. Olaf, lass ihn am Leben! So einfach soll er nicht damit... Keine Sorge, ich weiß genau, was ich tue. Habt du etwa schon fertig? Ist das alles, was von dir auf dir dabei hat? Gebraten? Nein, das war erst der Anfang. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand! Gut. Und jetzt sag mir, auf welchen Finger du als Programmierer verzichten kannst. Auf alle! Es gibt so gute Sprachenkennungssoftware heutzutage. Du machst dir keiner vorstellt! Dann solltest du vielleicht damit anfangen, dir deine Zunge rauszuschreiden. Ich glaube, du hast das Ganze nicht ordentlich durchdacht. Wie soll ich denn ohne Zunge enthüllen, was du willst, dein Bild? Ganz einfach, du schreibst es auf. Und jetzt raus mit der Zunge. Mach deinen scheiß Mund auf und streck deine Zunge raus! Das ziehst du nicht durch! Dafür bist du viel zu! Was ist das so? Die Geräusche, sie sind weg. Nicht schon wieder. Was? Was ist das? Was ist hier los? Fletcher, was ist hier passiert? Der Junge. Shit. Nicht Nick! Er muss in den Pool gefallen sein. Und die Haie... Seid ihr euch sicher, dass er es ist? Hier, wir haben den Schuh hier gefunden. Den Poolball, den Blut. Nick ist da nicht reingefallen, auf gar keinen Fall. Er wurde gestoßen. Was? Das war Katz. Ich erinnere mich genau, was er zu Nick gesagt hat. Hier ist es. Hier ist der Zub. Der ist ja riesig. Die vielen Käfige. Und das Aquarium. Da waren vorher Haie drin, Nick. Jetzt sind die oben im Swimmingpool an Deck. Echt? Wir gehen nachher mal hin, okay? Wie soll Katz das gemacht haben? Wir haben ihn eingesperrt. Und zu dem Zeitpunkt hat Nick noch gelebt. Er muss es ja nicht selbst gemacht haben. Meinst du? Becky? Na ja. Hey, hey, hey. Ihr habt ja wohl den Arsch offen. Könnt ihr mal aufhören mit eurer Verschwörungstheorie, Scheiße? Sie hat Siemen umgebracht. Ja, war doch nicht Nick. Die hat ihn klein geliebt, verdammt nochmal. Wir waren uns einig, dass wir das mit Siemen vergessen. Wenn sie es nicht war, wer war es dann? Du kennst die Antwort, Tom. Du willst es nur nicht wahrhaben. Was soll denn das jetzt heißen? Ja. Wir alle waren das. Tom, Fletcher, Linda, du, ich. Wir alle haben gewusst, dass die Haie hier im Pool sind. Und anstatt sie zu töten, haben wir uns alle nur um unseren eigenen Scheiß gekümmert. Den Kleinen hat niemand in den Pool geschubst. Der wusste, dass die Haie hier sind. Aber weil keiner mit ihm mitgegangen ist, hatte sie sich allein angesehen. Er ist gestolpert, ausgerutscht. Was auch immer. Aber die Verantwortung dafür, die tragen wir alle. Also lass Becky aus dem Spiel. Rusty, wir müssen das trotzdem klären. Ich, ich fürchte, wir müssen vorher dringend mal was ganz anderes klären. Na los, Fletcher. Erzähl ihm von dem Ding auf, dass wir zufahren. Bitte? Wir haben da was auf dem Radar. Vor uns. Geht's ein bisschen genauer? Was ist das? Das Festland? Nein, eben nicht. Vielleicht ein Schiff. Ich weiß es nicht. Und warum ist es nicht das Festland? Wie, warum? Wir sind im Atlantik. Wenn wir Kurs nach Westen gesetzt hätten, wären wir schon längst auf irgendeine Küste getroffen. Costa Rica, Nicaragua, Panama. Irgendwo wären wir gelandet. Lindberghs Hubschrauber hat uns in zweieinhalb Stunden erreicht. Wo also, Fletcher, fahren wir hin? Nach Norden, momentan. Norden? Norden ist nicht gerade Westen. Wo willst du mit uns an Land gehen? Arktis? Nein, das ist nicht der Plan. Warum fahren wir dann nach Norden? Weil das Schiff momentan nur nach Norden fahren kann. Was? Ich kann den Kurs nicht ändern. Schon mal auf die Idee gekommen, das Schiff zu stoppen und zu klären, warum man es nicht steuern kann? Ja. Mir gefällt irgendwie nicht, dass du so einsäbig wirst. Das Schiff lässt sich nicht stoppen. Moment mal, wartet mal. Also, ich bin ja kein Seemann, aber ich bin Stuntman. Ich kenne mich mit Crashs aus. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir mit einem Kreuzfahrtschiff direkt auf irgendwas anderes zufahren, das wahrscheinlich auch nicht besonders klein ist, dann sieht das nach einem mächtigen Crash aus. Wann wolltest du uns sagen, dass du das Schiff nicht mehr unter Kontrolle hast, Fletcher? Ich bin der Kapitän des Schiffs und ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Du hast echt ein riesiges Ego-Problem. Du wirst es ja wissen. Du bist doch Experte auf dem Gebiet. Hey, hey, hey. Sind wir auf dem Schulhof oder was? Wenn ich euch nochmal daran erinnern darf. Wir sind auf Kollisionskurs. Und wenn ihr zwei Alpha-Männchen keine Lösung für das Problem habt, dann solltet ihr vielleicht einen fragen, der garantiert eine hat. Ja, genau den. Fucking Werner Katz. Formel die Nonas Joshua Isvalcone. So, und ich gehe jetzt zu Becky und erkläre ihr das mit Nick. Fuck. Und kann dann jetzt irgendwer endlich mal diese Scheißhaie abknallen? 6.118.157. 6.118.163. 6.118.183. 6.118.163. 1.118.173. 6.118.163. 1.193. Danke. So geht, Cengel? Ja, es geht. Wer war das? Wer hat dich gefesselt? Olaf. Olaf und Miss Ericsson. Shit. Mach die Tür auf, wir müssen zu Katz. Jetzt mach die verdammte Tür auf, Mann. Ich glaube nicht, dass er sie reinlässt. Ach nein? Cleary. Komm. Olaf, Linda. Verdammt, was macht ihr hier? Was soll das? Ich wollte nur mit Katz reden. Dann sind wir schon zu zweit. Tja, da gibt es nur ein kleines Problem. Ach du Scheiße. Was habt ihr mit ihm gemacht? The Cruise Teil 5 von Edgar Lindscheid und Stuart Kummer. Musik Lars Gehlhausen und Stuart Kummer. Mit Gerrit Schmidt-Voss als Werner Katz. Tobias Meister als Tom Cleary. Ilona Otto als Katja. Daniel Wiemer als Gregory Orloff. Und Jan Odle als erster Offizier Fletcher. sowie Lisa Verlinder, Anna Fischer, Assad Schwarz, Markus Off, Nana Spier, Stefan Kaminski, Ü Fang, Jennifer Böttcher und Christoph Maria Herbst. Technische Realisation, Matthias Fischenich und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz, Hanna Steger. Regie, Stuart Kummer. Dramaturgie, Nathalie Cialis. Dramaturgie, Dramaturgie, Nathalie Cialis. Dramaturgie, Nathalie Cialis. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln, 2015 Nick ist nicht tot, kann er ja gar nicht sein Becky, ich hab ihn gesehen Er kann nicht tot sein, das geht überhaupt nicht Ich hab ihm ja grad auch die heiße Schokolade hier gemacht zum Beispiel Nee, Baby, du musst mir... Ach komm, bitte, ich war doch da am Pool Wir haben alle gesehen... Du hast die? Ist da irgendwo Sahne? Guck mal bitte im Kühlschrank, ob die hier Sahne haben Oh Mann, Becky Ja, okay, warte Ah nee, jetzt... Ah, jetzt weiß ich Hier war... Hier war doch irgendwo... Sekunde Ah, genau Bam! Bitte sehr Jede Menge Sahne Hier, komm Becky Mann, komm, jetzt mach's mir doch nicht so schwer Ich... Mann, ich erzähl dir doch keine Scheiße Sorry Aber du musst mir glauben, die Eier haben... Nick, muss ich irgendwie... Das ist nicht dein Ernst Sprühsahne? Die haben hier so billige Sprühsahne aus der Dose Auf einem Luxusschiff Das ist ungerecht Das ist so wahnsinnig ungerecht Nick, nein Nicht unser kleiner Junge Bitte jetzt nicht auch noch Nick Ah Becky, Becky 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 Baby Baby, komm her Komm, bitte Dieser verdammte Korn Ey Katz kann es gar nicht gewesen sein Er war schon längst in der Zelle Als... Glaub mir doch, bitte Es war ein beschissener Unfall Mir doch egal Coen oder Katz oder wie auch Heißt es für alles hier verantwortlich Das ist doch alles sein Scheißspiel Rusty Ein Kind ist tot Josh hat ein Kind sterben lassen Verstehst du? Ich schwöre dir Dafür bring ich ihn um The Cruise Tile 6 Katz, hörst du mich? Katz! Wie sieht er aus? Lebt er noch? Ich hoffe ja Und jetzt will ich wissen, was ihr Idiot mit ihm gemacht habt Olof Okay, ich hab ihn vielleicht ein bisschen hart angefasst, kann sein Aber dafür bin ich nicht verantwortlich Katz hat einen Rückfall Sie meint einen Anfall Er hat gesagt, dass die Geräusche irgendwie alle weg sind So wie am ersten Abend beim Dinner, weißt du noch? Und dann hat er angefangen zu schreien und ist hingefallen Und warum hat er einen Anfall bekommen? Vielleicht, weil ihm jemand zu oft auf den Schädel geschlagen hat? Warum zur Hölle habt ihr ihn so zugerichtet? Weil du deine Arbeit nicht gemacht hast, Tom Weil deine Befragung zu nichts geführt hat Ah, okay Und wie viel habt ihr aus ihm rausbekommen? Nichts Ach so, nichts Cool Ihr habt ihm nämlich genau zum richtigen Zeitpunkt das Hirn zu Brei geschlagen Denn jetzt brauchen wir wirklich dringend Antworten von ihm Dieses Schiff ist auf Kollisionskurs Und Werner Katz hier ist höchstwahrscheinlich der Einzige, der es stoppen kann Er bewegt sich Katz! Katz, hörst du mich? Katz, kannst du mich verstehen? Sag was, wenn du okay bist Sie haben wunderschöne Haare Ja? Schauspieler Nehmen Sie eine besondere Spülung Hör auf mit dem Unsinn, bist du in Ordnung? Hast du Schmerzen? Ich drehe mich nochmal kurz um, bis sie mit meinem Wagen fertig sind Und nicht so viel Halsschwachs, das ist nicht gut für die Umwelt Hey, hey, nicht ohnmächtig werden, Katz, bleib bei uns Der zieht dir doch eine dicke Nummer ab, Mann, und das kann ich auch beweisen Du wirst ihn nicht nochmal anfassen Wir brauchen dringend Becky hier unten Sie soll sich Katz mal ansehen Ansehen ist gut Oh Gott, Olaf, sieh lieber zu, dass du Becky findest, aber schnell Du kannst dich von der Brücke aus über die Lautsprecher ausrufen Das wird das Einfachste sein Alles klar Und bring auf dem Weg dahin niemanden um, wenn es sich einrichten lässt Fick dich Ich liebe dich auch, Mann 7.688.389 7.688.399 7.688.413 7.688.419 7.688.431 Das Schiff lässt sich wirklich nicht stoppen? Captain Fletcher hat es jedenfalls nicht geschafft Es gibt vielleicht eine Möglichkeit Wie bitte? Ein Mechanismus im Maschinenraum, ein Notknopf Und damit kommst du uns jetzt Wieso hast du ihn nicht längst gedrückt? Ihr versteht das nicht Kein Kapitän auf der Welt drückt diesen Knopf Das ist ein Offenbarungseid Das ist wie das Schiff zu verlassen, bevor alle Passagiere von Bord sind Du lässt uns lieber alle verrecken, als über deinen erbärmlichen Seefahrer-Schatten zu springen? Ich hab dir doch gerade von dem Knopf erzählt Ja, und weißt du was? Ich drücke ihn für dich, damit du dein Gesicht nicht verlierst, du Idiot Wo ist das Ding genau? Am hintersten Ende des Maschinenraums, auf einem Schaltpult Der große rote Knopf unter den Sicherheitskasten Hier Kasten aufschließen, Knopf drücken, fertig Alles klar Los, komm Linda, wir gehen Ich? Warum? Ich verstehe ja nichts von Schiffsmotoren Sagen wir mal so, ich will möglichst viel Entfernung zwischen dich und Katz bringen Becci! 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 Was? Sie lasst mich in Ruhe! Hörst du nicht die Durchsage? Was? Verdammt nochmal, mach die Musik wieder an und verpiss dich Hast du denn nicht die Durchsage gehört? Nein, ich hab Woffinger gehört, bis du sie ausgemacht hast Ja, tut mir auch leid, aber Orlof will Wiederhole, Becci Teresias, bitte komm in die Arrestzelle auf Deck 6 Wir haben einen medizinischen Notfall Ja, genau Der Becci trifft, begleitet sie bitte Das will Orlof Mir egal, ich kann jetzt leider nicht Wie war das, Becci? Warum wolltest du nochmal Ärztin werden? Um Menschen zu helfen, oder? Rusty, ehrlich, lass es, tschüss Na gut, dann anders Du hast gesagt, du willst Katz umbringen Katz ist da unten in der Zelle Ist das nicht seltsam? Warum erzählt Fletcher uns erst jetzt von dem Notknopf? Fletcher eben Er ist ehrgeizig Wäre gern früher Kreuzfahrtkapitän geworden Jetzt hat er endlich die Möglichkeit Und hat sich dafür das schlimmste Schiff der sieben Weltmeere ausgesucht Eins, dass er Licht unter Kontrolle bekommt Und er ist stolz, deshalb hat es ein bisschen gebraucht Bis er sich das eingestanden hat Ach komm, das glaube ich nicht Da steckt mehr dahinter Ja, bitte noch mehr Verschwörungstheorien Da ist die Tür zum Maschinenraum Ey! Was ist das denn? Hallo? Könnt ihr nicht antworten? Becky, gut, dass du da bist Mutter Rusty? Sie sind so schnell gekommen, wie es ging Das ist ja meine wunderschöne Mutter Und sie trägt das Kleid, das ich hier genäht habe Was ist denn mit ihm los? Er ist der Grund, warum du herkommen solltest Oh nein Wenn es ihm schlecht geht, dann ist das die beste Nachricht des Tages Und wenn er verreckt, dann Halleluja Becky, ich weiß nicht, ob Rusty es dir gesagt hat Aber das Schiff ist auf Kollisionskurs Wir brauchen Cuts Und im Moment sieht es so aus, als hätte er irgendwie den Verstand verloren Und ich soll herausfinden, ob er simuliert Kannst du das? Klar doch, gib mir ein Skalpell und... Becky, bitte, bitte Kannst du nicht wenigstens mal untersuchen? Ach Mann ey, das ist die Hölle hier, wisst ihr das? Mutter, wie schön dich zu sehen Geh mal zur Seite, lass mich zu mir Schenkepastel, es muss hier irgendwo sein Helfen dir Schläge bei der Diagnose? Ich will dir das geschenkt, bitte So, und jetzt erzähl mir, wo Katz das plötzlich hier hat Olaf hat ihn zusammengeschlagen Und Katz hat dadurch wohl eine Art Anfall bekommen Hat nichts mehr gehört und ist dann zusammengebrochen Er hat mir schon mal von solchen Höraussätzen erzählt Wollte meine Meinung dazu wissen Es kann eine Menge Gründe dafür geben Von Stress bis Hirntumor Und sein geistiger Zustand? Er wurde zusammengeschlagen Wer weiß, wie sein Gehirn das verkraftet hat Gibt es irgendwas, das wir tun können? In diesem Zustand hier hilft uns Katz nicht wirklich weiter, oder? Ich fürchte nichts Na dann werfen wir ihn doch einfach über Bord Das ist keine Option, Becky Also gut, passt auf Ich muss jetzt wieder auf die Brücke Ihr bleibt hier bei Katz, okay? Und Rusty, lasst bitte auf, dass Becky nichts antut, verstanden? Aye, aye, Sir Oh mein Gott! Ey, was ist jetzt? Was riecht hier so? Tür auf oder Tür zu? Das ist ja entsetzlich! Freunde, es zieht! Jetzt steht er da nicht so rum! Tom, wer ist das? Ich bin mir nicht sicher, aber Wenn ich ihn mir ein paar Jahre jünger vorstelle Und ohne den Bart... Dann bin ich jetzt auch mal gespannt Dann würde ich sagen, es ist Charles McAbee, der Dritte Der Dritte... Er ist der Gründer von Mighty Leaks Die Enthüllungsplattform? Die Speerspitze der absoluten Transparenz Das Ermöglichungsorgan des investigativen Journalismus Die letzte Festung zwischen den... Zwischen den freien Menschen und der totalen kapitalistischen Vereinnahmung Wieso sitzt er hier im Maschinenraum? Nackt? Und gefesselt mit einer Kette und einem Halsband inmitten von... Leeren Energy-Ding-Dosen Black Viking Ihr zwei, anstatt über mich zu reden, könnt ihr auch mal mit mir reden Ich bin hier im Raum Hallo? Ihr könnt mich sehen! Na gut, McAbee Komm schon, nimm mich Flint Wie? Mein Hacker-Name Ich hab diesen... Diesen Charles McAbee, der Dritte, Quatsch nie gemocht Mein Großvater gibt meinem Vater seinen Namen Und mein... Und mein Vater gibt ihn mir Das ist so unerträglich einfallslos Flint Ja, alles in Ordnung Kurz bevor mein Vater gestorben ist Hat er mir gesagt, ein Mann namens Flint würde zu mir kommen Und mich nach ein paar Schädeln fragen Könnte ja auch ein Zufall sein Ach, komm Ist auf diesem Schiff bisher irgendetwas zufällig passiert? Äh, Freunde Ehrlich, wer flüstert, der lügt Das weiß jeder Grundschüler In Ordnung, Flint Warum bist du hier? Werner Katz hat mich hierher gebracht Nackig gemacht Angekettet Und mir in der Palette Black Viking hingestellt Du kennst Werner Katz? Ja, logisch kenne ich ihn Werner und ich Wir sind... Wir sind Partner Vegetarisch oder Hühnchen? Bitte nicht füttern Was? Steht auf dem Schild an meinem Käfig Bitte nicht füttern Das geht schon in Ordnung Du bist ja nicht der Orang-Utan Warum sitze ich dann in seinem Käfig? Keine Sorge, du kommst bald raus Also, vegetarisch oder Hühnchen? Hühnchen Wann ist bald, mein Fräulein? Ziemlich bald Okay, ich sollte dir das wahrscheinlich nicht erzählen Aber das Schiff hier fährt auf irgendwas zu Keine Ahnung auf was Aber so wie es aussieht Kann man es weder stoppen Noch den Kurs ändern Das ist ja entzückend Und warum nicht? Weil Katz es wohl so wollte? Und wer ist Katz? Du hast keine Ahnung, was hier abgeht Dir hat niemand was erzählt? Deine Freunde haben nicht viel mehr gesagt Als rein mit dir in den Käfig und Schnauze halten Dann versuche ich es dir zu erklären Katz Er ist ein Verrückter Ein durchgeknallter Programmierer Der irgendwie an Geld gekommen ist Und sich einen komplett irren Traum erfüllt hat Ein Spiel in echt Also, wie so ein Computerspiel-Abenteuer Ein Rollenspiel mit Aufgaben und Fallen und so Nur eben in der Realität Hier und jetzt Mit uns allen als Spielfiguren Und er meint es verdammt ernst Es hat schon einige Tote gegeben Ein Spiel in der Realität in diesem Setting hier Das gibt's ja nicht Das klingt genial Wahnsinn Komm schon, Fräulein Erzähl mir mehr Alles, was du weißt Das ist es ja Ich weiß nichts Niemand weiß was Er hat immer nur gesagt Wir müssen das Spiel spielen Das würde ich ernst nehmen, Fräulein Ihr müsst das Spiel unbedingt weiterspielen Um das Schiff zu stoppen Glaubt mir Ich bin Experte für Spiele aller Art Das erzähl mal den anderen Von denen glaubt keiner so richtig an das Spiel Wo ist ihr Katz? Habt ihr Kontakt zu ihm? Er ist hier an Bord Er spielt mit in seinem eigenen Spiel Na, das ist doch schon mal was Ey, Fräulein Ich muss mit ihm reden Geht das? Leider nicht Er ist eingesperrt Und du auch Verstehe Was weißt du noch über ihn? Nur was die anderen mir so erzählt haben Katz hat sich Joshua Cohen genannt Als er an Bord kam Er wollte mit der Princess of Wales nach Frankreich Und von da aus weiter Um die Asche seiner Mutter In ihre Heimat Israel zu bringen Und er hat uns alle über Jahre beobachtet Verfolgt und abgehört Er hat uns ausgesucht Weil jeder von uns eine Schuld hat Wir... Danke, Fräulein Reicht schon, reicht schon Und jetzt muss ich den Käpt'n sprechen Dringend Oder ist er auch eingesperrt Was willst du denn von... Das Spielspielen Klar soweit Und ich weiß auch schon Wie es weitergeht Katz ist also dein Partner Wie habe ich das zu verstehen? Na, bei... Bei Mighty Leaks Ich habe ihn eingestellt Er hat sich nicht blöd angestellt Was soll ich sagen? Bei uns gibt es flache Hierarchien Ich wusste ja nicht, was für ein Arschloch er ist Äh, seid ihr jetzt vielleicht mal so freundlich Und macht mich hier los? Das Letzte, was ich tun werde Ist den Partner von Werner Katz freizulassen Ja, glaubst du nicht Ich bin freiwillig hier? Das... Das war so nicht abgesprochen Ich... Ich sollte die Sachen mit den Schädeln regeln Mehr nicht Aber Katz hat mich offensichtlich Genauso verarscht wie euch Er hat mich betäubt Hierher geschafft Ausgezogen und angekettet Ich sitze hier seit Tagen Trinke... Trinke Black Vikings Scheiß mir die Seele aus dem Leib Weil das Zeug abführen Wirken Zähle Primzahlen auf Um mir die Zeit zu vertreiben Wo war ich überhaupt? Bei 9.300... Äh, äh... Oh Mann, jetzt kann ich wieder von vorn anfangen Sag uns lieber, was du über das weißt Was Werner Katz das Spiel nennt Also, ich... Ich weiß, dass es das Spiel gibt Ich weiß, dass du Thomas Jefferson Cleary bist Und ich weiß, dass Selina Eriksson ist Und ich weiß, dass ich die Schädel haben muss Könnte dir so passen Tom, er weiß, wer ich bin Er weiß von den Schädeln Laderang 5 ist gleich hier um die Ecke Lass ihn uns da hinbringen Ich kann den Gestank hier eh nicht länger ertragen Flint ist angekettet Wir brauchen einen Seitenschneider Ihr braucht keinen Seitenschneider Ihr könnt auch den Schlüssel nehmen Werner hat ihn da hinten zu meinen Klamotten gelegt Katz wollte also, dass wir dich hier finden und los machen Wasser, lass uns Flint zu den Schädeln bringen Okay, von mir aus Aber zuerst halten wir noch das Schiff an Falls du den Notknopf meinst Den kannst du vergessen Katz hat ihn sabotiert Du bestattest, dass ich mich selbst davon überzeuge Ey, pass doch auf In der Einwand noch was drin Mann, ich komm doch auch nicht in deine Kabine Und schmeiß einfach deine Sachen um Flint Ehrlich, gibt's denn hier auf der Welt Keinen Respekt mehr vor irgendwas, hä? Flint! Ja, Entschuldigung Entschuldigung, ich bin ein bisschen... Viele Koffeinen Das... Wie geht's eigentlich deinem Vater? Was macht er so? Was, ein was? Das weißt du doch ganz genau Hä? Er ist tot Bitte? Das... Das... Nein Nein, das kann nicht sein Er wollte mir doch die Schäbel geben Er kann doch nicht so einfach... Ich... Okay, das hab ich... Das hab ich nicht gewusst Wie ist das möglich? Katz Er hat dich umgebracht Das macht doch überhaupt keinen Sinn Nichts von all dem her macht Sinn Katz ist wahnsinnig Er hat dich hier unten angekettet Macht das Sinn? So dumm kann er doch nicht sein Er... 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 Er weiß doch, wie wichtig dein Vater ist Wieso wichtig? Äh... Das... Das... Das willst du nicht wissen Nur um das klarzustellen Ich hab Claire zwar dazu gebracht, dich freizulassen Aber noch bist du in Ketten Musst du wissen Showdown auf dem größten Luxusliner der Welt Die Royal Arabian Cruises präsentiert Ihnen die aktuellsten Movie Blockbuster und die exklusive Captain Selection der schönsten Cinema Highlights Erleben Sie beste Unterhaltung und atemberaubende Spannung in einem unserer drei Kinoseele mit High Reality Sound System Sind Sie bereit für etwas mehr Action auf hoher See? Dann sehen wir uns in der Scenic City an Bord der Princess of Wales Also Ich... Ich hab durch meine Arbeit bei Mighty Leaks so einiges über die Reichen und Mächtigen gelernt Es... Es gibt da ein Phänomen Irgendwann merken Sie, dass Geld keinen Spaß macht wenn man zu viel davon hat Gibt ihr nix Langweilt Sie Und Sie fangen an einen Teil davon in Kunst zu investieren Ja Aber nicht die die man in Galerien für ein paar tausend Dollar bekommt Das ist für Anfänger Nee Es geht um die Kunst, die man nicht kaufen kann die der Menschheit gehört Und dein Vater war ein Mann, der genau das der genau das besorgen konnte Das glaubst du doch selbst nicht Mein Vater war kein Grabräuber Unschönes Wort Wirklich Klingt ganz hässlich Aber wenn man die Feinheiten außer Acht lässt Ist das die zutreffende Bezeichnung Was für ein Unsinn Mein Vater war Wissenschaftler Ein international renommiert Professor der Archäologie Ja, der überall auf der Welt im Handumdrehen Ausgrabungsgenehmigungen bekommen hat auf die andere Monate oder gar Jahre warten müssen Glaubst du, die hat er nur durch die hat er nur durch seinen guten Ruf bekommen? Verdammte Scheiße Der Mechanismus funktioniert tatsächlich nicht Wir müssen uns was anderes ausdenken um das Schiff zu stoppen Seht ihr, es gibt Es gibt keinen Grund mir zu misstrauen Also könnt ihr mich jetzt bitte mal los machen? Bitte die Brücke betreten zu dürfen, Sir Ja, ha Irgendwas stimmt doch da wieder nicht Die Maschinen laufen immer noch Sieht so aus, als hätte Katzern alles gedacht Das verdammte Schwein Und wenn er jetzt noch bei Verstand wäre könnte er uns sagen, wie man das Schiff stoppt Nicht wahr, Olof? Oh, natürlich Aber der Herr Erste Offizier hätte uns vielleicht auch mal früher sagen können dass er die Kontrolle über den Dampfer hier verloren hat Okay, okay Gegenseitige Anschuldigungen bringen uns nicht weiter Wenn wir die Maschinen nicht anhalten können müssen wir über eine Evakuierung nachdenken Das Objekt, auf das wir zufahren ist wahrscheinlich ein Atoll oder eine kleine Insel Wenn wir dort auf Grund laufen haben wir noch genügend Zeit alle Leute mit Rettungsbooten von Bord zu bringen Dann sollten wir die anderen Passagiere informieren Hey, was ist das jetzt? Das Schiff beschleunigt Sekunde mal Verdammt, wir sind gleich auf Höchstgeschwindigkeit Dann tu was dagegen Was versuche ich denn hier wohl gerade? Idiot Noch 120 Minuten bis zur Kollision Noch 120 Minuten bis zur Kollision Was? Du solltest dich ein bisschen beeilen mit den Schädeln Außerdem hätte ich gern noch ein paar Antworten von dir Er soll mich bitte nicht so hetzen, sonst verkrampfe ich Sagst du das bitte, Linda? Mach einfach hin, verdammt Alles in Ordnung, Linda? Willst du draußen haben? Du musst nicht hier sein Nein, ich will hier sein und hören, was Flint über Katz zu sagen hat Ja, das würde ich auch gern wissen Der Typ ist begnadet Irrer, aber genial Er kam irgendwann einfach durch die Tür spaziert und hat mir gesagt, ich würde ihn brauchen Also, Mighty Leaks würde ihn brauchen Ich dachte, das ist wieder einer von diesen Möchtegern-Robin-Huts die alle nasenlang bei uns anrufen und mitmachen wollen Aber Katz war anders Er hat mir gezeigt, was er kann Und nach fünf Minuten wusste ich Der Kerl wird uns weiterbringen Nun hätte ich nicht gedacht, dass er eine Gegenleistung dafür verlangt Jetzt bin ich gespannt Ich sag, ich sollte über Mighty Leaks Investoren für sein Spiel suchen Hast du dich darauf eingelassen? Sonst wären wir wahrscheinlich alle nicht hier, Schlauberger Was weißt du über das Spiel? Es ist aufgebaut wie ein Computerspiel Ein Level folgt dem nächsten Man muss Geheimnisse finden Rätsel lösen, Gegner ausschalten Und das Wichtigste Man kann das Spiel nicht umgehen Man muss spielen Die Chancen zu gewinnen stehen nicht besonders gut Aber es gibt Gegenstände, die uns dabei helfen Die richtigen Schädel zum Beispiel Jeder von ihnen schenkt uns ein Leben Wir müssen die Schädel haben Und noch was Ganz wichtig Katz ist nicht euer Gegner Er ist auf eurer Seite Ihr seid sein Team Er hat euch ausgewählt Naja, um uns für unsere Vergangenheit zu bestrafen Ich weiß Nee, weil eure Vergangenheit beweist Dass ihr bereit seid Die moralischen Grenzen hinter euch zu lassen Das ist ihr Trumpf Dann haben wir eure anderen Fähigkeiten Was meinst du damit? Katz hat sich ein Team von Spezialisten zusammengesucht Das ist doch kein Zufall Hier, Becky zum Beispiel Sie ist eure Heilerin Rusty ist dabei Weil er ein Draufgänger ist Der Hubschrauberpilot Weil er spielsüchtig ist Und so weiter Er braucht euch Allein könnte er Sam nicht besiegen Aber mit euch zusammen Hat er durchaus eine Chance Ja, genau, Sam Der geheimnisvolle Gegenspieler Dann sag uns doch mal Wer ist Sam? Ich hab's doch gewusst Was? Die fünf Schädel Hier wird sie Ich hätte es wissen müssen Einer neben dem anderen Die einzigen fünf Kinderschädel Okay Dann sollten wir uns jetzt mal Um das Schiff kümmern Ich hab's doch gewusst Hey, ihr müsst mir weiter zuhören, bitte. Ich kann eure Aufregung verstehen, aber ich weiß nicht, auf was wir da zusteuern. Und gerade deshalb ist es wichtig, dass wir Ruhe bewahren. Wir müssen uns Schritt für Schritt an den Evakuierungsplan halten. Versammelt euch bei den Rettungsbooten am Heck des Schiffes. Nehmt keine privaten Dinge mit. Nur Vorräte in Konservendosen. Und vor allem Wasserflaschen. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis wir gefunden werden. Hört zu! Hey! Selbst wenn das Schiff sinken sollte. Wir haben genug Zeit, uns alle sicher von Bord zu bringen. Aber das heißt, dass wir jetzt aufhören müssen zu diskutieren und anfangen, uns an den Plan zu halten. Also los, Leute. Los, los, los. Bewegt euch. Ihr habt den Käpt'n gehört. Konservendosen und Getränke. Und zieht euch wetterfeste Kleidung an. Sie haben es besser aufgenommen, als ich gedacht hätte. Es bleibt Ihnen noch anderes übrig. Fletcher! Rigori! Mann, Katja, ich hab dich gesucht. Wir evakuieren das Schiff. Nimm dir warme Sachen aus deinem Koffer und geh zu den anderen an Deck. Ich hab was Besseres zu tun. Was? Es gibt eine Möglichkeit, das Schiff zu stoppen. Dazu müssen wir aber Katz spielen, mitspielen. Und Lindbergh will uns dabei helfen. Das ist doch Unsinn und das weißt du auch. Los, Katja, geh jetzt an Deck. Sonst was? Prügelst du mich auch halbtot wie den Katz? Ja, ich hab grad schon davon erfahren. Dieses Schiff ist ein Dorf. Ich hab's für dich getan, Katja. Ich hab dich nicht darum gebeten. Fletcher, bitte, komm mit in den Zoo und hör dir an, was Lindbergh zu sagen hat. Bitte! Darauf wirst du doch nicht hören, Fletcher. Der komische Hubschrauberpilot will doch nur aus seinem Käfig raus. Da geb ich dir recht. Na also. Aber wir müssen ihn sowieso da unten rausholen, um ihn an Deck zu bringen. Und bei der Gelegenheit kann er uns seine Idee ja ruhig mal erzählen. Herr im Himmel, Werner Katz! Aber wo ist der LKW, der dich überfahren hat? Meine Güte, Junge, du siehst scheiße aus. Was ist mit ihm passiert? Sagen wir mal so, er hat so ziemlich jeden hier an Bord mächtig verärgert. Cleary? Wer ist der Typ? Das ist Flint, der Partner von Katz. Jemand hatte ihn im Maschinenraum angekettet. Und dieser jemand war höchstwahrscheinlich Werner. So viel zu seiner Auffassung von Partnerschaft. Hey. Hey, ich kenn dich doch. Du bist doch der Kellner aus dem Café in der 42. Straße. Fast. Du hast noch einen Versuch. Dann hätte ich gerne einen großen White-Chocolate-Mocker mit Doppel-Espresso und ein bisschen Haselnuss-Sirup. Kommt sofort, alter Freund. Setz dich ruhig noch einen Moment wieder hin. Schön. Okay, also so hab ich ihn noch nie erlebt. Wie lange ist das schon so? Der totale Irrsinn. Der ist noch ziemlich frisch. Irgendwelche schlauen Gedanken dazu? Irgendein Vorschlag, wie man das Schiff stoppen kann? Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt. Bedauber. Aber ich würde anbieten, diese kleine Reisegruppe hier anzuführen. Auf ihrem Weg an Deck. Er hat recht. Wir sollten langsam mal verschwinden. In Ordnung. Aber erst mal das hier. Nee, ne? Echt jetzt? Oh Mann, du freist mich aus dem Maschinenraum, um mich jetzt an Katz zu ketten? Why? Sagen wir, ich wollte, dass eure Partnerschaft wieder ein bisschen enger wird. Außerdem trau ich dir genauso wenig wie ihm. Wie kann ich den amerikanischen Geheimdienst nur von meinen ehrlichen Absichten überzeugen? Fang doch einfach damit an, mir zu sagen, wer dieser geheimnisvolle Sam sein soll. Sam ist ein großer Mann. Sam ist ein kleiner Mann. Sam ist eine Frau. Was meint er damit? Sam ist ein großer Mann. Das erkläre ich dir gern auf dem Weg nach oben. Unter zwei Bedingungen. Oh Mann, die wären... Ein größerer Rucksack und so viel Essen aus eurer Küche, wie ich tragen kann. Komm raus, Lindbergh. Na endlich. Man, ich sagte ja eins, ich gehe nie wieder in meinem Leben in einen Zoo. Also Freunde, lasst uns spielen. Moment, bis jetzt habe ich vor, dich von hier aus direkt an Deck zu den anderen Passagieren zu bringen. Und ich glaube noch immer nicht, dass es dieses komische Spiel überhaupt gibt. Du brauchst also schon wirklich gute Argumente, um mich davon zu überzeugen, dich mit Katja durchs Schiff laufen zu lassen. Also bitte, du hast eine Minute Zeit. Ei, ei, Sir. Also erstens, warum weigert ihr euch, in das Spiel zu glauben, wo ihr doch mittendrin seid? Das war kein Argument, das war eine Frage. 40 Sekunden. Okay, anders. Es gibt ein Spiel und ich kenne den nächsten Zug. 20 Sekunden. Katz hat behauptet, Jude zu sein und die Asche seiner jüdischen Mutter nach Israel zu bringen. Nur verbrennen Juden ihre Toten nicht. An der Stelle stimmt also irgendwas nicht. Wir sollten besser mal nachsehen, was in der Urne drin ist. Mr. Fletch, wenn es eine Kollision gibt, und die wird es geben, wenn wir die Maschinen nicht stoppen, und das Schiff sinkt, werden sie sich den Rest ihres Lebens fragen, ob sie wirklich alles getan haben, um das zu verhindern. Also gut, Katja. Lindberg kann nachsehen, was in der Urne ist, aber du kommst mit an Deck. Ohne mich ist Lindberg doch komplett aufgeschmissen. Recht hat das vor, ich bin neu hier. Ich brauche eine Fremdenführerin. Verdammt nochmal, mach, dass ihr wegkommt, bevor ich's mir anders überlege. Und seht zu, dass ihr spätestens eine halbe Stunde vor Auffall am Deck seid. Ihr habt also noch eine gute Stunde. Und nehmt das Walkie-Talkie hier mit. Ich will, dass ihr immer erreichbar seid. Verstanden? Du siehst erschöpft aus, Mutter. Lass mich dich ein Stückchen tragen. Finger weg! Haltet mir den Irren vom Leib. Ich mein's ernst. Sonst bringe ich das zu Ende, was Orlov angefangen hat. Du das mal, Werner. Deine Mutter ist rüstiger als du denkst. Nur bei deiner Erziehung hat sie es leider ein bisschen schleifen lassen. Alles klar, Becky? Alles bestens. Was ist, wegen Nick? Wegen Nick, wegen Simon, wegen allem hier. Also, wenn du drüber reden möchtest. Reden? Na klar. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ach, wirklich? Ich hab gestern meinen Vater verloren. Entschuldige, so hab ich das nicht gemeint. Nur... Also, du hast niemanden umgebracht. Nein, vielleicht nicht direkt, aber... Aber auch ich bin schuld am Tod eines Menschen. Bitte, bitte. Lassen Sie sich Zeit lindern. Wir haben keine Eile. Begeben Sie sich zurück in die Vergangenheit. Lassen Sie sich in die Erinnerung fallen. Wo sind Sie gerade? Ich bin auf einer Studienreise. In Norwegen. Oben auf dem Tjeragfelsen über dem Lüsefjord. Wie ist es da? Es ist wunderschön. Die Sonne scheint. Es geht tausend Meter in die Tiefe. Und unten scheint das Wasser im Fjord. Grün und grau und blau. Wer ist bei Ihnen? Elsa. Woher kennen Sie Elsa? Wir kennen uns aus der Uni. Sie ist mir vom ersten Tag an hinterhergelaufen. Mögen Sie Elsa? Nein. Ja, ich weiß es nicht. Warum ist sie dann mit Ihnen dort? Ich hab sie überredet. Zu was haben Sie Elsa überredet? Mit mir. Mit mir zu springen. Was geschieht dort oben? Auf dem Felsen? Elsa sagt, ich hab es dir versprochen. Ich hab es dir geschworen. Wir beide. Und dann ist sie auf einmal weg. Und das... Oh! Linda. Linda. Was ist los? Dieses Quietschen. Der Fensterputzer. Bitte, Dr. Blumdahl. Ich kann das so nicht. Entspannen Sie sich bitte. Das haben wir gleich. Sagen Sie, wie lange brauchen Sie denn noch? Ich hab ja eine Sitzung. Aber Sie haben auch eine Menge Fenster, Mister. Trotzdem, keine Sorge, ich bin hier gleich fertig. Aha. Na, dann werde ich dieses Fenster schon mal schließen. Guten Tag. Ja, machen Sie ruhig. Lassen Sie sich nicht stören. Ich hab ja, was ich brauche. Ah, verdammter Mist. Hast du was gefunden, Schätzchen? Ich hab mir einen Nagel abgebrochen. Und hey, noch einmal, Schätzchen, und ich bring dich sofort zurück in den Zoo. Jetzt wollen wir doch mal ganz versöhnlich bleiben und in uns gehen. Wo könnte Katz die Urne versteckt haben? Vielleicht hat er sie schon längst über Bord geworfen. Unterm Bett. Nicht unterm Bett. Sonst noch irgendwelche Ideen? Ja, erst einmal hinlegen. In der Horizontalen sehen die Dinge gleich ganz anders aus. Wir haben keine 90 Minuten mehr bis zur Kollision, Mann. Ah, was ist... Nee, oder? Die Urne? Der verdammte Hurensohn hat seine tote Mutter neben sich ins Bett gelegt. Okay, das ist nicht direkt seine Mutter, aber du weißt, was ich meine. Das ist ziemlich krank. Jetzt mach sie schon auf. Flint? Hm? Ja. Mein Vater. Er hat mir gesagt, wenn ich dir die Schädel gebe, dann bekomme ich etwas dafür. Natürlich. So was, so was ausgemacht. Quid pro quo, ein ehrliches Geschäft. Warte, muss ich irgendwo... Wo hab ich's... Ähm... Ah. Da haben wir's ja schon. Ein Zettel? Lies, was draufsteht. Ich spiel nicht gern. 582 Dutchman Street, New York City. Mhm. Das sagt mir nichts. Das ist... Das ist der Escape-Button. Der Notausgang. Der einzige Ausstieg, den es aus dem Spiel hin gibt. Und auch nur für einen Mitspieler. Hat Katz etwa eine Möglichkeit angebaut, mit der man das Spiel verlassen kann? Nee, 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 natürlich nicht. Ich hab sie eingebaut. Siehste, was hab ich gesagt? Keine Asche. Ach, Papierschnipsel? Ein Puzzle. Oh mein Gott, ich liebe Puzzle. Aus dem Weg da, das haben wir gleich. So, das hier hin. Das da. Nee. Vielleicht dahin? Wo? Ah. Doch, hier hin. Ja. Die beiden da. Und jetzt? Ja. Noch das. Fertig. Ein Leihrausweis der New Yorker Zentralbibliothek? Ausgestellt auf Werner Katz. Wir kollidieren nicht zufällig mit New York. Vergiss New York. Hier an Bord gibt es auch eine Bibliothek. Ich bin mit Rusty schon durchgelaufen, als wir nach dem Jungen gesucht haben. Ah, verstehe. Äh, nein, tu ich nicht. Wir suchen ein Buch. Katz hat irgendwas über ein Buch gesagt. Oh Gott, ich hab es in meinem Hirn, aber ich komm nicht drauf. Hinlegen, Füße hoch. Ich sag dir, Fräulein, die Horizontale. Das musst du probieren. Das musst du, das musst du lesen. Wann hat er das gesagt? Im Empire, bei der Befragung. Hast du denn nicht Agatha Christie's Roman und dann gab's keines mehr gelesen? Das ist das viertliebste meiner fünf Lieblingsbücher. Das musst du lesen, Tom. Das mit der Sprühsahne ist ekelhaft. Es gab so viele andere Sachen in der Küche. Warum muss das ausgerechnet Sprühsahne sein? Ey, und hör auf, diesen Black Viking, Mr. Saug. Ey, wie unhöflich, Mr. Central Intelligence Agency. Finger weg von meinem Black Viking. Das Zeug ist so atemberaubend. Am liebsten würde ich ihm im Gebüsch hinter der Tonhalle ein Kind machen. Du weißt ja nicht, wie das ist. Weiß ich nicht und will ich auch nicht wissen. Aber was ich weiß, ist, dass wir ein Deal haben. Also, was ist jetzt mit diesem Sam? Wenn du es unbedingt wissen willst. Es ist so, wie Katz hier gesagt hat. Sam ist ein großer Mann. Sam ist ein kleiner Mann. Sam ist eine Frau. Sam sind zu dritt. Also, Sam ist drei Personenmensch. Das S steht für Sticks. Also, Kaspar Sticks. Der Mann, dem wir dieses gottgleiche Getränk hier zu verdanken haben. Das A steht für Abu Sindh, dem Besitzer, dem Besitzer vor diesem Albtraum von Kreuzfahrtdampfer, der am Schulstrax in den Hades schippert. Und das M für Susan Myers, der Antichristin der schreibenden Zunft, der all der würdigen Fotze des käuflichen Journalismus, der Chefin von Horn & Hope. Alles klar. Moment. Also, nur um das nochmal zusammenzufassen. Ein milliardenschwerer norwegischer Playboy- und Energydrink-Produzent, ein mindestens genauso reicher Scheich aus Katar und die Vorsitzende eines der größten Nachrichtennetzwerke der USA tun sich zusammen, um gegen einen wahnsinnigen Schweizer Programmierer ein reales Computerspiel zu spielen. Ja, Entschuldigung. Aber das ist selbst mir jetzt so blöd. Denk doch mal im Moment drüber nach und du wirst sehen, wie sich die Einzelteile ganz von selbst logisch zusammenfügen. So weißt du, was auch immer in deinem und Katzhirn schiefgelaufen ist, es gibt Ärzte für sowas. Wenn wir das Ganze hier überleben sollten, stelle ich dir gerne eine Liste zusammen. Wie du meinst? Haben Sie zufällig diese Autogrammkarte verloren? Nein. Und Sie, Sir, ist das hier Ihre Autogrammkarte? Mr. Fletcher! Mr. Cleary! Sag, hör, was ist los? Meine Leute sollten doch Ausschau halten nach dem Ding. Auf das wir zusteuern. Was ist? Haben Sie es entdeckt? Ganz gleich am Horizont. Und? Mr. Fletcher, es ist eine Boerinsel. Boerinsel! Dieser verdammte Katz! Mr. Fletcher, es werden diese 150.000 Tonnen in eine Öbo-Insel krachen. Ich befürchte, wir müssen das Schiff bei voller Fahrt evakuieren. Das ist nahezu unmöglich bei dem Seegang, aber unter diesen Umständen sehe ich keine andere Chance. Mr. Fletcher, können wir nicht erstmal ein leeres Rettungsboot abseilen, um zu sehen, wie... Viel zu leicht. Mr. Fletcher, es knallt uns ohne Besatzung sofort gegen die Bordwand. Mr. Fletcher, ich fürchte, es wird schwierig, ein paar Freiwillige für das erste Boot zu finden. Ich glaube, die habe ich schon. Noch 60 Minuten bis zur Kollision. Noch 60 Minuten bis zur Kollision. Da ist es. Ich hab's, Agatha Christie's. Und dann gab's keines mehr. Schlag mal auf. Vielleicht ist irgendwas drin oder so. Nee, nichts, nur ein Stempel. Ex Libris Werner Katz. Kein Buch, das ich meinen Freunden empfehlen würde. Wir müssen irgendwas übersehen haben. Warte, was hat er ganz gesagt? Eureen, ehrlich, jeder Mensch sollte mindestens fünf Bücher gelesen haben. Jeder Mensch sollte wenigstens fünf Bücher gelesen haben. Und das hier ist das viel liebste seiner fünf Lieblingsbücher. Also müsste es nur vier weitere Bücher geben. Alle Achtung, Fräulein. Na, dann lass mal hören. Welche sind es? Keine Ahnung. Das war enttäuschend. Aber ich hab ne Ahnung, wer es wissen könnte. Hey, was machen denn die Azteken hier oben? Wer hat sie freigelassen? Sie steigen ins erste Rettungsboot. Du benutzt sie als Versuchskaninchen? Sag mal, bist du jetzt... Es war ihre Idee. Ich hab ihnen gesagt, wie gefährlich das wird. Aber sie haben darauf bestanden. Sie meinten, sie sind gute Schwimmer. Und sie sind frei, wenn's klappt. Das hab ich ihnen versprochen. Das hättest du mit mir... Hey, Fletcher, bitte komm. Fletcher, hörst du mich? Hier spricht Katja. Ja, Katja, laut und deutlich. Was ist los? Wo seid ihr? In der Bibliothek. Wir müssen die fünf Lieblingsbücher von Werner Katz finden. Die können uns wahrscheinlich helfen, das Schiff zu stoppen. Katja, ihr habt nicht mal mehr eine Stunde. Ihr solltet lieber abbrechen und zu uns an Deck kommen. Bitte, Fletcher, vertrau uns. Wir haben schon das Buch von Agatha Christie gefunden. Aber wir haben keine Ahnung, welche die anderen vier sind. Hat Katz mal irgendwas über irgendwelche Bücher gesagt? Ich hab keine Ahnung, Katja. Tut mir leid. Bessie kommt jetzt rauf. Darf ich? Wartet mal. Cleary will irgendwas... Katja, hier ist Tom Cleary. Hör zu, es stimmt. Katz hat über Bücher geredet. Mehrmals sogar. Aber welche das waren, ich muss genau nachdenken, was der Irre mir da alles erzählt hat. Bitte gib mir ein paar Minuten, okay? Danke, Cleary. Du kriegst das hin, ganz bestimmt. Wir warten. Ganz du, kleiner Spinner. Was hast du über Bücher gesagt? Was hast du mir über Bücher gesagt? Wir hängen in so einer Stephen King Langoliers Scheiße drin und sind durch ein Zeitloch... Jetzt sagen Sie nicht, Sie haben Langoliers nicht gelesen. Sie sind wie Langoliers, wenn Sie das hier überleben. Da stehen die Antworten. Sie gehört Jimmy Colombo. Ich hab die Biografie sehr oft gelesen. Sie ist mein drittliebstes Buch. Wenn du antworten willst, die stehen in meinem Buch. So, du darfst jetzt gehen. Hör zu, Katja. Katz hat von drei Büchern gesprochen. Langoliers von Stephen King, die Biografie von Jimmy Colombo und sein eigenes Buch. Falls das kein Witz von ihm war. Nur die drei? Es muss noch ein weiteres Buch geben. Denk nochmal nach. Das war's, glaub mir. Aber das ergibt so noch keinen Sinn. Warum hat Katz von seinen fünf Lieblingsbüchern gesprochen und erwähnt dann nur vier davon? Vielleicht wollte er uns ja noch etwas über das fünfte erzählen und kam nicht mehr dazu. Dann war alles umsonst. Ja, ich fürchte, ihr müsst eure Suche abbrechen. Nein, wartet. Darf ich? Katja, hörst du mich? Fletcher? Sucht nach der Bibel. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, die Bibel ist das fünfte Buch. Katz hat doch so getan, als wollte er sich für uns opfern, als die Skorpione aus den Luftschächten kamen. Und da hat diese Frauenstimme über die Lautsprecher eine Stelle aus der Bibel zitiert. Die Opferung Isaaks. Ja, das könnte natürlich sein. Katz hat ja auch bei der Befragung im Empire aus der Bibel zitiert. Wir probieren das mal aus, okay? Aber denkt dran, in 20 Minuten seid ihr hier oben am Deck. Viel Glück. Hey, Flenscher, war das doch gerade Katja am anderen Ende? Warum zur Hölle ist sie noch nicht hier? Weil sie in der Bibliothek versucht, Katz ihres Spiel zu knacken. Wieso hast du ja nicht befohlen, sofort hierher zu kommen? Du kennst sie besser als ich. Denkst du, sie hätte auf mich gehört? Wenn dir was passiert, bist du schuld. Hey, Olof, wohin? Leck mich. Sieht aus, als würde überhaupt niemand auf diesem Schiff auf dich hören, Captain. Ach ja? Zhang He, mach das erste Boot klar. Hi, Sir. In China stehen ja alle Türen offen. Äh, ich unterbreche ja nur ungern, Captain, aber nur mal so rein Interesse halber. Wie lange braucht es durchschnittlich, bis Überlebende in Rettungsbooten gefunden werden? Da man nicht nach uns sucht, könnte das etwas dauern. Ah, dann gehen Werner und ich eben nochmal schnell in den Maschinenraum und holen uns ein paar von meinen Brinks. Dauert nicht lange. Wir sehen uns gleich. Von wegen, es geht niemand mehr unter Deck. Ah, aber im Grunde bin ich ja niemand. Ich bin vollkommen unwichtig, gar nicht da. Werner ist gerade auch nicht ganz da. Komm, Werner. Wenn wir also ganz kurz vorbeidürften. Vielleicht habe ich mich ja undeutlich ausgedrückt, aber ihr bleibt hier. Nein, bitte nicht. Nein. Ja, du Pussy. Genau dich meine ich mit dem scheiß Anzug und der scheiß Krawatte. Du willst heute Nacht nicht feiern, weil du morgen arbeiten musst? Was bist du für eine Sissi? Und du da, Skaterboy? Dich hat's in der Haarpap auf die Fresse gelegt? Dann musst du einfach mehr üben. Und was ist mit dir? Deine Freundin hat dich verlassen. Oh, heil doch. Oder mach endlich was aus deinem Leben. Denn jetzt gehört es wieder dir. Mach's geil. Mach's hart. Mach's besser. Mach dir Black Viking auf. Black Viking. Weck den Wikinger. Und? Haben wir alle? Die Bibel, Langoliers, Agatha Christie, die Columbo-Biografie. Und ob du's glaubst oder nicht, Fräulein, ein Buch von Berner Katz. Die Wahrheit. Großspuriger Titel. Und dann auf 300 Seiten hintereinander immer der gleiche Satz. Finde sie selbst daraus. Finde sie selbst daraus. Der ist gut, der Mann. Der will uns verarschen. Das ist alles? Warte mal. Hier ganz vorne ist noch was. Krakelige Handschrift und rote Tinte. Naja. Also hier steht, mit einer Signatur von meinen lieben Freunde, die Passagiere der Princes of Wales. In ewiger Verbundenheit, Werner Katz. Und in den anderen? Nichts. Nur ex libris, Werner Katz. Wir haben fünf Bücher und keinen einzigen Hinweis. Nur eine komische Widmung. Und nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, das können wir vergessen. Moment mal. Tipp, tipp, tipp. Ha! Ja! Dieser Fuchs! Pass auf, Fräulein. Widmung! Man würde schreiben, mit einer Widmung für oder einfach nur für, aber nicht mit einer Signatur für. Mit Signatur ist nicht kratzkrakelige Unterschrift gemeint, sondern die Bibliothekssignatur hier auf dem Buchrücken. Scheiße, du hast recht. Lass mal sehen. Hier steht SK28 drauf. Und hier, warte, in rot sogar, JC12. Hier AC19, auch in rot. Dann haben wir noch WK31 und hier BI33. Das könnte ein Code sein. Aber wo sollen wir den eingeben? Vielleicht im Computer auf der Brücke? Dieser verschissene Tracksack. Wieso? Wir spielen ein Spiel, stimmt's? Sein Spiel. Deshalb muss es ein Spiel sein. Ja, und? Wir brauchen nicht die ganzen Signaturen. Es geht nur um die Zahlen und die Farbe. Zwölf rot, 28 schwarz, 19 rot. Einsatzfelder beim Roulette. Wir müssen ins Casino. Oh, fuck! Das wird mich in meiner Suchtbewältigung um Jahre zurückwerfen. Hey, Lindbergh, das Casino ist noch zwei Decks tiefer. Wenn das nicht klappt, dann schaffen wir es nicht mehr rechtzeitig in die Rettungsboote. Kann schon sein, aber das ganze verdammte Leben ist ein Glücksspiel. Nicht wahr, mein Fräulein? Und ich hab wieder dieses untrückliche Ziehen in der Seite, wenn das keine Strähne ist. Na los, komm! Halt! Hier hinten raus geht's schneller! Katja? Katja, bist du hier? Katja! Also gut, lass das Boot jetzt ganz langsam runter. Nicht bewegen, wenn's geht, verstanden? Schatz, mir kannst du rumleiden! Komm! Komm, Alter, Junge, komm! Es gibt Leute, die können mit deinem künstlerischen Ausstück nichts anfangen. Jetzt geht's ernst, noch zwei Meter! Langsam! Und... Ausklinken! Verdammte Scheiße, es hat geklappt! Verzeihung, Peggy! Schon gut, Ruff, du verdammte Scheiße, das ist großartig! Noch 30 Minuten bis zur Kollision. Noch 30 Minuten bis zur Kollision. Das ist ein Traum, mein Fräulein, ein Traum! So viel hab ich noch nie gesetzt. Jetzt 100.000 auf die 19. Oh, Lindbergh, jetzt mach schon! 100.000 auf die 28. 100.000 auf die 31. Und? 100.000 auf die 33. Scheiße, nichts. Die Maschinen laufen immer noch. Wahrscheinlich müssen wir mehr setzen. Die Felder sind doch schon ganz voll. Trotzdem, das muss funktionieren. Es gibt keine andere Lösung. Katja! Hier steckt ihr also. Hey, Fletcher! Darf ich mit in dieses Boot? Ich will mich ja jetzt nicht so feige verpissen oder so, aber... Hier ist noch genug Platz und ich könnte bei Becky sein. Gute Idee, Rusty. Also los, rein mit dir. Danke, Mann. Wir sehen uns! Linda, was ist mit dir? Worauf wartest du? Ich nehm das nächste. Linda, bitte! Frauen und Kinder zuerst. Das ist das Gesetz der Seefahrt. Und jetzt steig ein, sonst trage ich dich ins Boot. Du bist so ein Macho-Arschloch. Das musst du mir dann mal bei einem Drink genauer erklären. Was? War das dein Mittelfinger, Linda? Ich wusste gar nicht, dass eine Dame so einen Finger hat. Fuck you, Clary. Genieß die Fahrt! Gregory, was willst du denn jetzt? Euch aus der Scheiße hier rausholen. Sag mal, spinnt ihr eigentlich? Bewegt euch. Nein, 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 nein. Hier geht noch was. Hier geht noch was. Ich brauche nur mal eine Minute zum Nachdenken. Ist das machbar? Hör zu, Arschloch. Ich verpasse dir eine Kugel, wenn du dich nicht sofort auf den Weg machst. Gregory, bist du bekloppt? Nimm die Waffe runter! Eine Kugel will er mir verpassen. Eine Kugel, 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 Kugel. Kugeln! Kugeln! Ja, genau! Nicht Chattons, Kugeln! Danke, danke. Ey, Mann, keine Bewegung, ja? Finger weg vom Roulette und sofort raus hier. Okay, hör zu, Killer. Ich werde diese fünf Kugeln in den Roulette-Kessel legen, um das Schiff zu stoppen. Und wenn es nicht klappt, kannst du mich gerne erschießen, okay? Keinen Schritt weiter. Gut, dann mache ich es eben. Oder willst du mich auch erschießen? Scheiße, Katja, scheiße! Zwölf. Oh, Mann. Neunzehn. Achtundzwanzig. Einunddreißig. Dreiunddreißig. In Ordnung, Leute. Wir machen es genauso wie beim ersten Boot, verstanden? Also schön sachte. Geil, Fletcher. Das war schäffig. Kannst du das genauso nochmal hier in die Kamera sagen? Rusty, setz dich hin, verdammt nochmal, und bleib sitzen. Verstanden? So, und jetzt langsam runterlassen. Rusty? Ja, hier, Beck, hier ist meine Hand. Alter, das ist ja wie auf dem Jahrmarkt. Genauso ein Ding wie das hier fehlt mir noch in meiner Sammlung. Rusty, kannst du nicht mal still sein? Und zappel nicht so rum. Sorry, Linda. Das ist das Adrenalin. Kompensation. Lona, Eddie, die ganze Zeit in den Eierdruhen. Wow! Rusty, was ist passiert? Relax, Baby. Wir sind nur ein bisschen ins Schwanken geraten. Alles tippitoppi. Oh Gott, ich dachte schon. Keine Sorge, Becky. Wir sind bei dir. Sieh du noch. Wow! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mit Lisa Verlinder als Linda Eriksson Asad Schwarz als Rusty Anna Fischer als Becky Ilona Otto als Katja Markus Off als Jonathan Lindbergh Und Tobias Meister als Tom Cleary So wie Regie-Assistenz Regie-Stuart Kummer Dramaturgie Natalie Chalice Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015 Scheiße! Sie wollte nicht in das Boot Linda wollte nicht in das Boot Sie wollte das Nächste nehmen Und was mach ich? Cleary! Ich hab sie dazu gedrängt Ich hab sie in das Boot gesetzt Es ist meine verdammte Scheißschuld Dass sie jetzt tot ist Tom, bitte! Du musst dich jetzt hinlegen Flach auf den Boden Wie die anderen Sie ist tot Sie sind alle tot Hinlegen verdammt nochmal! Ist doch jetzt auch egal Scheißegal was jetzt Cleary! Reiß dich zusammen Verdammt! So, festhalten Und schütz deinen Kopf mit der Schwimmweste hier Los, jetzt mach schon Es ist vorbei, Fletcher Wir gehen hier alle drauf Und wahrscheinlich ist es auch besser so Halt jetzt endlich mal die Schnauze, okay? Kapierst du's denn nicht? Diese Leute hier sehen zu dir auf Ich kann hundertmal der Kapitän sein Aber du bist für sie der Anführer Also benimm dich bitte auch wie einer Vielleicht sterben wir alle Aber solange's nicht vorbei ist, musst du Hey, die Maschinen sind aus Bleibt liegen! Liegen bleiben, bis ich nachgesehen habe Verstanden? Ja, tatsächlich Wir verlieren an Fahrt Wir verlieren an Fahrt! Diese Volksweste sind doch immer wieder ein Erlebnis Na, ist denn was? Katja und Lindberg haben es tatsächlich geschafft Darauf trinke ich! Mensch, Creary Na los, hoch mit dir Wir haben's überstanden, hast du gehört? Wir hätten die Rettungsboote nicht gebraucht Wir hätten sie nicht gebraucht Woher sollten wir das denn wissen, Mann? Wir mussten es versuchen Und das weißt du auch Sie sind vollkommen umsonst gestorben Gestorben, Linda ist tot Verdammt Freunde! Sieh doch mal dieses Monstrum von Bodensel an Tausende Tonnen von Stahl und Beton Warum sollten wir jetzt ausgerechnet hier hinkommen? Was da wohl drin ist? Oder wer? Die Rettungsboote ist 1.200 Now I won't be meeting so Kleine Krankenschwester, dazu noch ein paar von den Statisten Das schwächt die Gruppe ungemein Aber, wir haben es tatsächlich geschafft Nicht schlecht bis hierhin Und Sie, mein lieber Caspar Sticks Haben das Katz und seinem Team nicht zugetraut, stimmt's? Hm, na sowas Also, Sie schulden mir 1.000 Dollar, Caspar Ich akzeptiere auch norwegische Kronen, wenn Ihnen die Vertrauter sind Ich stelle den Check aus, Lady Geschrieben mit meinem Blut Immer ein bisschen drüber Woran liegt das? An Ihren Energydrinks? Sie sind selbst der beste Kunde, oder? Natürliche Überdosis Testosteron Wissenschaftlich belegt, ich bin ein medizinisches Phänomen Man, ich hätte wetten können, dass Katz-Idioten-Puppe das Schiff nicht stoppt Sie haben gewettet gegen mich? Ich hab mich schon so auf einen richtig schönen Aufprall gefreut Bohr-Insel-Schlätschiff Bäm! Sie gestatten, dass ich das anders sehe? Ich bin froh, keines meiner Kreuzfahrtschiffe verloren zu haben Jetzt kommen Sie, Abusent Wer Spaß haben will, muss auch ein bisschen was investieren Wenn ich mich nicht irre, bin ich der Einzige, der bisher etwas investiert hat Zwei Kreuzfahrtschiffe, eine Bohrinsel Und dafür sind wir Ihnen ewig dankbar, Havard Denken Sie einfach an Shapeshifter Ein exzellenter Lohn für alle Bemühungen Und in der Zwischenzeit genießen wir es Cleary und seinen treuen Gesellen beim Scheitern zu bewegen Wie sieht's aus, Kasper? Ist doch noch eine kleine Wette Doppelt oder nichts Bravo! Also, was tippen Sie? Wer stirbt als Nächster? Okay, versuch's nochmal, Zheng He Nichts! Geht immer noch nichts! Scheiße! Scheiße! Ausatmen, ist auch keine lirische Platz Spar mir deine dummen Sprüche, Lindbergh! Heute sind Menschen gestorben, weil ich dieses Schiff nicht anhalten konnte Und jetzt schaffe ich es nicht, es wieder zum Laufen zu bringen! Also hör auf zu klugscheißen und hilf mir lieber! Ich erklär das jetzt nochmal ganz langsam Nur weil ich an Hubschraubermotoren rumschraube, kenne ich mich noch lange nicht mit Chipsmaschinen aus! Du bist der Einzige, der hier irgendwas von Technik versteht! Wovon ich wirklich was verstehe, sind Spiele! Ich hätte mit den anderen mitgehen sollen! Die anderen kannte ich ja nicht so gut, aber Linda, die, die hab ich gleich gemocht! Wirklich! Über sie zu reden, hast du verstanden? Aber, be- Sag es ja nicht noch einmal, ihren Namen auszusprechen! Hey, ich verstehe, dass du traurig bist, Tom, aber jeder muss den Job doch auf seine Weise verarbeiten! Lind! Lass es ja! Der, der dafür die Verantwortung trägt, sitzt ja im Boot! Ich finde, er könnte allmählich für all das bezahlen! Äh, für den Fall, dass ihr Katze über Bord werfen wollt, denkt bitte daran, dass ich mit Handschellen an ihn gekämmt bin! Wir werden niemanden töten! Aber wenn hier noch jemand stirbt, dann sind das du und Katze, denn ab jetzt seid ihr unsere Vorhut! Schlechte Karten, Flint! Besser, du rückst jetzt langsam damit raus, was uns auf der Bohrinsel erwartet! Äh, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole? Ich habe keine Informationen über diese Ölplattform, null! Vielleicht ist Sam ja da drin! Oder habe ich das jetzt falsch gesagt? Muss es heißen, vielleicht sind Sam da drin? Die drei Mitglieder von Sam leiten milliardenschwere Unternehmen! Das würden sie vielleicht nicht unbedingt von einer Bohrinsel aus tun, oder? Stimmt es, dass die sich zusammengetan haben, weil du ganz lieb bitte bitte gesagt hast? Nein, unwissender! Der eigentliche Grund ist... Shapeshifter! Was ist das? Ein Programm! Von Katze entwickelt! Ein... 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 Ein Virus, das Computer und ganze Netzwerke ausspäht. Bis hierhin nichts Besonderes. Einzigartig daran ist, dass es sich ständig verändert. Es tarnt sich immer wieder neu. Selbst wenn du weißt, dass es da ist, wirst du es nie finden. Wozu braucht jemand, der schon alles hat, so ein Programm? Das ist... Sagst du wirklich? Hey, du bist bei Alexei Polkjomkin aufgewachsen, dem Prototyp eines Mediardärs. Du solltest mitbekommen haben, Geld und Macht sind wie Drogen. Hat man sie, will man immer mehr davon. Und Shapeshifter ist pure Macht. Komplette Überwachung, absolute Kontrolle. Ich muss mir das kurz bildlich vorstellen. Der Erfinder von Mighty Leaks ruft bei den Vorzimmerdamen von drei Wirtschaftsschwergewichten an und sagt, Hallo, hier ist Charles McAbee III. und ich möchte Ihren Boss als Investor vor das irrsinnigste Verbrechen des 21. Jahrhunderts gewinnen. Welche Chefsekretärin, die auch nur ein kleines bisschen an ihrem Job hängt, hätte dich durchgestellt? Ich... ich musste da nicht anrufen. Die haben mich angerufen. Wieso sollten die das tun? Na ja, sagen wir so. Mighty Leaks ist unangenehm. Die Mächtigen wollen uns dringend loswerden, seitdem sie gemerkt haben, dass man uns ernst nehmen muss. Da gibt es die unterschiedlichsten Methoden. Prozessfluten, Androhungen von Gewalt, öffentliche Diskreditierung. Aber eins versuchen sie irgendwann immer. Mighty Leaks zu kaufen. Und bei Sticks, Abusind und Meyers habe ich ein gewisses Interesse vorgespielt. So konnte ich ein Treffen mit ihnen arrangieren. Den Rest hat dann Katze erledigt. Er kann sehr überzeugend sein. Schöne Geschichte. Aber du als der Gründer von Mighty Leaks, du würdest dich doch nie von Katz vor den Karren spannen lassen und gemeinsame Sachen mit den Leuten machen, die du normalerweise bekämpfst. Stimmt. Es sei denn, es dient einem höheren Zweck. Sam, das Handwerk legen. Oh nein, die drei sind die Taube auf dem Dach. Ich habe mich erst mal mit dem Spatz in der Hand begnügt. Potjomkin? Katz hat ihn durch Mittelsmänner aufs Schiff gelockt mit diesem angeblichen Tarnkappenprogramm. Vorher hat Katz Potjomkins Sweet komplett verwanzen lassen. Nur, dass Katz nie vorhatte, Potjomkin vor Gericht zu bringen, sondern auf den Meeresgrund. Wie uns alle wahrscheinlich. Ja, ja, man kann dir einfach nicht trauen. Was, Lerner, du alter Lumpf? Wie kannst du den Leviathan ziehen mit dem Haken und seine Zunge mit einer Schnur fassen? Was soll das? Was redet er da? Er zitiert aus der Bibel. Wenn du deine Hand an ihn legst zu Gedenke, das ist ein Streitisch, den du nicht ausführen wirst. Ich weiß nicht, lustig gefiel er mir irgendwie besser. Es sind nicht die Manager in ihren Glaspalästen. Es sind auch nicht die Wissenschaftler in ihren hochtechnisierten Laboren. Es sind die harten Männer weit draußen auf See, die den Fortschritt vorantreiben. Auf Ölplattformen wie dem Leviathan. Männer, die bei Wind und Wetter, Sturm und Flut jeden Tag alles geben, um das schwarze Gold aus den Tiefen der See zu fördern. Denn der Fortschritt ist durstig. Durstig nach Öl. Bleib hinter mir, Katja. Hier auf der Plattform sind wir wie auf dem Präsentierteller. Ein riesiger, blinkender Präsentierteller mit einer Leuchtreklamme oben drüber, auf der steht, bitte erschießt uns. Entspann dich, Orlov. Hätte man uns erschießen wollen, dann wären wir längst tot. Ach du Scheiße, seht mal. Das Symbol auf dem Hubschrauberlandeplatz. Der einäugige Falke. Abusit. Ja, ein großzügiger Mann durchaus. Spieliert Level 1, das Kreuzfahrtschiff und jetzt auch Level 2, die Bohrinsel. Kannst du mit ihm spielen, wie mit einem Vogel? Sieh, die Hoffnung wird jedem fehlen. Kann mal irgendjemand das Schweizer Bibelradio abstellen? Ich könnte ihn zurück zur Princess of Wales bringen. Dann könnt ihr großen Jungs hier auf der Bohrinsel machen, was auch immer große Jungs auf Bohrinseln so machen. Wie unereignet sich von dir. Es ist nur so, die großen Jungs haben beschlossen, dass du bei ihm mitspielen darfst. Ja, das ist echt nett von euch, aber das ist wirklich nicht nötig. Oh doch, Flint. Wie ich schon gesagt habe, du gehst vor, Hand in Hand mit deinem Kumpelkatz. Bitte schön. Vielleicht da vorne ist der Eingang. Verstehe mich nicht falsch, aber ich bin wirklich eher so der Typ für den Hintergrund. Verstehe mich nicht falsch, aber entweder du bewegst deinen Arsch jetzt da rein oder ich bewege ihn da rein. Komm schon. Oh, es ist gar keine Klingel zu sehen. Ich meine, das wäre doch unglaublich ohnehöflich, wenn wir jetzt einfach... Vorwärts. Okay. Der Leviathan, einer der herausforderndsten und gefährlichsten Arbeitsplätze der Welt. Jedem, der sich auf dieses Abenteuer einlässt, wird alles abverlangt. Schon nach wenigen Stunden auf der mächtigen Ölplattform wird klar, allein kann man hier nichts ausrichten. Bestehen kann man nur im Team. Einer steht für den anderen ein. Tagsüber schuftet man Seite an Seite, arbeitet Hand in Hand. Und zum Feierabend lässt man den Tag im Aufenthaltsraum bei Kartenspiel und kühlem Bier gemeinsam ausklingen. Freundschaften, die man auf Bohrinseln schließt, halten ein Leben lang, so heißt es. Für die Arbeiter spielen Herkunft, Hautfarbe oder Religion keine Rolle. Jeder, der die Arbeit nicht scheut und Gemeinschaft schätzt, wird vom ersten Tag an herzlich willkommen geheißen. Was war das? Die Tür. Sie geht nicht mehr auf. Und ich sag noch, lass uns klingeln. Seine stolzen Schuppen sind wie feste Stimme. Aus seinem Munde fahren Fakern, aus seiner Nase geht raus. Aus seinen Töpfen und Kescheln. Arloff, zu mir nach vorne, Jan, dann bleibt hinter uns. Die Kontamination startet in drei, zwei, eins. Haltet euch was für den Mund. Sein Ohr, da müssen wir keine Erdichter. Oh, jetzt schnell zu der anderen Tür nach vorne. Sie ist zu. Hey, ihr Tür geht auf. Frieden und Liebe retten die Welt. Fremde, Gäste, wir heißen euch willkommen in der Freien Republik Elysium. Okay, Hände hinter den Kopf. Hände hinter den Kopf, verdammt nochmal. Und alle mit dem Gesicht flach auf den Boden. Runter mit euch. Hier ist alles klar, Cleary. Okay, bei mir auch. Ihr könnt reinkommen. Ja, ja, Roman, singt doch. Lass dich ruhig nieder. Böse, böse Menschen haben keine Lieder. Schnauze! Schnauze jetzt! Aber, aber, meine Freunde. Fuck, wo kommt denn der Gandhi-Typ auf einmal her? Es besteht keinerlei Veranlassung, meine Gefährtinnen mit Schusswaffen zu bedrohen, meine Freunde. Ihr hört es. Wir leben in Frieden. Vorsicht, Cleary hat ein Speer in der Hand. Leg die Lanze weg, guter Mann. Ich will deine Hände sehen. Das ist ein Zepter. Nichts weiter. Ein Zepter, mit dem du jemanden töten kannst. Leg das Ding weg sofort. Gut, gut. Hier, siehst du? Die Insignien der Macht. Die Insignien der Macht. Schon besser. Lass die Hände da, wo ich sie sehen kann, und sag mir, wer du bist. Hier sind meine Hände. Ich strecke sie dir entgegen. In Freundschaft. Und was meinen Namen angeht, den kann dir auch deine hübsche Begleiterin verraten. Wie schön, dich zu sehen, meine liebe Katja. Wie groß du geworden bist. Eine richtige Frau bist du nun. Du kennst den Guru? Ja, ich kenne ihn. Das ist Dr. Montgomery. Für Frauen ist das doch nichts, so eine Bohrinsel. Diesen Satz hat Penny Hollister schon oft gehört. Mittlerweile ist es ihr egal. Denn sie hat allen das Gegenteil bewiesen. Penny ist zweiter Offizier auf dem Leviathan. Zuständig für Logistik und Kommunikation. Die Männer begegnen ihr mit Respekt. Natürlich gab es immer wieder Arbeiter, die sich von einer Frau nicht sagen lassen wollten. Aber die waren schnell wieder weg. Und Penny ist immer noch hier. In ihrem mittlerweile zehnten Jahr. Sein Herz ist so hart wie ein Stein. Wenn er sich erhebt, so entsetzen sich die Starken. Dann bist du der irre Psychiater, der Katja den Kot in den Kopf gesetzt hat. Das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Hast du Arschloch überhaupt eine Ahnung, was du ihr damit angetan hast? Grigori, kannst du bitte aufhören, für mich zu sprechen? Gib mir einen guten Grund, Candy, warum ich dich nicht sofort erschießen sollte. Weil ich nicht derselbe Mann bin, der ich damals war. Ja, ich habe Katja im Auftrag von Potjomkin hypnotisiert. Wie schon andere Mädchen vorher. Das ist richtig. Aber mehr auch nicht. Was, warum, wofür? Ich habe nie danach gefragt. Ich hätte auch niemals eine aufrichtige Antwort erhalten. Außerdem, was kümmert mich um Vergangenheit? Ich habe mit meinem alten Leben abgeschlossen und meine wahre Bestimmung gefunden. Elysium. Eine Hippie-Kommune. Ein souveräner Staat. Unabhängig von anderen Ländern, Regierungen und Einzelpersonen. Einzelpersonen. Finanziert mit Potjomkins Geld. Ach, das alleine hätte doch nie gereicht. Dass ich mir diesen Traum erfüllen konnte, habe ich einem ganz anderen Mann zu verdanken. Einem wirklichen Wohltäter. Und ich bin ehrlich entzückt, dass er heute auch anwesend ist. Und seht, was dank seiner uneigennützigen Hilfe hier so alles entstanden ist. Herzlich willkommen in Elysium. Es freut mich, dass du hier bist, mein lieber Werner. Das sollte wohl Witz sein. Woher kennst du Werner Katz? Patient? Er war mein Patient. Gibt es denn nur einen verdammten Seelenkleppner auf diesem ganzen Planeten? Ich habe ihm von meinem Traum erzählt, Elysium zu gründen. Da kam er auf die grandiose Idee mit der Bohrinsel und hat mich mit dem Besitzer bekannt gemacht. Mit Abusind. Er hat mir die Insel zu einem wirklich fairen Preis überlassen. Kann man nicht anders sagen. Hey Flint, hast du was davon gewusst? Nein, ich komme ja vor wie eine Platte mit einem Sprung. Nein, nein, nichts. Aber vielleicht weiß ja der ehrenwerte Anführer der Holdenweiblichkeit etwas von dem großen Spiel hier. Ich kann euch nicht ganz folgen. Ein großes Spiel? Katz hat dir nichts erzählt von seiner Idee, ein Computerspiel in die Wirklichkeit zu verpflanzen? Mit realen Menschen als Spielfiguren? Mit uns? Nein, also wirklich, das wäre doch... Werner, mein Lieber, was redet der Mann da? Er achtet Eisen wie Stroh. Kein Fall wird ihn verjagen. Werner! Er macht es die tiefe See. Was ist mit ihm? Sagen wir mal so, warum auch immer er damals zu dir in die Therapie gekommen ist, jetzt ist er wahrscheinlich wirklich irre. Auf Erden ist seinesgleichen niemand. Seit wann ist das so? Gestern. Er hatte einen Anfall. Anfall? So was wie ein Hörsturz oder so. Er hat mir damals etwas von Anfällen erzählt. Die Ärzte konnten nichts Körperliches bei ihm feststellen, also hat er bei mir Rat gesucht. Diese Anfälle, sie treten immer nur in Momenten größter Anspannung auf. Ich habe sie für eine ungewöhnliche Form von Panikattacken gehalten und versucht, ihn davon zu heilen. Und der ziemlich klasse funktioniert. Hypnose ist kein Allheilmittel, mein Freund. Nur ein Versuch. Na dann versuch's, Gandhi. Versuchen? Was? Sein Gehirn kannst du's wieder hinkriegen. Vielleicht. Aber doch nicht hier so auf die Schnelle und so wischiwaschi. Dazu brauche ich Ruhe. Ich muss mit ihm allein sein. Und bevor ich auch nur am Entferntesten dran denke, verlange ich, dass ihr eure Waffen herunternehmt. Grigori, Cleary, denk an das Geheimnis der Bohrinsel. Katz hat gesagt, dass wir es aufdecken müssen. In Elysium gibt es keine Geheimnisse. Meine Gefährtinnen und ich leben in vollkommener Harmonie. Wir teilen alles. Unsere Gedanken, Wünsche, Ängste. Geheimnisse führen zu Neid und Misstrauen. Beides ist uns völlig fremd. Worte. Überzeugt euch selbst. Ich nehme an, ihr habt ein wenig Zeit mitgebracht. Ich führe euch gern durch Elysium und zeige euch alles hier. Katja und ich sind schon ganz neugierig. Absolut. Wir lieben Zeit ziehen. Hey, und was ist mit mir? Olaf, du wirst so lange auf Katz und Flint aufpassen. Wieso darf Katja mit... Ich weiß, dass du das Gefühl hast, sie beschützen zu müssen. Aber ehrlich gesagt liegt der Fall andersrum. Sie hat uns den Arsch auf dem Schiff gerettet. Also entspann dich. Und hey, sei ein Gentleman. Lass die Frauen hier aufstehen. Oder hast du Angst, dass sie dir was tun? Währenddessen rätseln Experten immer noch über das Virus, das 30 Passagiere und Besatzungsmitglieder des Kreuzfahrtschiffes Princess of Wales das Leben gekostet hat. Wir tappen vollkommen im Dunkeln. Dieser Erreger ist wie ein Phantom. Wenn wir nicht wüssten, dass er da war, würde ich sagen, es gibt ihn nicht. So Trevor Baring, der Chef-Virologe der World Health Organization, heute auf einer Pressekonferenz. Eine wirklich unglaubliche Geschichte, die scheinbar kein Ende nimmt. Hier geht es jetzt weiter mit dem Wetter und der Reportage Wasser, der Durst nach Profit. Die nächsten Nachrichten sehen Sie um 22.20 Uhr. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und gute Unterhaltung. Die Chefin stand hier gerade unangemeldet in der Regie. Keine Ahnung, aber ich soll dir sagen, sie wartet in der Maske auf dich. Vielleicht beeilst du dich besser. So richtig happy klang die nicht. Wann klang die schon mal happy? Danke, Cleary. Wofür genau? Für das, was du über mich gesagt hast, dass ich euch gerettet habe und du mich dabei haben willst. Das ist nur die Wahrheit und ich wollte, dass du ein bisschen Ruhe vor dem überfürsorglichen Orlof hast. Auch dafür danke. Will ich mal mit ihm sprechen? Ich komme schon klar. Ist er dein Freund, dieser Gregory? Was geht dich das an? Nichts. Ich versuche nur zu ergründen, wie es dir geht. Oh, schon viel besser, seit Alexei tot ist. Mein Gott. Mr. Potjomkin lebt nicht mehr? Wie ist das möglich? Er hat einen Hubschrauber genommen, der nicht da ankam, wo er hin sollte. Ich kann das gar nicht glauben. So mitfühlend? Oder steckt was anderes dahinter? Geht euch hier langsam das Geld aus und du wolltest deinem alten Freund Alexei ein paar Tausender abschwatzen? Frieden und Liebe retten ja vielleicht die Welt, aber sie finanzieren keinen Staatshaushalt. Erklär uns doch mal, wie ihr euch so über Wasser haltet. Wir brauchen ja nicht viel. Euch sind sicherlich die riesigen Tanks aufgefallen. Darin wird Regenwasser gesammelt und in einer Anlage aufbereitet. Was das Essen angeht, wir leben größtenteils von Algen und Fisch. Einmal im Monat kommt ein Versorgungsschiff, das uns andere Vorräte bringt. Das Geld dafür und für die laufenden Kosten nehmen wir durch Illusium Natural Care ein. Natural was? Unsere Kosmetiklinie. Pflegeprodukte auf Algenbasis. Aha. Kommt, ich zeige es euch. Hier entlang. Habt Dank, dass ihr hier bei uns seid. Möchtet ihr etwas trinken? Wasser? Algen, Tee? Nein, ich möchte, dass ihr alle genau da bleibt, wo ihr seid. Und keine ruckartigen Bewegungen. Diese Paranoia muss anstrengend sein. Bei Frauen kommst du damit offensichtlich auch nicht so gut an. Hör zu, Flinz. Wie wäre es, wenn du dir eine Dose Sprühsahne aus deinem Rucksack nimmst und dir deinen Mund damit schön voll machst? Tuschi, Grigori. Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres? Hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Werner hat sich verändert, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Du kennst ihn jetzt auch noch, oder was? Meine Tochter und ich waren auch mal Patientinnen von Montgomery. Wir haben Werner dort im Wartezimmer kennengelernt. Und daraus ist, ja, wie soll ich sagen, eine kleine Freundschaft entstanden zwischen ihm und meiner Tochter. Werner ist so ein netter Mann. Schade, dass die beiden sich wieder aus den Augen verloren haben. Der nette Mann hier ist für den Tod von mehr als 20 Menschen verantwortlich. Darunter ein neunjähriger Junge. Was erzählst du da? Werner kann doch nicht... Wieso? Dein Guru ist der Psychodok. Frag ihn, Esmeralda. June. Ich heiße June. Ich reiche dir die Hand. Und das hier ist July. Sie reicht dir die Hand. Willkommen. Und das ist August. Sie reicht dir die Hand. August? Ich hatte einen Onkel August. Also nicht mein wirklicher Onkel. Meine Mutter hat hier mitgebracht. Der hat eine Zeit bei uns gewohnt. Bei Gott. Diese August, diese August hier, die wären mir lieber gewesen. June, July, August. Und die anderen machen das Jahr voll, oder was? Ach, verstehe, der alte Gandhi fickt jeden Monat eine andere von euch. Mann, Orloff, hat man dir auf der Leibwächterschule nicht wenigstens einen Funkenanstand beigebracht? Du redest mit Damen. Sprühsahne, Flint. Also, June, wie steht es jetzt mit euch und dem Hugh Hefner, der Aussteiger? Wenn du nur ein wenig bei uns bleibst, wirst du erkennen, wie erfüllend es ist, über das Körperliche hinaus zu gelangen. Es gibt so viele befriedigendere Arten, miteinander umzugehen. Darauf würde ich wetten. Und ich heiße June, weil ich die Erste bin, die der Meister für Elysium ausgewählt hat. Ich bin der Anfang. Wäre January da nicht passender gewesen? In Elysium beginnt das Jahr mit dem Juni, nicht dem kalten Januar. Nur eines von vielen Dingen, die hier schöner sind als in anderen Ländern. Apropos Länder. Wir haben gepfangen. Wie bitte? Die Flaggen da an der Wand, was bedeuten die? Oh, das sind unsere vier Partnerrepubliken. Alles unabhängige Mikrostaaten, so wie Elysium. Unterleben dann immer so ein paar Frauen mit einem alten Sack zusammen. Die Republiken sind ganz unterschiedlich. Aber wir haben uns in einer unabhängigen Staatengemeinschaft organisiert und bemühen uns gemeinsam um diplomatische Beziehungen zu den größeren Nationen dieser Welt. Die Kleinen müssen zusammenhalten. Ja, aber nochmal zurück zu eurer Zeitrechnung. Das Jahr fängt bei euch also im Juni an? Wie ich gesagt habe. Wie viele Monate hat so ein Elysiumjahr? Zwölf. Wie überall auf der Erde. Sechs, acht, zehn, elf. So oft ich auch nachzähle, ich kann hier nicht mehr als elf von euch Frauen entdecken. Unsere Manufaktur. Hier wird alles in Handarbeit gemacht. Ihr habt den großen Algenteppich bemerkt, der sich um die Bohrinsel herum gebildet hat. Wir ernten ihn nach und nach ab, hängen die Algen hier zum Trocknen auf und verarbeiten sie weiter. Beauty-Produkte aus Algen, die an einer alten Ölbohrinsel wachsen. Wenn ich nur daran denke, kriege ich schon Ausschlag. Unsere Produkte wurden von mehreren unabhängigen Instituten geprüft. Es gibt keinerlei Rückstände. Elysium Natural Care ist 100% organisch. Ich selbst verwende es täglich. Merkst du selbst. Unsere Lebensweise ist nicht jedermanns Sache. Wir wollen niemanden bekehren. Wir sind einfach nur glücklich so, wie es ist. Also, meine Freunde, ich habe euch Elysium gezeigt. Ihr seht, wir haben nichts zu verbergen. Ist dir irgendwas aufgefallen, Katja? Was Verdächtiges? Nein, ich finde das alles zwar vollkommen irre, aber in seinem Irrsinn klingt es zumindest einigermaßen logisch. Lance, da bist du ja endlich. Wieso hat das so lange gedauert? Ich dachte, das war ein Witz, dass du in der Maske auf mich wartest. An deiner Stelle würde ich das Maul nicht so weit aufreißen, wenn man bedenkt, was du dir eben geleistet hast. Die Nachrichten moderiert. Ich weiß, das ist schrecklich. Aber findest du nicht, die USA haben ein bisschen objektive Berichterstattung verliehen? Objektive Berichterstattung? Gehört dazu auch, dass du die Tragödie auf der Princess of Wales eine unglaubliche Geschichte nennst? Ich habe dich nicht eingestellt, damit du irgendwelche Beurteilungen abgibst. Als Anchorman kann ich ja wohl... Du sollst einfach nur im Studio stehen mit deinem Modelgesicht und deinem 800-Dollar-Anzug und ausschließlich das vorlesen, was ich dir diktiere. Und wenn es die größte Lüge ist, hier wird nichts hinterfragt. Ich werde nicht hinterfragen. Ach komm schon, Susan. Du bist doch jetzt nicht hierher gekommen, um mich wie ein Schuljungen runterzuputzen, oder? Worauf willst du hinaus? Das weißt du doch ganz genau. Und wenn schon? Ich bin eine Frau und multitaskingfähig. Ich kann dich runterputzen und gleichzeitig mit dir vögeln. Also mach jetzt endlich die Tür zu und komm her. Nimm dies als Willkommensgeschenke. Es soll kein Zorn, kein Hass, kein Misstrauen zwischen uns sein. Was für schöne Muschelketten. Cleary, wir brauchen ein Gegengeschenk für die Eingeborenen dieses Islands. Haben wir Glasperlen und Spiegel dabei? Die Muscheln wachsen am Sockel der Boa-Insel. Mögt auch ihr für die Zeit, die ihr hier seid, mit Elysium verwachsen. Und das Fleisch der Muscheln ist köstlich. Ihr könnt euch selbst davon überzeugen. In einer Stunde servieren wir das Essen. Verwünschen mögen sie die Verfluche des Tages, die fähig sind, den Lediathan aufzureichen. Katz scheint nicht verwachsen zu wollen. Und Gomory, du hast gesagt, du würdest versuchen, Katz zu helfen. Jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt. Dazu muss ich mich allerdings mit ihm zurückziehen. Bitte, es spricht nichts dagegen, ich bin ja dabei. Es tut mir leid, aber ich muss wirklich ungestört sein. Ich habe gelernt, vollkommen unauffällig zu sein. Du wirst mich gar nicht bewerten. Dann bitte hier entlang. Eine Sekunde noch. So, Flint, jetzt bist du deinem Kumpel mal für einen Moment lang los. Knewi, kannst du den Guru vielleicht nach... Also, na... Frag ihn nach April. April? Die Zwölfte seiner... Gefährtin, wie er es nennt. Sie ist nicht hier. Die Einzige, die nicht... Wieso? Wo ist sie denn? Siehste, genau, auf die Antwort bin ich ja auch gespannt. Werner? Sieh zu mir herüber. Bitte, sieh mich an. Werner? Da selbst ziehen Schiffe einher. Der Leviathan, den du gebildet hast, um sich darin zu tummeln. Ich weiß nicht, ob ich zu ihm vordringen kann. An jenem Tage wird der Herr mit seinem Schwert daheim suchen, den Leviathan, die flüchtige Schlange. Und den Leviathan, die gewundene Schlange. Und wird das Ungeheuer töten, welches im Meere ist. Es ist seltsam, dass er gerade das sagt. Warum? Bevor wir Elysium gegründet haben, trug die Bohrinsel den Namen Leviathan. Meinst du, er weiß, wo er ist? Zumindest ist es ein Zeichen, dass er nicht ganz und gar in seiner eigenen Welt ist. Kann es sein, dass er uns irgendetwas sagen will? Durchaus möglich. Was weißt du über die Bohrinsel? Warum hat Abu Sint sie verkauft? Das Ölfeld unter ihr ist versiegt. Leviathan. Warum sagt mir der Name Leviathan in Verbindung mit Bohrinseln etwas? Womöglich im Zusammenhang mit dem Namen Penny Hollister. Penny Hollister, ja klar, natürlich. Das hier ist die Bohrinsel, auf der Penny Hollister getötet wurde. Ganz richtig. Das war ein ziemlich großer Fall damals. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Nur ihr Blut. 20 Männer waren mit ihr hier und keinem von ihnen konnte etwas nachgewiesen haben. Eine erschreckliche Tragödie. Schlimm, schlimm. Aber mit Elysium haben wir den Leviathan nun zu einem besseren Ort gemacht. Ist das das Geheimnis, das wir lösen sollen, Katz? Willst du, dass wir den Mörder von Penny Hollister finden? Jetzt, nach all der Zeit? Ist es das? Du zerschmetterst die Häupter des Leviathans? Gabst ihn zur Speise dem Volk und den Bewohnern der Wüste? Bitte. Wir kommen so nicht weiter. Wenn du willst, dass ich es mit Hypnose versuche, dann darfst du ihn nicht aufregen. In Ordnung, schon gut. Dann hol deinen Pendel raus und versetz ihn in Trance. Nun, Pendel, sind etwas aus der Mode gekommen. Werner, schau hier auf meine Hand. So ist es gut. Und jetzt liegst du auf einer Wiese, ganz entspannt. Es duftet nach frischen Frühlingsblumen. Du atmest tief ein und aus. Du nimmst das Sonnenlicht auf, saugst das frische Wasser aus dem Boden. Du bist eins mit dir und der Natur. Du fühlst dich stark. Nichts kann dir etwas anharrn. Und jetzt, wo du langsam wieder aufwachst, wirst du wieder zu Werner Katz aus New York. Du erinnerst dich an alles und bleibst ganz entspannt. Du bist unter Freunden. Und? Hat es geklappt? Bitte, Cleary. Geben wir ihn noch einen Moment. Ja, klar. Mich interessiert sowieso noch was anderes. Deine Jüngerin... Meine Gefährtinnen, meinst du? Warum sind es nur elf? Es sind zwölf. Ja, dann muss ich mich verzählt haben. Oh nein. April ist gerade nicht da. Sie erntet Algen. Ach was. So ganz allein. Die Ernte der Algen hat immer auch etwas Kontemplatives. Wir schätzen die Gemeinschaft. Ja, wir lieben sie. Aber wir wissen auch, dass jeder Mensch ab und an für sich sein muss. Katz! Ich kann nichts mehr hören. Helf mir! Hilfe! Ruhig, Werner! Ganz ruhig! Werner! Hörst du mich? Öffne die Augen. Doktor... Doktor Montgomery. Wo bin ich? In Elysium. Du bist in Sicherheit. Elysium. Das ist es also. Sie haben es wirklich geschafft. Ja? Ah, das habe ich. Elysium. Ich bin so froh, Sie zu sehen, Doktor. Aber... Wer ist der Mann da? Wer ist der Mann da? Du erinnerst dich nicht an ihn? Das ist Thomas. Er gehört zu uns. Und morgen um 20.45 Uhr hier auf MLM News Channel eine Sondersendung über die neuesten Entwicklungen im Fall der MS Princess of Wales. Direkt im Anschluss sehen Sie die Dokumentation Majestäten der Meere, die luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Also, die Vorspeise mit den Muscheln war wirklich ausgezeichnet, der Wamschel. Das Fleisch hier ist ein bisschen speziell. Wenn ich das so sagen darf, was ist das? Unsere letzten Besucher haben es mitgebracht. Wir essen äußerst selten Fleisch, nur zu besonderen Anlässen. Also bewahren wir es auf. Ich will lieber nicht wissen, wo. Wir haben ein Kühlhaus. Keine Sorge. Hörst du, Grigori? Kannst du jetzt endlich mal die Hand von deiner Waffe nehmen und ordentlich mit beiden Händen essen? Lass ihm seine Pistole, Katja. Er vertraut uns nicht, das ist in Ordnung. Solange keiner von uns blaue Bohnen als nächsten Gang serviert wird. Und, Clary, hast du den Guru wegen der zwölften Frau gefragt? Sie erntet Algen. Aha, das hat Jung mir auch erzählt. Die haben sich doch abgesprochen. Oder sie sagen einfach die Wahrheit. Tja, allein Algen ernten, das ist doch Quatsch. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich kann nicht sagen, was es ist. Thomas, alles in Ordnung? Fehlt euch was? Braucht ihr mir zu trinken? Wir haben leider nur unser Regenwasser. Keinen Wein. Nein, nein. Alles gut, danke. Wir sprachen gerade nur über den Grund unseres Besuchs hier. Ihr erwähntet ein Spiel. Wir wissen nicht mal, ob es dieses Spiel gibt. Wissen wir doch. Ja, genau, wissen wir. Jedenfalls wird euch das Kreuzfahrtschiff aufgefallen sein, mit dem wir gekommen sind. Ehrlich gesagt hatten wir Sorge, ihr würdet uns rammen. Das hätten wir niemals getan. Die Sache ist die, jetzt wo das Schiff steht, bekommen wir die Maschinen nicht mehr zum Laufen. Wir hatten gehofft, hier auf der Bohrinsel irgendwas zu finden, das uns weiterbringt. Da habe ich unter Umständen genau das, was ihr braucht. Aha. Die gute June hier. Sie war in ihrem früheren Leben bei einer Reederei in Boston als Ingenieurin tätig. Sie kann sich euren Schiffsmotor... Eure Maschinen. Ach, eure Maschinen. Gern einmal ansehen. Hey, was ist das? Kommt da einer? Immer mit der Ruhe. Kein Grund zur Aufregung. Frieden und Liebe retten die Welt. Frieden und Liebe retten die Welt. Das ist unsere April. Hallo Besucher, seid willkommen. Willkommen. April, wir danken dir für die Arbeit, die du für unser aller Wohl geleistet hast. Unser Dank erreicht dich, April. Unser Dank erreicht dich, April. Cleary, sie hat keine Algen dabei, keine Tasche, nichts. April, sieh mal, wer hier ist. Ist das nicht eine wundervolle Fügung? Wie kommt es, dass du hier... Was für ein wundervoller Tag, ich... Alles okay? Sag, wie kommt es, dass du hier auf Elysium... Ich bin direkt ein bisschen nervös jetzt, Entschuldigung. Bitte, April. Ihr werdet noch ausreichend Zeit haben, euch auszutauschen. Doch jetzt setz dich erst mal zu uns und iss was. Na dann sind ja alle wieder zusammen, ist doch herrlich. Stoßen wir an, oder? Sag mal, May. Oder warst du jetzt Marge? Ich blick da nicht mehr durch. Egal, ihr habt ja doch sicher irgendwo Schnaps versteckt. Sei doch so lieb und hol mir einen, ja? Hallo, ich rede mit dir. Du hast sie berührt. Was hab ich? Du hast May an den Oberarm gegriffen. Ich hab... Einen Scheiß hab ich? Was soll das jetzt? Es gibt klare Regeln in Elysium. Wenn ein Mann eine Frau unaufgefordert berührt, muss er sich entschuldigen. Entschuldigen, weil ich sie am Arm berührt habe? Mach's einfach, Rigo. Das kann doch nicht euer... Meinetwegen, Entschuldigung. Nein, so geht das nicht. Du musst sie in den Arm nehmen und folgende Worte sprechen. Ich entschuldige mich bei der Tochter Elysiums, dass ich sie unaufgefordert berührt habe. Ihr spinnt doch. Das ist mir zu blöd hier. Ich fahr zurück zum Schiff. Wer kommt mit? Tut mir leid, aber das kann ich nicht zulassen. Ach nee? Das wollen wir ja mal sehen. Wer weg von der Pistole, Gregori? Sonst schneidet Juli deiner Katja die Kehle durch. Hey, hey, hey. Wir bleiben alle ganz cool, okay? Ganz cool. Scheicher Bus sind. Die Leitung steht. Aus der Wange in Norwegen. Mr. Cosper Sticks. Aus New York City. Mrs. Susan Myers. Mr. Sticks, Mrs. Myers. Ihr spricht Hammer. Was gibt es so dringendes? Mensch, habt ihr nicht mitbekommen, was gerade auf Elysium abgeht? Ich bin live dabei. Endlich, nehmt das Ganze mal ein bisschen Fahrt auf. War ja langweiliger als Big Brother. Für meinen Geschmack könnte es ruhig noch ein bisschen mehr sein. Wenn das so ist, einen Augenblick bitte. Asja, komm hier raus zu mir auf die Terrasse. Ich brauche deine Stimme. Hab ich irgendwas nicht mitbekommen? Wo ist denn auf einmal euer Peace, Love und Happiness Getue hin? Samurai-Schwerter unter Walle-Walle-Gewändern? Das passt irgendwie nicht so gut zu dem ganzen Elysium-Gerede, oder? Spielanweisung 1. Bestrafung. Das zum Beispiel. Diese Spielanweisung, ne? Das kommt von Sam. Ich sag's euch. Waked. Grigori Orlov, du hast elysische Gesetze gebrochen. Du wirst bestraft werden. Streck einen Finger aus. Finger? Kannst du haben, hier. Grigori Orlov wählt den Mittelfinger. Grigori? Widersetzt du dich noch einmal, Grigori, verlierst du die ganze Hand. Und beim dritten Mal, deine Männlichkeit. Oh, fuck! Quing, Mittelfinger weg. Alter, wie geil. Und erst die Ansage von deiner Vorzimmerdamach halt. Spielanweisung 1. Bestrafung. Hat es dir gefallen, ja? Hat mich ein kleines bisschen scharf gemacht, muss ich zugeben. Na dann, setzen wir doch noch eins drauf, oder? Mit dem größten Vergnügen. Asja? Verdammt, Montgomery, wir müssen Orlovs Wunde versorgen. Orlov wird schon nicht verbluten. Aber wenn wir nicht... Spielanweisung 2. Die Nacht der Gottesanbieter. Hä? Was denn Black Vikings Namen soll denn das denn schon wieder heißen? Das ist das höchste elysische Ritual. Die Schöpfung der Zukunft. Geht's ein bisschen genauer? Ich habe bei der Planung von Elysium an alles gedacht. Dieses Land kann sich vollständig selbst versorgen, wenn es darauf ankommt. Von jetzt bis in alle Ewigkeiten. Doch ich werde nicht ewig leben. Es müssen andere nach mir kommen. Neue Generationen. Und plötzlich brauche ich etwas, das ich nie haben wollte. Kinder. Fuck! Aber leider hat die Natur ihren eigenen Plan. Das ist groß. Du machst mit einem ganzen Harem hier einen Start auf. Und dann kommt raus, dass du nur mit Platzpatronen schießt. Grandios! Und wir sollen jetzt den Job übernehmen, den du nicht machen kannst. Oder was? Das ist verdammt nochmal richtig schön krank. Und wir werden da mit Sicherheit nicht mitmachen. Ihr könnt euch noch vier Tage zieren, aber dann ist es soweit. Dann kommt die Nacht der Gottesanbieterin. Und ihr... Ihr werdet bereit sein. Fuck, fuck, fuck! Gib mir noch so eine verdammte Pille! Rikori, bleib ruhig, sonst hält der Druckverband nicht. Ruhig? Das Schwein hat mir mit seiner komischen Lanze den Finger abgehackt. Weil ein beschissener Laussprecher es ihm befohlen hat, ist doch komplett krank. Wenn wir Pech haben, bleibt es nicht das Einzige, dass sie uns abhacken. Stichwort Nacht der Gottesanbieterin. Was? Aua, fuck, was meinst du damit? Hä? Weißt du nicht, was deren Weibchen nach der Paarung machen? Scheiße, nein! Aua! Eine rauchen? Fast. Sie bringen ihre Männchen um. Der alte Sand lässt seine Jüngerinnen von uns ficken und zieht dann aber zu, wie sie uns mit ihren Schwertern den Kopf abschlagen? Das hast du sehr gut zusammengefasst. Du spinnst doch. Obwohl... Au! Gottesanbieterin töten ihre Männchen nicht einfach nur. Sie fressen sie auf. Ach nee, komm, sie fressen sie auf? Hey, Cleary, hast du nicht auch irgendwelche Feriencamp-Gruselgeschichten auf Lager? Oder vielleicht einen Plan, der uns hier rausbringt? Ich fände es ganz cool, wenn sich möglichst bald ein richtiger Doc meine Hand angucken könnte. Ja, ich habe einen Plan. Aha, und? Wir warten. Ist super, und worauf? Auf den richtigen Moment. Jetzt, 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 das ist deine Zeit. Du bist der Mann der Stunde. Zeig, was in dir steckt. Mit Blick, Vatking. Blick, Vatking. Der Energy. Cut! Wessen Scheiß-Handy? Ach, ganz. Alle mal leise jetzt, dann muss es rangehen. Hier ist der Geilste. Wer ist da? Na, du Arsch, was macht die Kunst? Ehrlich? Läuft oder was? Ganz sicher? Genau, das will ich hören. Wann ist fertig? Willst du mich verarschen, sag mal? Du weißt, was passiert, wenn du Kaspars Sticks verarschen willst. Also, wann ist fertig? Na bitte, und jetzt stelle mich nicht bei der Arbeit, du kleiner Wichser. So, Leute, alles auf Anfang. Kamera auf mich. Jetzt wird gefickt. Tom? Tom? Linda. Tom. Pssst. Ich bin da. Ich bin da. Aber hey, wie kann das sein? Linda. Alles kommt so, wie es vorherbestimmt ist. Und ich bin für dich vorherbestimmt. Linda. Was? June. Du kannst mich nennen, wie du willst. Was zum Teufel machst du hier? Ich möchte nur, dass du dich in Elysium wohlfühlst. Lass, lass das. Hör auf, verdammt noch mal. Darf ich dir eine der anderen holen? Sollte ich dir nicht gefallen... Was spinnst du? Ihr habt uns hier unten eingesperrt auf den Befehl eures irren Anführers. Und jetzt willst du mit mir schlafen, damit ich mich wohlfühle? Warum machst du diesen Wahnsinn mit? Du verstehst es noch nicht. Elysium ist eine Chance. Weißt du, Montgomery ist ein weiser Mann. Er hat mir meine Dämonen genommen. Er hat mich befreit. Befreit? Wach auf. Du bist gefangen auf einer Bohrinsel, mitten im Nichts. Du bist der Willkür eines Wahnsinnigen ausgeliefert, für den Moral keinen Wert hat, June. Hör zu, jetzt hast du die Gelegenheit, das Richtige zu tun. Hilf uns hier rauszukommen, bitte. Wir überwältigen Montgomery und machen dem Spuk ein Ende. Erst dann bist du wirklich frei. Tom, verzeih, aber das hier ist meine Heimat. Ich glaube an Elysium. Und selbst wenn ich das nicht tun würde, wir würden nicht weiterkommen als bis zu unserem Aufenthaltsraum. Ihr werdet bewacht. Wir haben die Schwerter nicht zum Spaß. Und wenn ich dich als Geisel nehme? Keine von den anderen wird Elysium gefährden, nur um mein Leben zu retten. So, ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Warte. Was hat Montgomery mit uns vor? Was wird mit uns passieren in der Nacht der Gottesanbeterin? Hab keine Angst. Ihr werdet eine neue Stufe eurer selbst erlangen. Und jetzt schlaf gut, Tom. Du bleibst. Olaf. Und sie hier auch. May. Was hat er mit dir gemacht? Sie ist einfach zu mir unter die Decke gekrochen und hat mir direkt in die Hose gelangt. Und deswegen musstest du sie so hart anpacken. Meinst du, das hilft uns jetzt weiter? Entschuldige, mir wurde der Finger abgehackt. Ganz abgesehen davon, dass dieser Schmerz extrem abtörnt ist, bin ich einfach ein kleines bisschen vorsichtiger geworden. Außerdem habe ich May dazu gebracht, mir zu erzählen, wie er hier rauskommt. Was? May? Es gibt einen Versorgungsschacht direkt über uns. Sie nutzen ihn, um die Dekontaminationsschleuse zu umgehen. Stimmt das, June? Ihr werdet es nicht schaffen. Scheiß auf sie, Tom. Die Kleine hier hat mir alles erzählt. Im Putzraum am Ende des Gangs ist eine der Deckenplatten locker. So kommen wir in den Schacht, dann durch eine Tür auf einer Außentreppe fertig. Tom, was ihr vorhabt, ist sinnlos. Das werden wir ja sehen. Wir werden euch zwei fesseln, kniebeln und hier einsperren. Bei Flint drüben ist auch noch einer. Verstehe. Ist das jetzt wohl eine Party? Mr. Abusind, Miss Myers und Mr. Sticks warten darauf, zugeschaltet zu werden. Über die sichere Leitung. Und ich will nicht gestört werden. Selbstverständlich, Scheiß Abusind. Susan Kasper, so schnell hört man sich wieder. Immer wieder eine Freude, Hammatt. Harald, Harald, Harald. Also ich muss schon sagen, deine kleine Chefsekretärin. Ich hab sie ja noch nie gesehen. Aber wenn ich von der Stimme ausgehe, ist sie eine glatte Zehn. Was verlangst du für ihre Telefonnummer? Also die private, die geschäftliche, hab ich ja schon. Zuerst einmal hör endlich auf, mich Harald zu nennen. Was soll das? Hast du Angst, einen arabischen Namen auszusprechen? Du erinnerst mich an den Postmann aus meinem Heimatort. Harald Husswold. Okay, sein Teint ist ein paar Nuancen heller. Der trägt nicht den ganzen Tag ein Bettlaken wie du. Aber ansonsten seid ihr Zwillinge. Sag mal, war deine Mutter als junge Frau mal in Norwegen unterwegs? Du weißt, dass ich dich töten lassen muss, wenn du weiter über meine Mutter redest. Jungs, ehrlich, ich hab heute noch 15 Meetings. Wenn ihr also langsam durch seid, dann würde ich gern über die wirklich wichtigen Dinge reden. Du hast recht, Susan. Entschuldige bitte. Hast du deinen Freund erreicht? Er hält uns den Rücken frei. Und deinen Freund, Hammert? Erledigt den Rest, wenn es überhaupt einen Rest gibt. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was mit meinen Freunden ist. Wird eine Überraschung für euch sein, aber ich hab keine. Kann doch nicht sein. Doch, Harald, doch. Aber wozu brauch ich Freunde? Ich hab eine eigene Rocker-Gang und einen Haufen Mitarbeiter, die wissen, womit man Geld machen kann. Apropos, wie steht's mit dem Treibsand-Catchen, Harald? Wir könnten da was richtig Großes aufziehen. Ich bin mir sicher, ich lass mir ein gutes Geschäft entgehen. Aber nein, vielen Dank. Deine Entscheidung, aber jetzt kommt's. Ich hab heute mit meinem Mann in Pakistan telefoniert. Das Crews-Computerspiel ist in einem Monat fertig programmiert. Was sagt ihr dazu? Ich wollte meine Reederei aus den Schlagzeilen bringen. Gras über die Sache wachsen lassen. Ich steh'n wohl die Chancen dafür, wenn du dieses Spiel herausbringst. Scheiß auf Gras. Sieh lieber zu, wie dein Vermögen wächst. Wir sind alle drei mit 33 Prozent dabei. Katsching! Nochmal, können wir kurz in der Gegenwart bleiben, Hammard? Was ist mit Dr. Montgomery? Hat er die Dinge im Griff? Er wird alles tun, um seinen kleinen Haremsstaat zu schützen, da bin ich sicher. Und das heißt, er wird alles tun, was wir ihm sagen. Er weiß, dass Elysium Geschichte ist, wenn er versagt. Warum müssen wir ausgleichlich jetzt abhauen? Man, es fing gerade an, mir zu gefallen. Du kannst gern hierbleiben und dich nach der Gottesanbeterin-Sause aufessen lassen. Hab ich kein Problem mit. Lass mich kurz überlegen. Na, wäre ja gemein, wenn ich den ganzen Spaß alleine hätte. Aber hey, den nächsten Urlaub verbringen wir wieder hier, oder? Wo wollen wir denn hin? Wir machen einen Ausflug, Werner. Mit Dr. Montgomery? Diesmal nicht. Er hat zu viel zu tun. Aber wir haben uns nicht mal verabschiedet. So, da ist die Tür. Wenn die abgeschlossen ist, sind wir am Arsch. Doch wie stark die Gemeinschaft auch sein mag, ewig möchte man hier nicht bleiben. Nach sechs Monaten Schwerstarbeit auf der Bohrinsel ist jeder froh, zurück zu seiner Familie zu kommen. Also los, zum Rettungsboot. Wir sollten Elföl fragen, ob sie mitwillen. Wir sorgen dafür, dass der verdammte Katz weniger redet und schneller läuft. Los, alter Junge. Du hast das gehört. Wir müssen zurück auf unser Lieblingschef. Wartet. Hey, wartet. Katja, komm jetzt mal eilig, verdammt. Grigori, wo ist sie? Fuck! Was ist los mit euch? Wir müssen jetzt hier weg. Wo ist sie? Wo ist die Princess of Wales? Guten Morgen, meine Lieben. Es tut mir leid, aber was ihr sucht, ist nicht mehr da. Es gibt kein Schiff, auf das ihr zurückkehren könnt. Und es gibt auch kein Rettungsboot mehr. Es gibt nur diesen einen Ort auf der Welt. Es gibt nur Elysium. The Cruise Teil 7 Von Edgar Linscheid und Stuart Kummer Musik Lars Gehlhausen und Stuart Kummer Mit Barbara Auer als June Christoph Maria Herbst als Flint Daniel Wiemer als Grigori Orloff Tobias Meister als Tom Cleary und Ilona Otto als Katja sowie Gerrit Schmidt-Voss Jens Riever Irina von Bentheim Thomas Nero-Wolf Taifun Bademsoy Stefan Kaminski Marie Bierstedt Kamilla Rentschke Lisa Verlinder Jan Odle Markus Off Dörte Lisewski Dörte Lisewski Üfang Stuart Kummer und Lutz Mackenzie als Dr. Montgomery Technische Realisation Matthias Fischenich und Jens Peter Hammacher Regieassistenz Hanna Steger Regie Stuart Kummer Dramaturgie Nathalie Challis Hanna Steger Hanna Steger Dramaturgie 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Anna, hallo. Ich heiße jetzt April. Anna ist Vergangenheit. April klingt toll. Vom donnernden Schneesturm bis zum strahlenden Sonnenschein. Ich bin so froh, dass es dir besser geht. Meine Mom hat mir erzählt, dass Dr. Montgomery zumindest einen Teil deiner Erinnerung zurückholen konnte. Ich bin so dankbar. Dass ich dich nicht vergessen habe? Ich hatte so gehofft, dass du mich findest. Und dann warst du so komisch. Es ist alles gut. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Hier, sieh mal. Der Anhänger, den du mir gegeben hast... Hast du noch? Ja. Weißt du noch, was ich dir damals versprochen habe? Du wolltest immer für mich da sein. Oh. Und dich immer vor dem Bösen beschützen. Ja, ist mir nicht entgangen. Werner mag die Kleine immer noch. Ist doch schön für ihn. Stimmt auch wieder. Schön für uns. Das sollten wir ausnutzen. Okay, prima. Ja, bis dann. Musst du eigentlich immer telefonieren? Musst du dich beim Sex immer im Deckenspiegel ansehen? Nicht abdenken. Worum ging's da eben? Weißt du, Darling, es gibt Dinge auf der Welt, die deine Vorstellungskraft bei Weitem übersteigen. Also mach dir keine Gedanken. Na schön, pass auf. Mir ist egal, was du woanders machst. Aber jetzt sind wir in meiner Wohnung, da gelten meine Regeln. Und die erste ist Handy ausschalten. Ach, wie süß. Lance Rivers versucht streng zu sein. Das Ding ist nur, wenn ich mich zwischen meinem Handy und dir entscheiden müsste, würde ich immer das Handy nehmen. Und jetzt lass mich nach unten. Ich bin dran mit Spiegel gucken. The Cruise Teil 8 Wie laufen die Vorbereitungen für heute Nacht? Es wird alles so sein, wie du es dir wünschst. Das sollte es auch. Wir wollen Sam nicht verärgern. Wenn man vom Teufel spricht. Spielanweisung 3. Macht April bereit für die Nacht der Gottesanbeter? Nein. Nein, auf keinen Fall. Nicht April. June! Ich bin mit dir hierher gekommen. Ich habe geschworen, nichts von dem in Frage zu stellen, was du hier tust. Und ich habe nur eine Bedingung gestellt. Dass du meine Tochter aus deinen Ritualen heraushältst. Du hast es versprochen. Es ist nicht meine Entscheidung. Es ist ein Befehl von Sam. Du hast es gehört. Scheiß auf, Sam! Es geht um meine Tochter. Es geht um Elysium. Glaubst doch nicht, dass Sam uns hier in Elysium einfach so weiterleben lassen, wenn wir uns ihnen widersetzen. Allerdings... Allerdings was? Sag es mir. Was kann ich tun? Nicht du. April. Sie müsste Sam die Unzufriedenheit nehmen. Bitte, Meister. Rede so mit mir, dass ich dich verstehe. Guck mal. Was ich gefunden habe? Eine Kiste. Na prima. Mit April dann also noch eine Gottesanbeterin mehr. Hat irgendeiner von euch eine Idee, die uns weiterhilft? Nee, aber ich habe einen Baseball. Guck mal. Ja, und... Ui, eine Autogrammkarte. Autogrammkarte von Jodie Madgeau 1951. Sein letztes Jahr, aber den Yankees. Das ist ganz was Feines. Was gibt es hier noch? Wir müssen das mit den Gottesanbeterinnen irgendwie verschieben, damit wir Zeit gewinnen. Homale. Kannst du vergessen? May hat mir erklärt, warum es ausgerechnet heute sein muss. Es hat mit dem weiblichen Zyklus... Das ist ein Liebesbrief. Wenn Frauen längere Zeit miteinander auf engem Raum verbringen, passen sich ihre Zyklen aneinander an. Was? Soweit, dass sogar ihre Menstruation am Wellentat beginnt. Und heute sind Montgomerys Gefährdinnen anscheinend am fruchtbarsten. Das ist ja ekelhaft. Aber auch faszinierend. Wie auch immer, die Nacht der Gottesanbeterin findet statt. Nicht, wenn wir Moncandi aus dem Verkehr ziehen. Und wie soll das funktionieren? Warte mal. Hier. Hey, Finger weg! Die Sachen hab ich gefunden. Gib das Messer wieder her. Hiermit funktioniert das. Katja, du musst Montgomery nur um eine Audienz unter vier Augen bitten. Das sollte kein Problem für dich sein. Glaub mir, die Möglichkeit wird sich wie von selbst ergeben. Und dann... Du bist ja vollkommen verrückt, Rigori. Ich bin doch kein Mörder. Ich kann sowas nicht. Ach ja? Aber du willst zusehen, wie Montgomery uns umbringt und dich für alle Ewigkeit zu seiner Sklavin macht? Leute... Glaubst du, hier geht's dir besser als bei Potjomki? Leute, bitte nicht streiten hier. Es gibt vielleicht noch eine andere Lösung. Es muss eine andere Lösung geben. Mom, Mom! April. Die Durchsage. Was hat das zu bedeuten? Du hast gesagt, ich müsste nicht... Beruhige dich. Ich habe mit dem Meister gesprochen. Es gibt einen Ausweg. Was meinst du damit? Der Meister will, dass du zu Werner gehst und ihn fragst, wo er ein ganz bestimmtes Computerprogramm versteckt hat. Der Name des Programms ist Shapeshifter. Verstehst du? Ja, Shapeshifter. Aber warum ich? Kann der Werner nicht wieder hypnotisieren? Das hat er bereits versucht. Es hat nicht funktioniert. Dann schaffe ich das erst recht nicht. April. Du hast einen besonderen Zugang zu Werner. Du musst es versuchen, bitte. Aber hör zu. Du... Du darfst ihn nicht drängen. Er wird sich nur daran erinnern, wenn du ganz sanft mit ihm umgehst. Und was, wenn es nicht klappt? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Cleary? Nein, Flint. Ich weiß nicht, wo es noch Sprühseine gibt. Hey, hör ihm zu, Cleary. Es lohnt sich. Na schön. Katz... Katz hat dir doch gesagt, dass uns das Geheimnis der Insel hilft, das Spiel zu gewinnen. Das heißt, wir müssen das Geheimnis lüften. Ich habe mich da mal ein bisschen umgesehen. Naja, so weit möglich. Komm zum Punkt. Es sind die Wassertanks, Tom. Dahinter verbirgt sich das Geheimnis. Wasser? Eben nicht. Sieh dir an, wie groß die sind. In diesen Breiten regnet es nun einmal viel. Ja, aber das ist es ja. Wozu braucht man riesige Wasserreservoirs, wenn es ständig regnet? Für die Kosmetikproduktion. Ey, das ist eine kleine Manufaktur. Keine Massenproduktion. Und hast du in den letzten Tagen irgendwas davon mitbekommen, dass jemand auch nur einen Milliliter Kosmetik hergestellt hätte? Na gut, Miss Marple. Nehmen wir an, da ist nicht nur Wasser in den Tanks. Wie willst du nah genug rankommen, um herauszufinden, was es ist? Mit etwas, das einer der früheren Arbeiter unter seinem Bett vergessen hat. Tada! Na, was sagst du? Ein Baseball. Und hier noch das Ergebnis eines Nachholspiels aus der Major League Baseball. Die New York Yankees schlagen die Boston Red Sox mit 6 zu 5. Baseball spielen? Auf der Plattform? Ah, den beiden fällt hier die Decke auf den Kopf. Bei dem Wind da draußen kann man nicht Baseball spielen. June, die wollen den Ball ein bisschen hin und her werfen. Ich weiß nicht. Hast du Angst, sie könnten fliehen? Wo sollen die denn hin? Wie hat Montgomery das so schön ausgedrückt? Es gibt nur diesen einen Ort auf der Welt. Es gibt nur Elysium. Also gut, von mir aus. Okay, lasst Olaf und Flint nach draußen. Für 10 Minuten. Dein Wunsch erreicht uns. Danke! Sehr freundlich, Ma'am! Danke, June. Schon in Ordnung. Komm mit ans Fenster. Ich will sehen, was die beiden da draußen treiben. Du traust ihnen nicht? Ich frage mich nur, warum sie dich vorschicken, anstatt mich selbst zu fragen. Ich bin wohl sowas wie der Klassensprecher. Und ich die strenge Lateinlehrerin? Wohl eher die scharfe Lateinlehrerin, mit der jeder ins Bett will. Quart esse demonstrandum. Aber vielleicht entscheide ich lieber selbst, wann ich mit wem ins Bett gehe. Und ich dachte, es wäre der Traum eines jeden Mannes, wenn eine fremde Frau nachts zu ihm ins Bett steigt. Vielleicht passe ich nun mal nicht ins Klischee. Du, Thomas Jefferson Cleary, passt wirklich in jedes Klischee. Kann schon sein. Komm mal her. Warum hast du es auf einmal so eilig? Weil heute die Nacht der Gottesanbieterin ist. Dann solltest du besser deine Kräfte sparen. Werden wir beide heute Nacht? Nein. Und ich werde dich auch für nichts bewahren können. Dann gewähre einem Verurteilten doch seinen letzten Wunsch. Verdammt, Tom. Das war mies. Das war ganz mies. Ein paar Bälle warten, ja? Das hätten deine Freunde nicht tun sollen. November, December, ihr kommt nicht mehr. Die anderen behalten unsere Gäste im Auge. Verstanden? Dein Wunsch erreicht uns zu. Hab ich's doch gewusst. Von wegen Wassertanks eine Serverfahrt. Hey, was macht ihr hier? Flint, der Alarm. Wir müssen uns beeilen. Mach irgendwas mit den Computern. Das ist kein Laptop-Orlaub. So einfach geht das nicht. Ihr dürft überhaupt nicht hier sein. Sag uns sofort, wie ihr mit der Außenwelt Kontakt aufnehmt. Gar nicht. Wir sitzen nur hier, sorgen dafür, dass die Server laufen und kontrollieren diese Zahlenkolonnen. Du lügst, das ergibt doch keinen Sinn. Mach den Mund auf oder ich... Runter mit dem Messer. Sofort. Verpisst euch. Ah, shit. Alter, so schwer kann man ja gar nicht gucken. Lass mich in Ruhe und verschwindet aus dem Raum. Das alles sind elysische Staatsgeheimnisse. Ihr habt nicht das Recht, euch hier aufzuhalten. Elysische Staatsgeheimnisse? Ich weiß genau, was hier los ist. Elysium ist nicht einfach nur eine Kommune von Geistesgestörten, sondern eine Steueroase. Ein Offshore-Finanzplatz für Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Ihr habt euch das ganz schön clever ausgedacht. Ein Mikro-Staat, der in internationalen Gewässern liegt, mit eigener Gesetzgebung, ohne Finanzmarktaufsicht, Vermögenssteuer. Der ideale Ort für eine Briefkastenbank. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das Rätsel gelöst. Aber deine Erkenntnisse sind vollkommen wertlos. Du hast es selbst gesagt. Elysium ist ein autarker Staat. Die internationale Finanzaufsicht hat hier keine Befugnis. Und kein anderer Staat wird uns daran hindern, genau so weiterzumachen. Aber wer... Außerdem wird es niemand erfahren. Denn keiner von euch wird die Insel je wieder verlassen. Aber wieso habt ihr... November, December bringt unsere beiden Gäste zurück zu den anderen. Und May, geh auch mit. Hut dich aus. Ich übernehme deinen Dienst jetzt hier. Mein Dank erreicht dich. Mein Dank erreicht dich. So nett von Dr. Montgomery, dass wir in seinem Zimmer Tee trinken dürfen. Es ist fast wie früher, oder? Nur der Cheesecake fehlt. Und der White Chocolate Mocca mit Haselnuss-Sirup. Wie kann man sowas nur trinken? Du hast das Zeug ja gehasst. Erinnerst du dich eigentlich auch noch an Shapeshifter? Shapeshifter? Ich... Nein, ich weiß nicht. Nein, der Name klingt vertraut. Was ist das? Etwas, das du entwickelt hast. Ein Programm. Du hast mir damals davon erzählt. Ja, habe ich das? Ich... Ich weiß nicht. Wozu ist es denn gut? Ach, das ist kompliziert. Aber mich interessiert, was daraus geworden ist. Und dich doch sicher auch. Wenn du nachdenkst, fällt dir vielleicht ein, wo du es aufbewahrst. Warte. Ähm... Ja? Tja, es... Nein, also... Hier ist es nicht. Es könnte auf einem Laptop sein, einer Festplatte, einem Speicherstick. Überleg doch mal. Ich... Ich... Ich kriege Kopf... Ich kriege Kopfschmerzen vom Nachdenken. Nein, keine Kopfschmerzen. Hier, nimm meine Hand und leg sie auf deine Stirn. Es ist kalt. Meine Hände sind immer kalt. Das weißt du doch. Wir könnten den Kamin anmachen. Hier gibt es keinen Kamin, Werner? Nein, nicht hier im Loft. Wir sind in Elysium, mitten auf dem Meer. Wir brauchen nur ein Boot. Dann fahren wir rüber. Wohin rüber? Nach New York natürlich. Was ist das für ein Loft, Werner? Es ist ein Loft mit Kamin. Was wollen wir heute essen? Fisch, Fisch, Fischer. Und hier Algensalat. Das ist die beschissenste Enkers Mahlzeit der ganzen Welt. Fisch ist gut für die Fruchtbarkeit. Macht also Sinn wegen Nachher. Aber ansonsten muss ich dir recht geben. Ausgewogene Ernährung ist was anderes. Warte, ich fag mal nach. Hey! Hallo! An alle Monate da draußen. Könnten wir vielleicht was Frühsahne bekommen und fünf Fleck Viking? Aber eiskalt, wenn es keine Umstände macht. Bin ich eigentlich der Einzige, dem unsere Lage bewusst ist? Wir sitzen hier fest. Irgendjemand eine Idee? Was ist mit dir, Special Agent Cleary? Mach's mal auf, verdammt nochmal. Es ist Zeit, etwas zu tun. Ihr müsst Geduld haben. Die Lage ist nicht so aussichtslos, wie sie scheint. Was hast du vor? Katja, die Wände hier haben Ohren. Ihr müsst mir vertrauen. Wir werden das hier überstehen. Das Wichtigste ist, keine Alleingänge mehr. Werner, du musst mir mehr über das Loft erzählen. Wir könnten dort wohnen. Gehört es dir? Nein, aber wenn wir fragen... Wie ist denn die Adresse? Keine Ahnung. Denk nach. Wie bist du dort hingekommen? Zu Fuß? Ich gehe immer zu Fuß in New York. Kannst du dich an die Haustür erinnern? Sie war grün. Mit verschnörkeltem Eisen vor einem kleinen Fenster. Und neben der Tür? Gab es da vielleicht eine Hausnummer? Eine Hausnummer? Ja. Ja, natürlich. Harry Maus. Was geht ab im Emirat? Ah, wirklich, Kaspar. Wieder ein neuer Spitzname? Ich wollte mal was ausprobieren. Will gar nicht dir helfen. Hast du heute schon etwas von Susan gehört? Weißt du, wo sie steckt? Susan? Die Mutter der Kompanie? No. Keine News aus New York. Warum? Ich wollte ihr mitteilen, dass sich Montgomery eben bei mir gemeldet hat. Weil er dich und Susan in seine Sekte aufnehmen will. Weil Katz ausgeplaudert hat, wo wir Schäfschifter finden. Ist nicht wahr. Aber das hieße ja, wir haben gewonnen. Sobald wir es gefunden haben. Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Wo ist es? 226 Pettywin Avenue. Apartment 250. Horizontal gespiegelt. Keine Adresse, alles klar. Aber was soll das horizontal gespiegelt? Keine Ahnung. Aber ich weiß, wer es uns sagen kann. Mir ist nämlich bekannt, wer da wohnt. In der Pettywin Avenue 226. Und wer soll das sein? Tausend Dollar, dass du es mich erwähnst. Das verwirrt mich. Nein, genauer gesagt, es verstört mich zutiefst. Ein junger Mann wie du, Grigori Orlov. In der Blüte seiner Jahre. Also ehrlich, das... Das ist mir noch nie passiert. Liegt es an May? Nein, ich befürchte, es liegt an mir. Es ist mir wirklich peinlich, das bisschen Schmerz im Fingerstumpf. Ich hätte so gern meinen Teil zur Elysiums Zukunft beigetragen. Ich hoffe, du schneidest mir jetzt nicht zur Strafe, mein Sch... Nein, nein, keine Sorge. Du sollst dein nutzloses Ding behalten. Ich habe etwas anderes mit dir vor. Du wirst die anderen motivieren, es besser zu machen. Solange ich dafür keine Cheerleader-Uniform tragen muss... Du kannst bleiben, wie du bist. Du dienst als Beispiel. Als gutes Beispiel dafür, wie man in Elysium mit Versagern umgeht. Moment mal. May? Ja, Meister. Die Ehre gebührt dir. Fuck, hey, jetzt warte mal! Cleary, es wird Zeit für deine Lösung. Fang an! Es ist immer wieder amüsant, wie sehr Menschen an dem erbärmlichen Stückchen Zeit hängen, das sie leben nennen. Dabei wartet der Lösung auf dich, junger Freund. Du kannst dich glücklich schätzen. Das Jenseits ist so viel besser als die fehlerhafte Welt, aus der du kommst. Und jetzt, May, hole aus zum Schwung. Tom! Bereit! Warten Sie, Doktor! Jetzt nicht, Werner. Aber hören Sie das nicht? Da kommt ein Boot! Wir sind hier mitten in einer Zeremonie, Werner. Also, pst! May, ich bitte. Stopp! Auszeit! Hab ich mich nicht klar ausgedrückt? Ich ersetze einen Schädel. Wie bitte? Einen Schädel! Sieh in den Spierigen nach. Einen Schädel gleich ein Leben. Ich rette Orloff mit einem Schädel aus meinem Rucksack. Oh, Flint. Begreif es doch. Das Spiel ist längst vorbei. Hey, Sam hat das Spiel bereits gewonnen. Warum? Dann dieser ganze Quatsch hier noch? Das ist kein Quatsch. Das ist ein elysisches Ritual. Und jetzt? Wer ist da in der Schleuse? Ganz ruhig bleiben, Doktor. Es ist vorbei. Das sind meine Leute. Wie willst du das denn geschafft haben? Ich bitte dich. Ich bin bei der CIA. Ja und? Hier. Meine Vorgesetzte, Carrie Decker, hat mir diesen kleinen Sender mit auf die Reise gegeben. Für alle Fälle. Was? Und den benutzt du erst jetzt? Der Prinzess of Wales wurde das Signal gestört, dank Katz. Aber da das Schiff jetzt weg ist, hier, grünes Licht. September, Oktober, November, December. Ihr vier stellt euch vor die Schleusentür. Und ihr anderen passt auf die Gefangenen auf. Dein Wunsch erreicht uns, Meister. An eurer Stelle würde ich die Schwerter lieber fallen lassen und die Hände hinter den Kopf nehmen. Gleich stürmen 20 schwerbewaffnete Elite-Soldaten in Lagen hier. Ihr habt nicht den Hauch einer Chance. Mein lieber Schwan, was ist denn hier los? Verdammt. Ist das scheiß Telefon. Hallo? Wer? Woher haben Sie diese... Hast du's bald? Das ist für dich? Kann nicht sein. Der Hammert hier sagt was anderes. Gib mir das Telefon. Gib mir das Telefon. Nicht gleich aus. Hier. Hammert? Woher? Mein Handy? Keine Ahnung, das müsste eigentlich... Was ist denn überhaupt... Was? Warte mal. Hier? Ja, 226 Patty Wim Road. Aber wie soll er... Horizontal gespiegelt? Nein, ich weiß nicht, was das... Ach du Scheiße, ich weiß doch, was das bedeutet. Kann ich dich zurückrufen? In 10 Minuten? Alles klar. Hast du mein Handy ausgeschaltet? Ich hab dir gesagt, keine Anrufe im Bett. Du bist wirklich der dümmste Idiot, den ich... Ach, na lo, steh auf. Bitte? Das ist mein Bett. Wenn hier einer... Du sollst zusehen, dass du aus dem Bett kommst. Dass vielleicht wieder eins von deinem komischen Spielchen ist. Raus aus dem verdammten Bett. Nimm deine Sachen und stell dich da hinten ans Fenster. Ich brauche irgendwas. Ach, hier. Den Aschenbecher. Moment mal. Hey. Fuck. Sag nicht fuck, Leary. Sag mir, dass der Typ einer ein Mannarmee ist. Wer bist du, Fremder? Hä? Ich bin der, der wegen euch wieder Überstunden machen muss. Und mit Überstunden meine ich zwei Stunden zum Scheißhafen fahren? Und von da aus vier Stunden mit dem Scheiß-Schnellboot bis hier ins Nirgendwo, um euch den Arsch zu retten, Mann. Nur weil ihr die Finger nicht von irgendwelchen Kabeln lassen könnt. Wenn es etwas genauer ginge. Meine Gefährtinnen mit den Schwertern werden ein wenig ungeduldig. Hey, 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 hey. Immer mit der Ruhe. Ich bin der verdammte Netzwerkadministrator. Okay? Ich... Hey! Ich bin hier, um euch wieder online zu bringen. Die Zentrale hat ein Warnsignal empfangen. Eure Server laufen nicht. Reicht das? Dann könnt ihr jetzt wieder die Schwerter aus meinem Gesicht nehmen. Was ist das hier eigentlich für ein kranker Karnevalscheiß? June, du hast vorhin den Dienst von May übernommen. Stimmt das, was er sagt? Ich... Ich wollte dich nicht beunruhigen. Ich dachte, sie können das vom Festland aus regeln. Ich wusste doch nicht, dass sie gleich jemanden hier hinschicken. Wir sind offline. Und du hältst es nicht für nötig, mich zu informieren? Ich... Führ diesen Mann in den Serverraum und lass ihn die Dinge erledigen, für die er gekommen ist. Währenddessen wird deine Tochter ihre Bestimmung erfüllen. Aber, Meister, April hat doch das getan, worum sie gebeten wurde. Und dafür ist Sam ihr auch ewig dankbar. Aber das ändert nichts an der Spielanweisung. Du hast gesagt, das Spiel ist vorbei. Ob Spiel oder nicht, was Sam befiehlt, wird getan. Seid ihr dann soweit? Ich wusste, dass ich dir nicht trauen kann. Trotzdem hast du mir gehorcht. Das soll belohnt werden. Ich habe für April einen Mann ausgesucht, der ihrer Mutter gefällt. Tom Cleary wird der Vater ihres Kindes. Mann? Du musst stark bleiben, Anna. Bleib stark. Sie heißt April! Du bist da nicht, müsste dann, weil... Jetzt geh, wie ich es dir befohlen habe. Ein kaputter Spiegel bringt sieben Jahre Unglück. Das weißt du schon, oder? Quatsch nicht. Hilf mir lieber mit der Decke. Und jetzt stell dich aufs Bett und nimm mich auf deine Schultern. Was? Mach schon und tritt nicht in irgendwelche Scherben. Ich fahre dich bestimmt nicht ins Krankenhaus. Du hast sie echt nicht alle. Wackel nicht so. Da ist das verdammte Ding. Du kannst mich wieder runterlassen. Ein Speicherstick? Warum klebt so was an meiner Zimmerdecke? Weil Katz anscheinend mehr drauf hat, als wir gedacht haben. Wer ist denn nun schon wieder Katz? Das geht dich im Scheiß an. Und jetzt Ruhe, ich muss telefonieren. Hammatt? Ja. Ich habe was gefunden. Ich lasse es von meinen Experten prüfen. Alles klar. Wie besprochen. Wenn es das ist, was wir glauben, warten wir ein paar Wochen, bis wir es benutzen. Du kannst dich drauf verlassen. Gut. Ich melde mich. Zieh dich an, wir müssen los. Jetzt? Wohin? In mein Büro. Du fährst. Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung. Es können jetzt alle wieder auf ihre Plätze gehen. Wo waren wir? Richtig. April und Tom. Nein. Moment. Fast hätte ich es vergessen. Wir waren mit dem guten Gregori ja noch gar nicht fertig. Wo bleibt deine Kavallerie, Tom? Keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Töchter Elysiums, behaltet unsere Gäste gut im Auge und bestraft sie, wenn es nötig ist. Dein Bruder reicht uns, Meister. Und ihr, liebe Gäste, seht nun her. Also bitte, May. Du bist dran. Knie nieder. Einen Scheißdreck werde ich tun, Tom. Knie nieder. Halt die Fresse, Tom. Tu endlich was. Meister, er will sich nicht hinknien. Ach, alles muss man alleine machen. Werner, mein treuer Gefährte. Ja, Doktor. Hier, halt bitte für einen Moment die Insignien der Macht. Die Simba, passt auf, dass du dich damit nicht verletzt. Die Insignien sind obenrum ganz schön scharf. Welche Ehre, Doktor. So, May. Reich mir dein Schwert. Sehr wohl, Meister. Mein Dank erreicht dich. Mach keinen Scheiß, Mann. Seht her. Wenn ihr ein Schwert habt... Montgomery, hör auf damit. ...und ihr wollt, dass ein anderer vor euch kniet... Montgomery, bitte. ...dann braucht es dazu nicht... Tom! Tom, hilf mir jetzt endlich! ...als einen gezielten Schlag in die Knie kippen. Shit. Ansehen, lernen, umsetzen. Versteht ihr? Also gut. Lektion zwei. So, hier ist der Serverraum. Serverraum? Das ist ein verdammter Schweinestall. Was ist das denn hier? Ihr stellt einen Teller mit... ...Algen auf einem Blade Center ab? Hat man euch ins Gehirn geschissen? Das ist ein verdammter technischer Organismus. Also es ist hier drin einfach nicht okay? Ja, ja. Verstanden. Weißt du ehrlich, mich geht das ja eigentlich nichts an, was ihr hier für pervasen Spielchen treibt. Aber wenn ihr darüber vergesst, auf die Server aufzupassen, wird's zu meinem Problem. Also, wenn ich hier nochmal ausschippern muss, wegen was auch immer, werde ich dafür sorgen, dass andere Blumenkinder euren Job übernehmen. Kapiert, Lady? Es wird nicht wieder vorkommen, das verspreche ich. Würde ich euch auch geraten haben. Meine Fressen. Hey, was willst du denn jetzt da oben? Ich wusste, ich kann ihm nicht trauen. Ich habe es gespürt. Was? Was? Was du da machst? Deshalb habe ich den Server manipuliert. Was? Du hast mit Absicht den Server? Hey! Was machst du da? Na, warte mal, ist das die Luke für den Kühlwassertank? Fuck, hör auf, du Irre! Hör sofort auf damit! Willst du uns umbringen? Ja, genau das will ich. Wir können lassen das Ding! Halt! Ja, halt! Die Frau ist rüber! Die Frau ist rüber! Hey, was ist da los? Wasser. Es kommt Wasser aus dem Serverraum. Hey, Mom ist da drin. No, no! Rette die Server! Rette die Server! Montgomery! Was ist? Vergiss nicht die Insignien der Macht! Stopp! Du Gott! Hier kommt eine Lektion, die du hättest lernen sollen, Doktor. Man muss sich immer genau überlegen, wem man Macht in die Hände legt. Du Wahnsinniger! Tötest das Staatsoberhaupt von Elysium. Das ist dein Ende. Darüber entscheidet das neue Staatsoberhaupt von Elysium. Und das bin ich. Das ist ja wohl ein Witz. Nein! Das ist ein Putsch! Und nun seht her! Seht in meine Hände! Ich halte die Insignien der Macht! Die Insignien der Macht! Der Meister ist tot! Es lebe der Meister! Der Meister ist tot! Es lebe der Meister! Na bitte! Als neues Staatsoberhaupt Elysiums erkläre ich die Gefangenen für frei! Und die Nacht der Gottesanbeterin bis auf Weiteres für verschoben! Katz! Er hat mir einen Schwerverletzten! Ja, von mir aus! November, December kümmert euch um ihn! Weil er dem Ordner die Schmerzpillen rein und verpackt in Reisefertigung. Tom, Flint, Anna, Katja und natürlich mein geliebter Orlov! Wir nehmen das Schnellboot! Ich sitz hinten! Captain, alle Schwimmbästen sind angelegt! Danke, Flint! Warum genehmig ich mir einen? Mir ist nicht wohl dabei, dass wir July bis March plus May auf der Insel zurückgelassen haben! Das hier ist ein Schnellboot, kein Ausflugsdampfer! Ich hätte die Damen auf den Schoß nehmen können! Wir schicken jemanden, der sie abholt! Sie werden es noch ein paar Stunden auf der Plattform aushalten! Mom! Hey! Oh Gott, meine Mom! Anna! Ich wette, deine Mom hat den Server manipuliert und dann die Wassertanks geöffnet, um uns alle zu retten! Also um dich zu retten! Warum hast du ihr denn nicht geholfen? Ich konnte da ja noch nicht wissen, was sie vorhat, bitte, Anna! Das musst du mir glauben! Und warum hast du Grigori fast sterben lassen? Danke, gleichfalls! Wir wurden doch alle bewacht! Ich konnte die Schande erst entkommen, als... Als meine Mutter gestorben ist! Hey, immerhin hat Werner den Guru am Ende platt gemacht und uns das Leben gerettet! Wie lange bist du schon wieder klar im Kopf, Werner? Ich musste eine Möglichkeit finden, damit Orlov mich nicht totschlägt! Und dann habe ich gemerkt, welchen Schwung euch das gegeben hat! Das hat das Spiel vorangebracht! Also bin ich in meiner Rolle geblieben! Ein bisschen hier, ein bisschen da! Leviathan, Leviathan! Du hast uns die ganze Zeit reingelegt? Du hast Linda, Rusty, Becky und all die anderen einfach sterben lassen? Verdammtes Schwein! Hey, ich habe es dir so oft gesagt! Mir ging es immer nur um das Spiel! Warum hast du uns dann eben auf der Bohrensel gerettet? Das Spiel ist vorbei! Es war in der Minute vorbei, als ich Anna verraten habe, wo sich Shapeshifter befindet! Das Programm war die einzige Motivation für Sam zu spielen! Das verstehe ich nicht ganz! Warum hast du es mir überhaupt verraten, wenn du wusstest, dass das Spiel dann vorbei ist? Weil... Weil du anders bist als wir! Du bist ohne Schuld, Anna! Und ich wusste nicht, was Montgomery dir antut, wenn du nichts aus mir herausbekommst! Ich musste es dir also sagen, es durfte nicht noch eine Unschuldige zu Schaden kommen! Ich konnte Nick schon nicht vor dem Tod bewahren! Deinen scheiß Edelmut hättest du ein bisschen früher entdecken können, du Arschloch! Nein, hätte ich eben nicht! Ich musste dich genau an diesen Punkt hier bringen! Was soll das denn nun wieder? Du hast die ganze Zeit an mir gezweifelt! Am Spiel! An Sam! Aber jetzt hat sich dein Zweifel endlich in eine andere Richtung verschoben! Wovon redest du? Das weißt du ganz genau! Du fragst dich, warum deine CIA-Freunde uns nicht zu Hilfe gekommen sind, obwohl sie es versprochen haben, eh? Obwohl sie dich outen konnten! Halt die Schnauze! Begreif es, Tom! Sie haben dich nur benutzt, und sie wollten dich opfern, weil Sam es so wollte! Die Schnauze hab ich gesagt! Cleary, warte dazu! Ich weiß, wie wir sehen! Verdammt noch mal! Hey, hör doch zurück an, ihr Ranschein! Hör doch! Nein, hör doch! Cleary, nicht! Okay, Team Blau nach rechts zu den Lagerhäusern, Team Rot nach links zur Kaimauer, Team Schwarz mit mir auf die Seebrücke! Los geht's! Zugriff auf meinen Befehl! Miss Decker? Ich seh's! Da sind sie! Alle Mann bereithalten! Sie kommen! Können sie was erkennen? Ist Katz dabei? Ich weiß nicht! Verdammt! Warum werden die nicht langsamer? Ma'am, sollten wir uns nicht zurückziehen? Die werden anhalten, glauben sie mir! Sicher? Cleary, was machst du? Ma'am! Okay, Team Schwarz, Rückzug! Rückzug von der Seebrücke! Router! Auch drei Monate nach den Ereignissen, die unter dem Namen The Cruise traurige Berühmtheit erlangt haben, kommen immer neue Details ans Licht. Nach Angaben aus Geheimdienstkreisen scheint nun endgültig festzustehen, dass es neben Werner Katz keine weiteren Hintermänner gab. Auch das Geld, das Katz für den Kauf des Kreuzfahrtschiffes und der Bohrinsel gezahlt hat, hat es nie wirklich gegeben. Durch das Hacken von Bankkonten der Abusind Holding konnte Katz die Überweisung der Gelder vortäuschen. Trotz des hohen finanziellen Verlustes für die Holding hat ihren Eigentümer, Schaichhamert Abusind, den Hinterbliebenen der Opfer Zahlungen in Millionenhöhe zugesichert. Währenddessen fehlt von Werner Katz, Katja Ivanova, Grigori Orloff, Anna Hawkins, Thomas Jefferson Cleary und Charles McAbee III auf weiterhin jede Spur. So, da bin ich wieder. Natürlich, Sir, das abhörsichere Telefon. Ja, auf einem Parkplatz mitten im Nichts. Selbstverständlich. Ich wollte Sie informieren, dass die Suche nach Katz und den anderen heute offiziell abgebrochen wurde. Ja, und selbst wenn, kann nichts zu Ihnen zurückverfolgt werden. Natürlich. Ich gebe Ihnen mein Wort. Das wünsche ich Ihnen auch. Hey, wer ist da? Ich warne Sie, ich bin bewaffnet. Nein, bist du nicht, Decker. Unter das Kleid passt kein Halfter. Deine Waffe liegt im Auto. Tom! Ich, ich dachte, du wärst... Tot? Ach, tut mir leid. Ich muss dich schon wieder enttäuschen. Was soll das hier? Und was sollte das Theater am Bootsteg... Wo sind die anderen? Wo ist Katz? Keine Ahnung. Du weißt, dass ich ihn ausliefern muss. Carrie, warum hast du mich auf der Bohrinsel im Stich gelassen? Ich habe auf die Freigabe für den Einsatz gewartet. Vier Tage lang? Wem willst du das erzählen? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig, was du mir unterstellst. Wusstest du, was passieren wird, als du Emma und mich auf die Princess of Wales geschickt hast? Diese Information übersteigt deine Sicherheitsfreigabe. Fick dich, Decker! Du hast mich auf ein scheiß Himmelfahrtskommando geschickt. Mit nichts außer einer Waffe und dem Auftrag, sichert unter allen Umständen das Leben von Joshua Ismail Cohen. Die Waffe hat mir an Bord nicht viel gebracht. Schauen wir mal, wie es hier ist. Sieh sie dir an. Da unten liegt sie. In der Sonne. Ach, wie wunderschön sie aussieht. Und wie, Eure Hoheit. So ein Schiff kann man nicht einfach aufgeben, oder? Auf keinen Fall, Eure Hoheit. Ich bin dir dankbar, dass du sie mir in einem Stück zurückgebracht hast. Ich halte meine Versprechen. Ja, du hast deine Rolle wirklich gut gespielt. Oh, ich kann das Schiff nicht mehr anhalten. Gleich sind wir alle tot. Und ihr habt wirklich gedacht, euer kleines Roulette-Spiel hätte das Schiff gestoppt, oder Lindbergh? Ich hab auch bis eben noch gedacht, Kaviar schmeckt nach alten Fisch. Hat mir nicht geschadet, die Wahl daraus zu finden. Keine moralischen Bedenken, sich für unsere Seite entschieden zu haben? Wann bekommt ein Spielsüchtiger schon mal die Chance, Casino-Manager in einem Emirat zu werden? Na dann, willkommen im Paradies. So, noch jemand, um den wir uns Gedanken machen müssen? Was ist mit Cenk Hu und seinen Leuten? Die waren schon immer zufrieden mit dem, was sie haben. Ich verlasse mich darauf, Captain Fletcher. Captain? Auch ich halte meine Versprechen. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Hoheit. Haben Sie schon entschieden, auf welchem Schiff ich? Natürlich auf dem, das du kennst. Auf der Schönheit dort unten. Sind Sie sicher? Wir sind jetzt schon ausgebucht. Nur weil ich bei ein paar Freunden angedeutet habe, dass es bald Kreuzfahrten auf dem Schiff von The Cruise mit dem Helden von The Cruise als Käpt'n gibt. Die Leute lieben dich. Dann braucht das Schiff nur noch einen Namen. Es hat schon einen. Und welchen? Sie heißt Mary Celeste. Aber das ist der Name eines Geisterschiffs. Ja, ganz genau. Was ist? Du wirst doch nicht nach all dem, was du erlebt hast, abergläubisch werden. Du bedrohst mich mit einer Pistole, Tom? Komm, lass das. So bist du nicht. Ich bin das, was ihr aus mir gemacht habt. Ich will die Wahrheit rausbekommen. Und das ist anscheinend der einzige Weg. Also, war es wegen Shapeshifter? Musst dich deswegen mit ansehen, wie dieser Irre all die Menschen tötet und ihn dann auch noch beschützen. Und glaub ja nicht, ich würde dich nicht erschießen. Okay, Tom. Schon gut. Nicht, dass dir die Wahrheit irgendwas bringen würde, aber meinetwegen. Wir mussten herausfinden, ob es dieses Programm wirklich gibt. Das heißt, es gab den Deal zwischen Katz und Sam wirklich. Hey, du hättest Sticks, Abu Sint und Myers mit seiner Hilfe drankriegen können. Warum hast du es nicht gemacht? Überleg doch mal. Susan Myers ist eine gute Freundin der Vizepräsidentin. Und in den Giftschränken ihrer Sender lagert so viel belastendes Material über Politiker, dass es für zwei Mighty-Leaks reichen würde. Scheich Abu Sint versorgt uns seit einem Jahrzehnt mit Informationen über islamische Terroristen. Dank seiner Unterstützung konnten fast 30 Anschläge auf US-Einrichtungen vereitelt werden. Und Kaspar Sticks ans Messer liefern? Der Mann ist Black Viking. Wenn er stürzt, stürzt sein Unternehmen mit. Kannst du dir vorstellen, was das für die internationalen Finanzmärkte bedeuten würde? Das heißt, wir lassen die Großen machen, was sie machen wollen. Na prima. Wir sind nicht Robin Hood, Tom. Wir sind nicht die Guten. Wir sind nur die, die dafür sorgen, dass alles so bleibt, wie es ist. Sonst noch Fragen? Ich muss nämlich langsam mal los. Ich will, dass du dich umdrehst und hinkniest. Tom, hör auf. Umdrehen und hinknien wird's bald. Schon gut. Schon gut, Tom. Willi, jetzt bloß nicht die Nerven. Siehst du? Ich drehe mich um. Ich knie mich hin. Überleg dir genau, was du tust. Das habe ich längst. Das Ganze endet hier und jetzt. Das ist eine Sache zwischen dir und mir. Niemand wird davon erfahren. Das ziehst du nicht durch, Tom. Oh doch. Und jetzt fang an zu zählen. Tom! Schön langsam, von 100 runter. Was? Dann stehst du auf und gehst zu dem Mülleimer da am Ende des Parkplatzes. Da findest du meinen Dienstausweis und meine Waffe. Was soll das jetzt? Das ist meine inoffizielle Kündigung. Offiziell bin ich ja gar nicht mehr im Leben. Was ist mit Katzen? Hör auf zu fragen, Decker, und fang endlich an zu zählen. Drei, zwei, eins, und ich lande mit dem BMX-Bike direkt auf der Krone der Freiheitsstatue. Bäh! Ehrlich, Harald. Da kann auch kein Sprung aus dem All mithalten. Ah, da ist sie ja endlich. Susan! Ihr Lieben, willkommen. Entschuldigt, ich hatte noch einen wichtigen Termin im Sender. Wie war dein Flughammatt? Danke. Mein Privatjet ist klimatisiert, aber hier in New York ist es ja Schrecklichkeit. Ich hab einen Kamin in meinem Penthouse. Entschuldigung, darf ich? Ah, da ist er ja schon. Die Herren? Komm, Harald, Alter, vor Schönheit. Außerdem bist du König. Natürlich geht die Dame zuerst. Aber ihr seid meine Gäste. Na gut, wenn keiner will. Erster. Hey, hier sind ja gar keine Knöpfe. Geht alles über Sprachsteuerung, mein Lieber. Penthouse. Geil. Das will ich auch für meine Firmenzentrale. Gibst du mir die Adresse von der Aufzugshirma? Kasper, eins nach dem anderen. Liebe Susan, erst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir konnten unseren Sieg ja noch gar nicht so richtig feiern. Bis wir dreimal einen gemeinsamen Termin gefunden haben. Penthouse. Sollte jetzt nicht die Tür aufgehen? Ich weiß auch nicht. Vielleicht mit Sprachsteuerung. Tür auf. Tür auf. Tür auf. Das hat doch keinen Sinn, Kasper. Susan, vergiss das mit der Adresse. Ich möchte den Aufzug doch nicht. Keine Sorge, das haben wir gleich. Aufzugsservice. Hallo? Hier ist Susan Myers. Ich sitze im Fahrstuhlfest im Vertical Ocean Building. Hallo Susan. Willkommen in Level 3. Hallo? Wer ist denn da? Wer soll denn hier schon sein, Susan? Werner Katz natürlich. Guten Tag, meine Damen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte ein Konto auflösen. Oh. Wie bedauerlich. Sind Sie mit dem Service unseres Instituts nicht zufrieden? Machen Sie sich keine Sorgen. Damit hat es nichts zu tun. Ich brauche das Kapital für einige Investitionen. Ich kann Ihnen anbieten, dass wir Sie dabei. unterstützen. Das ist sehr freundlich. Aber ich habe schon alles in die Wege geleitet. Es fehlt nur noch das Geld. Nun, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Sie nach dem Zugangscode zu fragen. 15 04 19 12. Möchten Sie das Geld auf ein anderes Konto transferieren? Nein, ich hätte es gern ausbezahlt. Ich werde das sofort veranlassen. Bei dieser enormen Summe kann es allerdings ein paar Minuten dauern. Ich habe es nicht eilig. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Kaffee, Wasser? Danke, ich bin zufrieden. Darf ich fragen, wo Sie gewillt sind, Ihre Investitionen zu tätigen? Hier in der Schweiz. Dann bleiben Sie unserem wunderschönen Land hier erhalten. Ja, es gefällt mir wirklich sehr. Auf die Gefahr, dass ich neugierig wirke? Was gefällt Ihnen am besten? Vorausgesetzt, Sie können das überhaupt... Oh doch, das kann ich. Die Antwort ist ganz einfach. Es gibt hier kein mehr. Katz, das kann doch nicht sein. Was soll das hier, Werner? Du sperrst uns in deinem Aufzug ein? Was willst du damit erreichen? Das, was ich die ganze Zeit wollte. Spielen. Das Spiel ist vorbei, Werner. Ganz genau, du hast verloren, Motherfucker. Im Moment sieht es eher so aus, als hättet ihr verloren. Das werden wir hier sehen. Los, Harald, hilf mir, die Tür aufzukriegen. Was mit der Tür könnt ihr vergessen? Oh, Susan, du glaubst doch nicht, dass dein Handy hier drin funktioniert. Okay, Werner, wo bist du? Ganz in eurer Nähe. Gut, dann lass uns hier raus und wir reden darüber, wie wir uns einigen können. Nein, so wird das nicht laufen. Wie dann, du Penner. Was willst du? Was ich will? Ich sag's euch. Spielanweisung 1. Opfert einen von euch, um die anderen beiden zu retten. Du bist total wahnsinnig. Du denkst doch nicht, dass wir uns hier drin gegenseitig umbringen. Nicht gegenseitig, einer reicht. Ihr müsst nur entscheiden, wer von euch das Opfer ist und wer die Mörder. Hier wird überhaupt keiner gekillt, du Arsch. Wir bleiben einfach so lange hier drin, bis einem auffällt, dass der Lift nicht funktioniert. Aber das wäre doch viel zu langweilig für einen Adrenalin-Junkie wie dich, Kasper. Und genau deshalb habe ich eine kleine Motivationshilfe eingebaut. Achtung, 3, 2, 1. Das waren jetzt 5 Stockwerke. Wenn in 3 Minuten nicht einer von euch tot ist, fülle ich die nächste Sprengladung. Und dann geht's ohne Unterbrech um die restlichen 25 Stockwerke nach unten. Das kannst du nicht machen, Mann. Geht es dir um Geld? Geld ist kein Problem. Wir können ein neues Spiel finanzieren. Mit neuen Regeln. Vielen Dank für das Angebot. Aber das alte Spiel gefällt mir eigentlich ganz gut. 2 Minuten 30. Und jetzt lasse ich euch allein. Cuts over and out. Werdmann! Werdmann! Der Pendermann, der ist ernst. Setz dich das durch. Was machen wir jetzt? Na ja, das hier ist dein Haus, Meyers. Du hast uns eingeladen. Ohne dich bin wir nicht in dieser perfekten Situation. Was willst du damit sagen? Ich meine ja nur, wenn einer die Verantwortung übernehmen sollte, dann du. Du willst sie wirklich umbringen? Sie ist nur eine Frau, Harald. Nenn mich nicht Harald. Nur eine Frau. Ja, nur eine Frau. Aber eine, die so viel belastendes Material über euch gesammelt hat, dass es für tausend Jahre Knast reicht. Ich glaub doch nicht, dass ich mich auf kriminelle Geschäfte einlasse, ohne mich abzusichern. Okay, dann muss Harald dran glauben. Nenn mich nicht Harald. Wir sagen einfach, er wollte dich vergewaltigen und ich hab dich gerettet. Wenn ich hier sterbe, werden meine Leute euch aufspüren und ganz langsam töten. Hier neben Kaspar. Ach wirklich? Meine Mutter, der Gang wird euch massakrieren. Ich kaufe sie, deine Gang. Denen liegt nur was an deinem Geld. Welchen wird dich niemand? Jeder hasst dich. Ja, jeder hasst Kaspar. Ja. Töte ihn, Herr Matt. Ja, komm schon. Versuch's doch, alter Mann. Wollen doch mal sehen, was der kleine König Harald so drauf hat. Nenn mich nicht Harald. Nein. Vielen Dank, danke, das genügt sich. Sehr amüsant. Aber wir brechen das Ganze an dieser Stelle ab. Was? Was meinst du damit? Ich hab's mir anders überlegt. Lebendig gefallen wir mir besser. Was? Also, schönen Tag noch. Und Leute, wie fühlt sich das an? Wir haben 32 Dosen Black Viking. Und? Auf wie vielen Sendern war der Aufzug live drauf? Auf allen von Horn & Hope. Und tausendfacher Stream im Netz. Und überall noch die kleine Einblendung. Mehr Enthüllung über Maya Sticks und Abo sind ab jetzt auf Mighty Leaks. Die drei sind erledigt. Cheers. Gratulation, Flint. Gute Arbeit. Du bist der zweitbeste Hacker, den ich kenne. Du bist der zweitbeste Hacker, den ich kenne. Wenn ihr mit eurer Jungsnummer da hinten durch seid, können wir los, oder? Cleary wartet auf dem Flugplatz. Ja, gib Gas, einer. Aber wir machen noch einen kleinen Umweg. Kannst du mich... Warte. Hier absetzen. Das ist in Chinatown. Wir haben keine Zeit für Umwege. Was ist da? Die Staatsanwaltschaft von New York. Werner, was soll das? Wir fliegen zu Katja und Grigori in die Schweiz. Ihr fliegt zu Katja und Grigori. Richtig. Ich stelle mich. Was? Das habe ich Grigori im Boot versprochen. Spinnst du? Ich bin sowieso nicht scharf darauf, Herrn Orloff wiederzusehen. Das ist doch kein Unsinn. Das Spiel ist vorbei, Anna. Ich habe erreicht, was ich wollte. Alle haben für ihre Sünden gebüßt. Alle außer mir. Hey, und was ist mit uns? Bedeute ich dir gar nichts? Anna, du bedeutest mir alles. Aber ich bin eine Gefahr für dich. Und für die anderen auch. Sam wird sich rächen wollen. Sie werden nach mir suchen lassen. Ja. Und wenn du dich stellst, wissen sie doch genau, ich hoffe, wo sie dich finden. Sie werden dich umbringen. Sie oder der elektrische Stuhl. Es gibt keine Todesstrafe in New York. Glaub mir, Anna. Ich komme an den sichersten Ort, den es auf dieser Welt für mich gibt. In New York ist heute der Prozess gegen Werner Katz zu Ende gegangen. Die Geschworenen folgten der Argumentation der Verteidigung, die gefordert hatte, ihren Mandanten für unzurechnungsfähig zu erklären. Katz wurde daraufhin vom Vorsitzenden Richter zu lebenslangem Gewahrsam in der psychiatrischen Abteilung des New York State Prison verurteilt. Die Suche nach Katz mit Tätern Susan Myers, Kaspar Sticks und Hammert Abu Sindh laufe weiterhin auf Hochtouren, so ein Sprecher des Justizministeriums. Und deshalb bist du also hier in der Klapse? Ja, deshalb bin ich hier. Das ist meine Geschichte. Du wolltest sie hören? Du kommst mir ja gleich so bekannt vor. Du bist paranoid, Quentin. Hier kommen ziemlich viele Leute bekannt vor. Ich meine, du hast fünf wildfremde Menschen umgebracht, weil du dachtest, sie wollten dir dein Augenlicht nehmen. Okay. Könnte ich mich vielleicht vertan haben. Könntest du vielleicht recht haben. Eins habe ich noch nicht verstanden. Shapeshifter. Gab es das Programm wirklich? Oder war das auch so eine Finte wie das Tarnprogramm, das du Ponyonkin verkaufen wolltest? Nein. Nein, nein. Shapeshifter ist real. Sam hat damit eine Menge Unternehmen ausspioniert. Und Shapeshifter hat jeden Spionageangriff von Sam archiviert und an uns weitergeleitet. Das und die Sache im Aufzug waren unsere Schlüssel, um die drei zu Fall zu bringen. Und dann wolltest du, dass sie Shapeshifter bekommen? Mhm. Du hast gewusst, dass April, Anna natürlich, auch mit auf der Bohrinsel sein wird. Und dass Sam sie benutzen wird, um dich zum Reden zu bringen. Das alles gehörte zu deinem Plan, um die drei in den Aufzug zu kriegen. Nein. Ich wollte unbedingt, dass die drei mitspielen. Nicht nur im Hintergrund die Fäden schienen. Mein Spiel, meine Regel. Ach ja, und was ist mit den Azteken? Was ist mit den Mexikanern? Die wurden nie gefunden. Sind wohl untergetaucht. Auf die eine oder andere Weise. Und der Notausstieg, den Flint eingebaut hat, hättest du den nicht nehmen können, um alleine unterzutauchen, ohne die anderen in Gefahr zu bringen? Hätte ich machen können, klar. Aber ich wollte doch hier hin. In die Psychiatrie. Zu dir. Zu mir. Warum? Um dir ein Angebot zu machen. Also, Quentin, wie sieht's aus? Lust auf ein kleines Spiel? Die Kruise. Teil 8 Von Edgar Lindscheid und Stuart Kummer Musik Lars Gehlhausen und Stuart Kummer Mit Gerrit Schmidt-Voss als Werner Katz Tobias Meister als Tom Cleary Daniel Wiemer als Grigori Orloff Lutz Mackenzie als Dr. Montgomery Marie Bierstedt als April und Barbara Auer als June sowie Stefan Kaminski Ilona Otto Irina von Bentheim Taifun Bademsoy Thomas Nero Wolf Jens Riever Nana Spier Jan Udle Markus Off Dörte Lisewski Kamilla Rentschke und Christoph Maria Herbst als Flint Technische Realisation Matthias Fischenich und Jens Peter Hammacher Regieassistenz Hanna Steger Regie Stuart Kummer Dramaturgie Nathalie Chalice Nathalie Chalice Dramaturgie Nathalie Chalice Dramaturgie G 7 machenbalt centre Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015